Ihr hört den Podcast-Karpott-Kanal, die Heimat des Retro-Karpotts und anderer toller Projekte. Es folgt Retro-Karpotts-Klassik, bereits ausgeschreitete Themen des Retro-Karpotts in voller Länge ohne das Rahmenprogramm, audio-optimiert für mobile Entwicklungen. Zur 100. Folge des Retro-Karpotts haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht und die Idee kam uns beim Podcam dieses Jahr, denn dort waren auch die beiden Hoaxellas, sag ich mal, Alexander und Alexa. Und das könnte man noch kombinieren. Ich hoffe, ihr beide seid schon mal in der Leitung. Das sind wir auf jeden Fall. Hi, schön, dass wir dabei sind. Und es ist erschreckend, wie lange das schon wieder her ist, als wir so mal gesagt haben, lass uns was machen. Und wir können das auch sagen, eigentlich war mehr Zeit geplant und wir sind total eingebunden, weil wir wissen ja, dass ihr durchaus mehr Zeit in euren Episoden habt. Und jetzt haben wir gerade so viele Termine und wir wollten aber und durften ja bei euch in der 100. Folge auftauchen, dass wir den Termin unbedingt behalten wollten. Deswegen ein bisschen kürzer, aber trotzdem freuen wir uns bei euch in der Jubiläumsfolge dabei zu sein und gratulieren schon mal, Alexa, oder? Ja, genau. Herzlichste Glückwünsche. Das muss man ja auch mal sagen. Respekt und Gratulation. Auf die nächsten 100 dann bei euch. Ja, das hoffen wir, dass das klappt, ja. Ja, an meiner Seite ist Robin noch mit dabei, denn wir haben gedacht, wir haben ja damals auch angefangen mit der Berete-Kamporte und dann wollen wir auch in der 100. mit dem Thema dabei sein. Robin, du bist hoffentlich auch gut zu hören. Ich bin auch in der Leitung und freue mich auf dieses wunderbare Viererpack an lustigen Fragen und guten Antworten, gefälligst. Aber wir müssen auch eingestehen, dass wir auch zeitlich im Objekt etwas eingespannt waren. Also wird alles gut und ich denke mal, wir können jetzt so ein bisschen uns mal um Mysterien zum Thema Computer, Computerspiele und überhaupt um diese ganze Legendenbildung kümmern, was Leute so über Computer behaupten. Was mich interessieren würde, diese ganze Mythengeschichte, wann schwappte das eigentlich auf die Computer über oder auf Computerspiele über oder auf die Spieler? Sind Mythen auf alles übertragbar? Weil die kommen ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Also, wenn du es jetzt, also vielleicht nochmal um ein bisschen länger auszuholen, ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörer ungefähr wissen, was wir bei Hoxilla so machen, was für einen Hintergrund wir haben. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg geschickt. Alexander ist seines Zeichens Psychologe und ich habe europäische Ethnologie beziehungsweise Volkskunde an der Uni Münster studiert, meinen Magister Artium gemacht vor sehr, sehr vielen Jahren, 2003, ist also schon ewig her und habe mich während des Studiums... Mit zwölf hast du den genannt. Mit zwölf, ja genau. Vielen Dank. Das ist noch nicht retro. Und habe mich mit Erzählforschung beschäftigt. So, Erzählforschung grob beschäftigt sich mit Märchen, also diesen Geschichten, hier Kinder- und Hausmärchen, die die Brüder Grimm gesammelt haben, also mündlich überlieferte Volkserzählungen. Dann gibt es Legenden. Legenden beschäftigen sich traditionell mit heiligen Geschichten. Und dann kommen wir zu den Mythen. Mythen sind eigentlich, kennt man ja auch griechische, römische Mythologie und so weiter, Göttergeschichten, Ursprungsgeschichten, Schöpfungsgeschichten, so etwas in der Richtung. Dann gibt es noch moderne Sagen zum Beispiel, mit denen beschäftigen wir uns bei Hoxilla besonders gerne. Also zum Beispiel solche Geschichten wie die Spinne in der Juckapalme, also Geschichten wie Rolf Wilhelm Breednig in seinen Büchern gesammelt hat. Das ist so mal jetzt eine ganz grobe Unterteilung. Das heißt, willkommen in meiner Welt. Ihr habt den Begriff Mythos falsch verwendet. Und das mit einer Volkskundlerin zu machen, ist immer risikoreich. Ich glaube, aber natürlich, der Volksmund unterscheidet da natürlich nicht. Also wir sagen heute alles Mythos Marilyn Monroe, wird ganz häufig verwendet. Wobei ja Marilyn Monroe auch gerade oft als Leinwandgöttin bezeichnet wird. Dann bist du schon wieder irgendwie zumindest so im selben Genre so ein bisschen. Aber das, worüber wir, glaube ich, heute sprechen, sind zwar, also was man im Volksmund vielleicht inzwischen auch als Mythos bezeichnen würde. Oder heutzutage als Fake News. Ja, sowas ein bisschen. Oder sagen wir mal, häufig verbreitete Irrtümer in Bezug auf Computerspiele. Wenn ich die Folge so nennen würde, dann ist sie zu lang. Ist zu lang. Würde das keinen Fall mit einhalten lassen. Es ist auch wahnsinnig schwierig, als Rolf Wilhelm Breednig überlegt hat, ja, wie nenne ich denn diese komischen Geschichten, die ich da sammle in meinen Büchern. Da hat er ganze Absätze darüber geschrieben, wie schwierig das ist. Moderne Sagen ist ein Begriff, den kann man verwenden. Dann sagen viele Forscher auch Großstadt sagen, weil die im urbanen Umfeld oft stattfinden. Aber manche eben auch nicht. Dann passt es wieder nicht so gut. Er hat dann einen längeren Begriff auch verwendet, nämlich fantastische Geschichten von heute. Und wenn du so ein Buch nennst, da weiß also erstmal kaum einer, was gemeint ist. Ob das dann irgendwie Fiktion ist oder so. Und ist auch viel zu lang. Also moderne Sagen hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Also allein diese Begriffsfindung ist nicht so ganz leicht. Aber eure Eingangsfrage war ja, warum und wann ist das auf Computerspiele übergegangen und rübergeschwappt? Und wenn wir jetzt mal bei dem Begriff Irrtum oder Hoax oder moderne Sage oder wie auch immer bleiben, wo ich zum Beispiel, da kommen wir ja auch vielleicht nachher noch drauf, solche Geschichten wie die mit dem Polybius-Game einordnen würde. Solche Geschichten verwandeln sich oder nutzen, sagen wir mal, ältere Motive und wandeln sich aber genau in dem Maße, wie sich die Gesellschaft auch wandelt. Es gibt moderne Sagen, die werden heute mit Autos erzählt. Die gibt es aber schon überliefert aus dem 19. Jahrhundert mit Pferdefuhrwerken. Also in dem Augenblick, wo sich die Technologie verändert, wo sich die Gesellschaft verändert, wo sich eben auch, wie im Bauchcomputerspielen, auch die mediale Landschaft verändert, verändern sich auch diese Geschichten und diese ganz alten Motive, die da auftauchen, diese ganz alten gesellschaftlichen Ängste und Vorurteile, die werden dann eben auch auf neue Medien und neue Technologien übertragen. Und insbesondere bei Computerspielen kann man ja sagen, in dem Moment, wo das Medium da war, und da denke ich so ganz weit zurück, sogar noch vor meine Zeit, die ich vom Rechner verbracht habe oder vor Spielkontrollen. Also ich bin Baujahr 75, aber sowas wie das Intellivision zum Beispiel von Mattel seinerzeit und dann später natürlich die Atari 2600-Spielekonsole, da hat man ja schon darüber diskutiert, was für einen schädlichen Einfluss das auf Jugendliche haben kann. Das ist ja diese Irrtümer rund um Computerspiele. Ich denke, das wird ja der Kern auch der Dinge sein, über die wir heute reden. Und insbesondere gerne darüber geschrieben und problematisiert hat natürlich, das muss man auch mal sagen, zum Beispiel das Fernsehen, was ja davor die Kinder ruiniert hat. Also da war es ja, das ist also immer wenn... Höchstmaß an Erziehung. Der Umkehrschluss, Kindern komplett Fernsehen zu untersagen, ist sicherlich auch nicht realistisch, weil du dann Kindern ein Stück weit der modernen medialen Welt wegnimmst. Und man muss sich ja auch orientieren in den Medien. Und genauso würde ich das mit Computer und Computerspielen bewerten. Aber tatsächlich kann man, glaube ich, sagen, die modernen Sagen oder Irrtümer oder Geschichten rund um Computerspiele sind mit dem Medium entstanden und die negativen Vorurteile tatsächlich mit Beginn überhaupt. Die literarische Gattung des Romans hatte, als sie denn ja quasi auf dem Tableau der Gesellschaft erschien, einen wahnsinnig schlechten Ruf. Also Romane standen in dem Ruf, die Jugend zu verderben, da irgendwie ganz merkwürdige Ideen in Umlauf zu bringen und überhaupt die gesellschaftliche Ruhe zu stören. Also das sind alles Sachen, die lassen sich dann eben von einer medialen Gattung auf die nächste übertragen und verändern sich eben genau in dem Maße, wie sich die Gesellschaft auch verändert. Und unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren meiner Meinung nach radikal verändert hin zu dem Digitalen. Da wären wir ja wieder bei den generellen überwiegenden Problemen, nämlich, dass wohl nicht alle Menschen mit Digitalen irgendwie kompatibel sind oder nehmen nur die Sachen auf, die wirklich vielleicht nicht so gut für sie sind. Ich weiß nicht, wie man das immer sagen soll. Also die Menschheit scheint da Probleme zu haben. Und du darfst eine Sache nicht vergessen, auch in Entscheidungsstellen sitzen heute andere Leute als vor 30 Jahren, was auch wieder Konsequenzen hat. Das merkt man ja auch bei Gewalterklärungen und Ähnlichem, bei Indizierungen und solchen Dingen. Da haben vor 30 Jahren natürlich ganz andere Leute entschieden, was böse ist und nicht und ähnlich ist. Also auch da wandelt sich ja vieles. Das darf man nicht vergessen. Und Herr Söder hat in den 80er Jahren schon E-Mails geschrieben, oder? Wie war das? Ich erinnere mich nicht mehr genau, was er gesagt hat. Zumindest, oder war es der Innenminister? Also irgendeiner? Das war der Innenminister, der hat schon in den 70ern gesurft, glaube ich. Im DARPA-Net damals, wo nur ganz wenige Leute dabei waren. Aber ich glaube, wir sind ja, wenn ich zumindest uns drei Herren, Alexa ist ja Jahrzehnte jünger, als wir aber mal zusammen nehme. Grad 18 geworden. Grad 18 geworden, Alexa. Wir sind ja, glaube ich, auch so eine Generation von Early Adoptern. Also das würde ich mal für uns drei Herren auf jeden Fall sagen und irgendwie ja positiv dem Medium Computer und Computerspiel gegenüber geprägt. Sonst würdet ihr ja auch nicht das machen, was ihr macht. Vorteilslos. Genau. Und insofern ist ja Computerspiele als Medium, als Unterhaltungsmedium das eine und Internet, du hast es gerade gesagt, finde ich nochmal anders. Und ich frage mich tatsächlich heute, ob wir insgesamt als Gesellschaft, also ich würde sagen, ich kenne mich ganz gut aus, aber ob wir insgesamt als Gesellschaft, insbesondere das mobile Internet und die Folgen davon, also immer und zu jeder Zeit auch selber was zu schreiben und unter Umständen Fake News zu verbreiten auf Facebook, ob wir das überhaupt schon verdaut haben als Gesellschaft. Und ich komme mehr und mehr zu dem Punkt, dass ich sage, nee, eigentlich nicht. Und wir alle müssen uns ja auch ständig bemühen, dieser Technologie zu folgen und up-to-date zu sein. Nein, das ist ja nicht, weil wir in den 80ern schon von den ersten acht Bitrechnern gesessen haben, wissen wir heute trotzdem nicht, wie Tinder oder Snapchat oder was auch immer es da so gibt, funktioniert, sondern das müssen wir uns jetzt ja auch jedes Mal wieder neu angucken. Wir gehen vorurteilsloser vielleicht ran, du hast es gerade gesagt, aber anschauen müssen wir uns trotzdem. Also gerade eben nicht Jugendliche, sondern etwas ältere Menschen sind ja da durchaus teilweise etwas unbedarft, also was soziale Medien angeht, was das Sich-Herumtreiben im digitalen Raum angeht. Ich werde nie vergessen, als wir das Interview gemacht haben mit dem Medienpädagogen Jöran Moos-Meerholz, dass er den Begriff digitale Pubertät genutzt hat. Ich finde den so schön, also dieses Lernen des Umgangs mit diesem neuen Medium, mit diesem neuen Raum, in dem man sich da auffällt und auch manchmal irgendwie so dieser, ja, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, dieser Spieltrieb, der dann einen erfasst und aber auch einen über die Stränge schlagen und gar nicht einschätzen können, was für Konsequenzen das hat, was man da gerade macht. Das Beispiel dafür war, dass so mit 30er, 40er, die zum allerersten Mal PowerPoint benutzen, dass er in seinen Workshops als Medienpädagoge sagt, schaltet alle Effekte an, die er haben wollte. Macht alle Animationen, lasst es blinken, lasst es fliegen und das ist dann wie in der Pubertät alles mal ausprobieren. Dann sind natürlich diese Präsentationen unfassbar schrecklich, die da entstehen. Aber die haben die einmal aus dem System raus und dann hinterher können sie natürlich dann vernünftige Präsentationen machen, die mit minimalistischem Einsatz der medialen Möglichkeiten von PowerPoint oder anderen Programmen. Erinnert mich an die ersten Homepages in den 90er Jahren mit animierte GIFs und Work in Progress oder hier entsteht bald was oder ich weiß nicht was. Ich meine, das letzte Animated GIF ist schon lange her, als ich es gesehen habe. Ja, genau, aber das ist genau das, oder der Counter, der nicht als kleine und unauffällige Zahl da war, sondern aufploppte und silberne, drehende Zahlen beinhaltet. Und Handschriftfarbe. Haben wir auch mal alles gehabt, das kenne ich auch noch, ja. Und ich möchte ja auch erwähnen, dass die erste Huxeler Homepage vor vielen, vielen Jahren eine Comic Sanserie Homepage gewesen ist, kann ich heute sagen. Und das war 2010, ne? Und das war 2010, also so viel zum Thema Internet und Dinge lernen, aber ja, ich meine, das gehört dazu. Patrick hat früher mal alles in einem sanften, sonnigen Gelb programmiert, das war aber sehr schön. Naja, das guckt ihr unser Ladenschild neuerdings an, das ist aufgeregt. Ja, ja. Aber wir sind ein Retro-Geschäft, das zählt nicht. Wir können ja mal tatsächlich ein paar von diesen Klischees mal aufarbeiten oder mal gucken, was da wirklich dran stimmt. Und wir haben ja im Netz diese eine Seite gefunden mit der Überschrift 8 Mythen und Computerspiele und Killerspiele auf www.siegel.de. Und da gibt es diese, ja, ich sag mal Klischees und was da wirklich hinter steckt. Vielleicht kann man da mal gucken. Sehr gerne. Und das Erste, was ja immer schon behauptet wurde, das wusste ich mir ja schon in den 80er Jahren ans Westsache anhören, dass diese Videospiele einfach gewalttätig sind. Und wenn man dann bei Initierung der Bundesprüfstelle von der sozial-ethischen Desorientierung gelesen hat, und ich weiß nicht was alles, sind Videospiele wirklich einfach pauschal schlimm. Das wird ja von einigen behauptet. Heute gibt es da natürlich geteilte Meinungen, aber dieses Klischee gibt es ja immer noch, dass Leute, wenn man über Spiele redet, über Videospiele redet, die Augen verdrehen. Naja, jetzt gerade, wo der amerikanische Präsident nicht die Waffengesetze, sondern lieber die Videospiele für die Gewalt auf den Straßen der USA verantwortlich macht, und das ist natürlich brandaktuell wieder dieses Vorurteil. Dann sind wir keinen Schritt weiter als früher. Nee. Nee, also ich finde gerade, in den Vereinigten Staaten wird gerade wieder einen Schritt nach hinten gemacht. Das ist, wenn wir die Seite uns anschauen, ich würde gerne die ersten beiden Punkte so ein bisschen zusammennehmen, eben weil das eine ist, die Verbreitung von Videospielen verursacht jugendliche Gewalt oder sogar eine Gewaltwelle, und das zweite ist die grundsätzliche Aussage, dass Gewaltspiele auch zu echter Gewalt führen. Das ist ja so ein Stück weit miteinander verquickt, diese beiden Punkte. Und du hast gerade schon gesagt, Patrick, in den 80er Jahren, ich habe in den 80er Jahren auch Spiele gespielt, die eigentlich für ein älteres Alter freigegeben waren als mein Alter. Ja, jetzt muss man nur sagen, in den 80er Jahren, also ich sage mal so mit 15, 16, habe ich dann auch damalige Spiele, die umstritten waren, gespielt. Aber da muss man sich jetzt mal vorstellen, mit 15, 16... So böse Sachen wie River Raid zum Beispiel. Ja, also, ne, genau. Da muss man sich mal vorstellen, das war jetzt 1989, 90, da sah ein Computerspiel jetzt noch ein bisschen anders aus. Und wenn dann eine Person verstorben ist, und es kamen dann so ein paar rote Pixel raus, dann war das Darstellung von Blut in einem Computerspiel, und das ist dann auch medial damals diskutiert worden. Da gab es so einen Artikel... Hochrealistische Darstellung des Todes oder sowas stand da immer. Ganz genau, ne, und wir sprechen dann davon, dass so ein paar rote wirklich... Es ging dann mal einen Schritt weiter. Wenn man auf Spiele wie River Raid kommt, wo man ja wirklich Pixelflugzeuge abgeschlossen hat, dann wurde dann in Begründung gesagt, aber da saßen ja Menschen drin. Ja, also implizit hätte man die Leute dann getötet. Ja, klar. Oder generell Spiele wie... Oh Gott, wie hieß denn das, wo man im Pazifik mit so einem Flieger hochgeflogen ist und Japaner abschießen musste. Broderbond, wie hieß das? Ja, genau, Broderbond. Ich würde mal Carrier Strike sagen. Warte, wie heißt das von der Seite? Wings of Fury. Wings of Fury. Nee, also wirklich Zweiter Weltkrieg, Krieg im Pazifik, um Gottes Willen, also Riesendiskussion. Das habe ich gezockt, da war ich 15. Und natürlich war ich mir völlig bewusst, dass ich gerade ein Computerspiel spiele und dass ich keine Lust habe, danach auf die Straße zu gehen und Menschen zu töten. Japaner zu töten. Japaner in dem Fall. Ich würde normalerweise immer sagen, wer anfällig war für solche Sachen, der hat vielleicht durch ein Computerspiel noch einen Schub mehr bekommen. Aber der hätte auch durchs Fernsehen, durch ein Zeitungsartikel oder durch ein Gespräch mit einem Kumpel kriegen können. Und das Gegenteil ist ja auch der Fall. Einige Leute haben sich, glaube ich, sogar an Computerspielen abreagiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Patrick, den du da ansprichst. Das ist nämlich etwas, was wir in der Psychologie durchaus beobachten. Und wer Huxella verfolgt hat, weiß, dass wir öfter auch mal mit der Kriminalpsychologin Lydia Benicke gemeinsam Folgen gemacht haben. Und da auch uns immer mal wieder über sexuelle Gewalttaten, Vergewaltiger und auch Serienmörder mit sexuellen Mordfantasien gesprochen haben. Und in der Tat ist es so, dass nicht diese Computerspiele, ich sag dann nachher was zu der Studienlage, zu Gewalt fördern. Ich glaube, wir kommen immer mehr dahin, dass das nicht der Punkt ist. Dass aber Menschen, die ein Gewaltpotenzial in sich tragen, durchaus auf solche Videospielinhalte zusteuern und dieses Gewaltpotenzial da auch abarbeiten können. Oder umgedreht, wer, sag ich mal, auf eine härtere Gangart im sexuellen Bereich steht, kann sich jetzt, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung, können sich das vorstellen. Der wird sich entsprechend in Online-Videotheken, heutzutage, früher hätte man dann in eine normale Videotheke, auch die entsprechenden Filme ausleihen oder Comics anschauen, die genau diese Fantasien oder Vorstellungen beinhalten. Das heißt aber noch lange nicht, erstens, dass man die Sache in die Realität überführen muss und zweitens, wie du schon sagst mitunter, ist das dann auch schon so, man kann es mal ausleben. Und als Doom damals neu war, das war ja sowieso, finde ich, für mich nochmal eine Zeitenwende, dieser Schritt in 3D, gut darstellbar mit, gut, damals musste man dann 486er oder so haben, damit das vernünftig lief, das war schon far out. Aber im Grunde genommen war es relativ schnell, dass alle Menschen Doom spielen konnten und Doom ist ja auch eigentlich für mich der Grund, warum man weggegangen ist von anderen Maschinen auf dem PC hin, andere Geschichte. Aber natürlich habe ich als jung, wenn ich gefrustet war, bin ich auch mal nach Hause gekommen und habe irgendwie ein Level Doom angemacht, wo 500.000 Demons waren, man war unsterblich und hatte die Kettensäge. Und dann bin ich da fünf Minuten durchgerannt und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich mich abreagiert und gut, es gab es bei mir auch natürlich. Insofern, also die umgekehrte Reihenfolge ist nicht ganz ungewöhnlich, aber, und das ist jetzt das Entscheidende, wie du schon sagst, wenn diese Menschen nicht Computerspiele spielen würden, würden sie sich andere Ventile suchen. Wenn es Menschen sind, die grundsätzlich zu Gewalt bereit sind, dann sind sie auch unabhängig von irgendeinem Medium zu Gewalt bereit und da schauen wir uns jetzt die Studienlage an, die extrem aufwendig ist. Und es wird extrem viel geforscht zum Thema Führen Computerspiele und insbesondere auch Computerspiele, die Gewalt zeigen, zu Gewalt in der Realität. Und jetzt muss man natürlich sagen, der wissenschaftliche Weg zur Wahrheitsfindung ist nicht immer ganz einfach. Es wird jetzt kein einfaches Ja oder Nein geben, aber viele, viele Studien haben gezeigt, dass wenn überhaupt ein Indiz dafür vorhanden ist, dass das Gewaltpotenzial steigt nach Spielen als Gewalt, die den Computerspiels, dann wohl eher kurzfristig. Und dann muss man sagen, wie wird das gemessen? Da gucken natürlich die Forscher nicht, gehen dann die Jugendlichen raus oder die Menschen raus und hauen dem Nächsten, den sie auf der Straße sehen, was an die Löffel, sondern man benutzt Fragebögen, Befragungen, standardisierte Instrumente der Psychologie, um Gewalt abzufragen oder Gewaltpotenzial. Und in diesen Instrumenten scheint es so einen kurzfristigen Effekt zu geben. Es gibt jetzt aber eine ganze Reihe von Langzeitstudien, die sich mit dem Thema befasst haben. Das UKE hier in Hamburg hat auch vor einiger Zeit im letzten Jahr eine etwas größer angelegte Studie veröffentlicht, wo Erwachsene und auch keine Jugendlichen GTA gespielt haben, GTA 5, die Sims oder gar nicht Computer gespielt haben. Also so ein klassisches Kontrollgruppendesign, also gewaltbeinhaltendes Spiel versus kreativ versus gar nicht Spielen. Und da war es also so, dass man keinen Anstieg feststellen konnte im Vergleich zwischen der GTA-Gruppe und der Sims-Gruppe. Das heißt also... Sims-Spieler sind gefährlich. Naja, oder genauso ungefährlich wie die GTA-Spieler. Ich würde es eher so rumformulieren natürlich. Das heißt, diesen harten wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das, was die Gesellschaft generell immer unterstellt, wer gewalttätige Computerspiele spielt, ist auch gewalttätig, den gibt es nicht. Jetzt hebt meine Frau hier gerade den Finger und will was sagen. Ja, ich wollte, vielleicht schließt sich das daran an, noch anmerken, dass hinter diesen Geschichten, hinter diesen Horrorszenarien, die da auch viel verbreitet werden, ganz bestimmte Ängste stecken. Also du hast natürlich zum einen diejenigen, die sagen, das muss man wissenschaftlich untersuchen, ob da ein Zusammenhang besteht. Und was zuerst da war, die Henne oder das Ei, das gewaltbereite Verhalten oder die Computerspiele. Es gibt aber auch durchaus, und gerade in den USA-Gruppen, die da eine sehr, sagen wir mal so, überbordende und irrationale Angst haben. Und die gibt es eben nicht nur im Zusammenhang mit Videospielen. Da poppt das dann auch wieder auf. Und auch das spielt ja in dieser ganzen modernen Sage oder Urban Legend von Polybius eine Rolle. Aber auch im Zusammenhang mit solchen Kettenbriefen und Spielen wie der Blue Whale Challenge, nämlich die Angst, dass entweder Videospiele oder eben solche Challenges im Netz einen jugendlichen Menschen, der ganz normal ist, völlig unauffällig und gesellschaftskonform sich verhält, in seinem Verhalten so verändern können, dass er auf einmal ausrastet und gewalttätig wird oder eine völlig andere Charakterzüge aufweist als vorher. Also eine Angst davor, dass eben subliminale Botschaften verbreitet werden und dann die Jugendlichen komplett verändert werden in ihrem ganzen Auftreten und Verhalten. Und das ist ein Angstszenario, was sich in ganz vielen modernen Sagen halt niederschlägt und was nicht unbedingt mit der aktuellen und tatsächlichen Forschungslage zu tun hat. Das heißt also, man hat natürlich einmal den Bereich der Menschen, die das sagen, man muss das eben wissenschaftlich untersuchen. Man hat aber auch Gruppen von Eltern oder so, die sich da zusammenschließen und eben diese Horrorszenarien verbreiten. Und da muss man vielleicht durchaus auch differenzieren und diese unterschiedlichen Szenarien und angstbesetzten Motive unterschiedlich betrachten. Ich möchte aber jetzt ein kleines Aber noch einschieben. Ich habe ja schon gesagt, dass also in den 80er Jahren die Spiele natürlich wirklich cartoonisch waren und wir heute natürlich eine Zeit haben, in der wir, wenn wir nicht schon mitunter haben, aber nahe dem Fotorealismus sind. Und gerade aktuelle Konsolen- und PC-Spielgenerationen, das ist schon sehr, sehr realistisch, was man da auf dem Monitor oder Fernseher sehen kann. Und man muss sich jetzt natürlich hier fragen, wenn wir über das Thema Kinder und Computerspiele sprechen, welche Verantwortung haben letztendlich Eltern? Also es gibt eine Altersfreigabe. Man muss sich natürlich fragen, und das passiert immer, das wissen wir natürlich, dass Kinder sich Inhalte besorgen, die nicht ihrem Alter entsprechen. Kinder trinken auch unter Umständen mal eher Alkohol, als sie 16 sind, also das erste Bier vor 16. Aber das sind ja immer Ausnahmesituationen. Die Frage ist natürlich, als Erziehungsberechtigter, wie gehe ich damit um, wenn Kinder sagen, ich würde gerne GTA spielen, wenn mein 14-jähriges Kind sagt, ich würde gerne GTA spielen. Wir sind kinderlos, deswegen kann ich da nur hypothetisieren. Aber da muss man sich dann überlegen, ist denn das Kind reif genug dafür? Genauso wie ein Splatter-Horrorfilm. Man muss sich dann ja auch fragen, zeige ich meinem 14-jährigen Kind einen Splatter-Horrorfilm? Oder gucke ich mit einem Kind, das muss ja nicht mal blutig sein, einen Psycho-Horrorfilm? Ja, gucke ich den ersten Alien-Film mit einem kleinen Kind, wirklich noch jugendlichen Kind, das vielleicht sogar noch Angst vor einem Monster unterm Bett hat. Ob dann so der Film Alien zum Beispiel ein guter Film wäre, um den mit dem Kind zu gucken, sei mal dahingestellt. Das heißt, die Verantwortung natürlich, welche Inhalte medialer Natur, und da schließe ich alle Medien mit ein, die ich meinem Kind zugänglich mache, sollte natürlich nach wie vor eine Entscheidung der Eltern sein. Und viel wichtiger noch, Eltern sollten Interesse daran haben. Und wenn das 14-jährige Kind reif ist und weiß, was es tut und sagt, ich möchte GTA spielen, und man mal fragt, was findest du denn daran interessant, dann ist es ja auch interessant zu hören, warum das Kind sich für ein bestimmtes Computerspiel entscheidet. Und wenn es relativ klar formulieren kann, das macht Spaß und ich weiß, das ist das Spiel und da kann man verrückte Situationen oder wie auch immer. Also wenn man den Eindruck hat, das Kind kann reflektieren, was es da tut und nicht sagen, ich stelle mir vor, das sind meine Mitschüler oder andere Dinge, was auch immer, dann ist es dann natürlich auch eine Entscheidung des Erziehungsberechtigten zu sagen, kannst du spielen oder kannst du nicht spielen. Nur man sollte nicht die Erziehung irgendwo abgeben, so wie ja auch gerne die Erziehung inzwischen an die Schule abgegeben wird, sondern erziehen muss man sein Kind selber und um sein Kind kümmern muss man sich selber. Das heißt, da sollte man auch sehr genau darauf achten und für sich mit dem Kind zusammen und der Einschätzung des Kindes entscheiden, was das Kind verkraften kann oder nicht. Und umgedreht gibt es ja auch durchaus didaktisch sehr schöne Spiele. Wenn wir mal so an den Nintendo Switch oder so denken, so die ganzen Spiele rund um Mario, da könnte man natürlich auch mal mitunter ein kleineres Kind vorsetzen. Nicht stundenlang, aber auch das ist ja denkbar. Das heißt, man muss da sehr genau hingucken und entscheiden, welches Computerspiel, wenn wir beim Thema bleiben, mache ich welchem Kind in welchem Alter zugänglich und was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Computerspiele generell gefährlich sind, sondern wie so ein Kind solche Inhalte verarbeiten kann. Absolut. Es gibt mit Sicherheit auch über 18-Jährige, denen die Spiele dann teilweise nicht gut getan haben und nicht gut tun. Also da gibt es ja auch Leute, es gibt ja 16-Jährige, die sind weiterentwickelt in ihrem Verständnis als 18- oder 19-Jährige. Das ist ja das nächste Problem. Ja, ich weiß gar nicht, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, da habe ich die Demo vor gespielt, ein Typ auf einem Raumschiff alleine, also nicht Alien Isolation, sondern davor die Reihe. Electronic Arts, wie heißt denn das noch? Drei Teile gibt es dann zwischen schon. Genau, Dark Space. Dark Space, ja genau, Dark Space. Eine Horrorgeschichte, das kann ich nicht spielen als Beispiel. Da hast du, Alexander, ein gutes Beispiel genannt. Das ist für mich nicht spielbar. Das ist Resident Evil in Dunkel mit Psycho plus Alien plus noch, wie heißt das, wo die Raumstation durchgeknallt ist. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Augen. Genau so ist das. Genau dasselbe. Ich kann es nicht spielen. Dark Space. Bin ich bei dir. Habe ich die Demo angezockt, das hat mich so gestresst nach fünf Minuten, die ersten Monster kamen, das hat mich so gestresst, habe ich gesagt, gut, brauche ich mir nicht kaufen, habe ich Geld gespart, weil ich möchte unterhalten werden im Computerspiel. GTA ist so die Grenze, wenn da die Missionen zu schwierig werden und meine Fähigkeiten sind nicht so gut als Konsolenspieler. Auf meinem PC läuft sowas eh nicht, weil der nicht hochgerüstet genug dafür ist. Dann ärgere ich mich auch. Dann bin ich auch gefrustet. Das löst ein bisschen Aggression in mir aus, aber dann ärgere ich meine eigene Unfähigkeit. Aber das ist so. Ich gucke ja auch keine Horrorfilme und dementsprechend spiele ich auch keine Horrorspiele. Also das ist tatsächlich, das Medium ist mir dann schnurz. Ich mag Horrorfilme nicht so gerne, wenn ich plötzlich Horrorspiele gerne spielen würde. Da bin ich sehr konsistent. Ich wollte einen Punkt nochmal ansprechen, was mir mal auffällt, auch in Berichterstattungen, wo ich mal lachen musste, auch schon früher, da habe ich den gelesen, irgendwo ist eine Gewalttat gewesen und das muss von einem Computerspiel sein, weil der hatte Counter-Strike im Schrank stehen oder was auch immer. Und da habe ich auch überlegt, wenn ich jetzt überlege, wie viele Millionen Leute einen Counter-Strike im Schrank stehen haben. Und dadurch wird dann so ein Quatsch festgemauert in Zeitungen. Also natürlich würden wir alle, also selbst ich habe irgendwann, zumindest nicht die Kaufperson, aber mal Counter-Strike bei mir auf dem Rechner gehabt, obwohl ich auch generell dem Studergenre gar nicht so zugetan bin. Aber natürlich, was wir hier haben möchten ist, wir möchten natürlich nicht, wenn ein jugendlicher Amok läuft, eingestehen, dass wir als Gesamtgesellschaft versagt haben. Das ist auch eine Form von Komplexitätsreduktion. Genau, da sind wir dann fast so was wie bei einer Verschwörungstheorie. Und wieder über Trump. Ja, genau. Denn du müsstest dann ja darüber nachdenken, also gerade wenn wir nach Amerika gucken, Amok-Läufe, wieso hat überhaupt ein jugendlicher Zugriff auf automatische Waffen zum Beispiel? Das ist ja eine völlig berechtigte Frage, unabhängig davon, was da in seinem Schrank stehen hat. Genau. Und all diese Themen sollen ja nicht aufgemacht werden. Und die Waffenlobby gerade in den Vereinigten Staaten, das ist keine Verschwörungstheorie, haben einen unglaublichen wirtschaftlichen Machtfaktor. Und auch gesellschaftlichen Faktor. Also die halten auch in ländlichen Gegenden, sind die so mit der Gesellschaft, mit der Community verwoben, dass der Einfluss, den sie auf die Gesellschaft ausüben können, gar nicht überschätzt werden kann. Also der ist einfach immens. Wo in Deutschland über die Kirche auf dem Land diskutiert wird. Jetzt die NRA in den USA. Jetzt die NRA, die Waffenlobby in den Vereinigten Staaten. Und natürlich ist es da viel einfacher, eine Kausalität herzustellen, zu sagen, das kommt wieder Spiel schuld. Aber du hast völlig recht, Patrick. Wenn das eine Kausalität wäre, dann würde man gerade auch in einer Großstadt wie Hamburg wahrscheinlich nur von Deckung hechten. Ja, ja. Oder hechten immer nur so. Von Blumenkübel zu Blumenkübel, weil natürlich ringsum nicht rumgeschossen wird. Überall sind die Scharfschützen. Ja. Die lame Snipers, die überall. Da fällt mir eine Sache zu ein. Ich bin ja immer mal wieder, gerade in den Zeiten, wo wir in Amerika das Columbine-Massaker war, das war ja ein großer Trend. Und daraufhin dann plötzlich bayerische Politiker sehr gerne haben dann darauf hingewiesen, dass ja die Shooterspiele schuld sein müssen. Die Jugendlichen würden ja immer weiter verrohen und wie beim zweiten Mythos Gewaltspiele führen zu echten Gewalt. Und dazu der Film rauskam Bowling for Columbine. Und da da ja einfach die Frage gestellt worden ist, kann es sein, dass die einfach amok gelaufen sind in der Schule, weil sie einen schlechten Tag beim Bowling erwischt haben. Und das passt ja ganz gut, Alexander, was du da vorhin zu gesagt hast, nämlich, dass eigentlich das Problem ja sein kann, du weißt ja gar nicht, was das für Menschen sind, was der Auslöser ist für die Gewalt und wie ihre Gewalt, ihren Pegel wieder loswerden können. Und vielleicht hat das Bowlen nicht dazu geführt, dass ihr Gewaltpegel, dass sie den losgeworden sind, sondern hat ihn noch genährt. Und wenn das nicht weggeht, dann löst sich das in etwas Furchtbarem. Und es ist ja auch egal, wo sie sich ihre in Anführungszeichen Inspiration herholen. Durch einen Wutanfall beim Bowling, durch eine Szene aus dem Computerspiel, durch einen Abschnitt aus einem Buch oder durch einen Song. Schlechtes Sandwich. Im Endeffekt kann man das alles auf eine Sache beziehen, aber wie wir vorhin schon gesagt hatten, der Ausgangspunkt kann sonst was sein eigentlich, wenn die Leute dafür anfällig sind. Und man muss mal sagen, eine andere steile These, immer diese Erklärungsansätze, ich gehe jetzt mal davon aus, dass nahezu 100% alle Armokläufer eine Unterhose getragen haben. Genau. Auch darüber kann man sich mal Gedanken machen, also was das mit der Kausalität zu tun hat. Also so einfach sind natürlich diese Verstreckung nicht, aber bei einer geschockten Bevölkerung, bei einer geschockten Familie, natürlich ist man bemüht, recht schnell eine einfache Erklärung zu finden und gerade dann, wenn Jugendliche, nicht nur Armokläufe, sondern auch jugendlicher Selbstmord ist so ein Thema natürlich. Das ist ein Versagen einer gesamten Gesellschaft oder so wird es ja häufig empfunden, wenn Jugendlicher in den Freitod geht oder einen Armoklauf begeht. Wie konnte das denn passieren? und dann ja auch immer in der Regel in Gesellschaften der ersten Welt. Die haben das nicht gemacht, um Essen zu haben, um zu überleben, sondern in einem reichen Land passieren solche Dinge und das hält ja der Gesellschaft am Ende auch einen Spiegel davor, was es für negative Seiten in ihr selber geben kann und wenn man es dann abschieben kann, ist es natürlich besonders einfach und der Begriff Killerspiele, das ist ja auch ein ganz klares Beispiel von Framing, was mich ja schon geärgert hat, bevor ich das Konzept von Framing in Sprache verstanden habe. Das hat mich als 16-Jähriger schon irgendwann genervt, dass es diesen Begriff Killerspiele plötzlich gab oder lass es 19 gewesen sein. Doom, das Killerspiel. Nee, Doom war ein 3D-Shooter und hat Spiele auf ein neues Niveau gegeben. Killerspiel ist genauso geframed wie eine Flüchtlingskrise. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir in Deutschland eine Flüchtlingskrise hatten. Also es gab vielleicht ein paar Flüchtlinge, die gekommen sind. Von der Welle möchte ich auch schon fast nicht mehr sprechen, weil die Zahlen dann ja doch hinterher deutlich andauerwhelming waren, wie es in der Realität war. Aber da sieht man natürlich schon, Politiker, gerade eher den konservativen Flügel zugetan, benutzen dann den Begriff Killerspiele und der hat sich ja leider durchgesetzt. Da wird ja bis heute drüber gesprochen und überhaupt gar nicht differenziert, um was es geht. Und Counter-Strike ist ja eher dann noch bei der Überprüfung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften eher als nicht bedrohlich eingestuft worden, sondern eher als förderlich dem Teamverhalten gegenüber, weil man in dem Spiel kooperieren muss. Gerade in Counter-Strike kann man ja nur bestehen, wenn man als Team zusammenarbeitet. Da müsste es demnach ja Teams von Massenmördern geben. Richtig. Wobei, zum Thema Gewalt nochmal und Aggressivität in den Computerspielen, Competition, also ein hohes Maß an Konkurrenzdenken in Computerspielen, kann so eine Viertelstunde zu einem gesteigerten Aggressionspotenzial führen, wenn man verloren hat. Aber ich meine, wer kennt es nicht? Wer findet es super, wenn man verloren hat? Du meinst absolut. Mensch, Mensch ärgere dich nicht. Wie viele Amokläufe mussten dadurch ausgelöst worden sein? Ich habe es kinder Tisch gesessen, wenn ich, wenn ich Ärger nicht verloren habe. Ich kenne das. Ja. Aber ich bin da nicht rausgegangen und Amok gelaufen. Also ich weiß nicht. Lass uns mal in den Klischees vielleicht ein Stück weiter gehen. Wir haben uns noch ein paar schöne gefunden. Einen könnte man eigentlich gleich ausschließen, weil wir reden hier schon darüber. Wir haben ja schon eingestanden, dass wir Spiele spielen. Es wird ja immer wieder gesagt, Computerspiele sind was für Kinder. Ja, es ist interessant, dass man da heute noch drüber reden muss. Also man könnte die Frage natürlich erweitern, spielen nur Kinder oder spielen auch Erwachsene? Also wenn man die Frage dahingehend erweitert, dann kann man sich die Antwort sowieso eigentlich schon mal geben, weil das Spielen übrigens eine Wissenschaft, die inzwischen in der Kulturwissenschaft einen ganz festen Platz hat und auch natürlich im Bereich der Kulturwissenschaft jetzt verschiedene Ausprägungen auch wiederum hat. Also Spielwissenschaft, die sich mit Rollenspiel beschäftigt, mit Computerspielen etc. ist natürlich nicht mehr wegzudenken aus unserer Forschungslandschaft und ist als Betätigung, das Spielen an sich, auch aus unserer Kultur nicht wegzudenken. Spielen einfach Menschen in der Kultur alle Altersstufen? Man könnte sich eventuell noch die Frage stellen, was spielen Menschen verschiedener Altersstufen? Gibt es da irgendwie verschiedene Ausprägungen? Also spielen Kinder eher ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Art von Spielen und Erwachsene vielleicht eher eine andere? Also das sind natürlich interessante Forschungsfragen, denen man sich da auch widmen kann. Das machen auch ganz furchtbar viele Menschen. Aber dass das Spielen fest verankert in unserer Kultur ist, alle Altersstufen betrifft und einfach wahnsinnig spannende Fragen auch für unsere gesellschaftliche Funktionalität aufwirft, glaube ich, steht vollkommen außer Frage. Und da kann man sich dann eigentlich nur noch aussuchen, welchem Fachgebiet welcher Forschungsfrage man sich gerne widmen möchte und dann kann man sich so richtig austoben. Sieht man ja bei den Handyspielen auch. Da spielen ja alle Altersschichten dran. Diese casual Spiele auf die Handys werden von älteren Frauen, älteren Männern und Kindern teilweise gespielt und andere Genres, das hast du ganz richtig auch gesagt eben, sind ja vielleicht ein bisschen spezieller für männliche oder weibliche Spieler, aber grundsätzlich spielen sie doch alle, egal wie alt, egal aus welcher Sozialisation. Ja, völlig richtig. Aber was man natürlich auch sagen muss, wir sind die Generation, die aufgewachsen sind mit Computerspielen. Wenn man jetzt aber schaut, wer im Moment das politische Klima bestimmt, dann ist es aber immer noch eine Generation über uns, die nicht mit Computerspielen aufgewachsen sind. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie oder eine Meinungsmache, die ich hier mache, aber einer der Gründe, warum der gesellschaftliche Diskurs in diese Reihe geht. Und natürlich sind die Menschen, die stark Computerspiele kritisieren oder sagen, das machen ja nur Kinder, genau die, die eben nicht als Erwachsene spielen. Mein Spielverhalten als Erwachsener hat sich geändert. Ich habe in meiner Jugend viel gespielt. Je älter ich wurde, weniger. Das hat einfach was mit Zeit zu tun. Aber das sind vielleicht auch viele Menschen, die sich einfach auch gar nicht bewusst sind, was sie da gerade machen. Also das sind wahrscheinlich auch der Politiker, der sagt, ja, Killerspiele böse und so und nur Kinder spielen, ist vielleicht trotzdem der, der irgendwie auf dem Handy solitär spielt oder weiß der Geier was, aber sich gar nicht klar macht, was er da gerade tut. Also insofern glaube ich, sind da einfach ganz viele Irrtumer im Umlauf. Und wenn man sich einmal nur bewusst macht, was man da gerade tut und was die gesellschaftliche Struktur überhaupt ausmacht, was unsere Kultur ausmacht, dann wird man sich ganz schnell der Tatsache bewusst, dass das ein Irrtum ist. Aber das löst sich ja von selbst. Was ich vorhin schon sagte, ich habe einen Bericht letztens von der USK gesehen, wo jetzt jüngere Leute in den Gremien, in den Vorständen sitzen, wo jüngere Leute Prüfberichte vorlegen oder diese Prüfungen vornehmen oder auch diese Expertenberichte abgeben. Und da kommen natürlich jetzt ganz andere Ergebnisse raus, weil die sind anders mit Computerspielen aufgewachsen oder sind überhaupt mit Computerspielen aufgewachsen, wie die Leute, die da in den 80er Jahren, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft im Rentenalter vorm Rechner standen und nicht wussten, wo der An- und Ausschalter ist und sich keiner von der Straße holen mussten, die ihnen zeigen, wie man eine Taste drückt. Also das hat sich schon ganz schön verändert. Das wird ja doch immer mehr in die Richtung gehen. Definitiv. Und die Dimension von Computerspielen ist ja auch die Tatsache, das, wie heißt denn dieses Jules-Spiel auf dem Handy, das ist das absolut beliebteste Candy Crush. Ja, Candy Crush. Danke. Wenn man bedenkt, dass Candy Crush für mehr Geld verkauft worden ist, als die gesamte Star Wars-Lizenz von George Lucas an Disney, dann sieht man doch aber auch, wie der gesellschaftliche Impact und der wirtschaftliche Impact von Computerspielen natürlich ist. und wenn nur Kinder Computerspiele spielen würden, wir wissen, Kinder sind ein kaufstarkes Segment natürlich in der Gesellschaft, auch durch Geschenke und solche Geschichten, gar keine Frage, aber alleine das zeigt ja schon, dass im Wesentlichen mobiles Spiel und der Besitz dieser Lizenz mehr wert ist als die Star Wars-Lizenz. Mich würde mich interessieren bei diesen In-App-Käufen, das sind ja auch keine Kinder zum Großteil, das sind auch teilweise die biedere Hausfrau in Anführungszeichen oder die junge Hausfrau oder das junge Mädchen oder der ältere Herr, die fangen da auch irgendwann an und fangen plötzlich an, da In-App-Käufe zu tätigen und merken gar nicht, dass sie selber in diesem ganzen Sog mit drin sind. Ja, also es ist... Da wären wir nämlich schon ein guter Punkt für den vierten Mythos, den der liebe Herr Siegel hier gemacht hat, nämlich, denn Mädchen spielen natürlich keine Videospiele, oder? Liebe Alexa? Ja, das ist natürlich auf demselben Level im Prinzip anzusiedeln wie nur Kinderspielen, Videospiele. Natürlich gibt es auch jede Menge Frauen, die Computerspiele spielen. Es ist vielleicht natürlich so, dass weibliche Gamer oder Gamerinnen in dem Fall auf andere, sagen wir mal so, Obstacles stoßen, was die Szene angeht, dass sie eben mit anderen Problemen zu kämpfen haben als männliche, Spielerspieler. Aber die Tatsache, dass auch Frauen Videospiele spielen, ist, glaube ich, einfach nicht mehr von der Hand zu weisen. Es gibt, wenn ich mir allein angucke, wie viele Videogame-Historians es auch gibt, weiblicher Natur, die sich eben mit dem Thema beschäftigen, dann ist allein das schon ein Beleg dafür, dass das Thema auch für Frauen absolut relevant, interessant und auch als Forschungsfrage eben immens spannend ist. und von YouTube-Channel von spielenden Frauen mal ganz abgesehen, die auch als Sprechstück kamen. Wir kommen gerade von der Gamescom und wir hatten da zwölf Spiele-Stationen und da war über die Hälfte zeitweise von Frauen belegt und das waren nicht immer nur die Pac-Man-Spiele. Also das fällt auf und das wird gefühlt auch tatsächlich jedes Jahr mehr. Also ich würde inzwischen sagen, da ist gar nicht mehr der essentielle Unterschied, ob Mädchen- oder Jungspiele oder Männer oder Frauen. Also was natürlich ein schwieriges Thema ist, ist in der Szene sozusagen eine Gleichberechtigung aller Geschlechter, also aller Menschen, dass die wirklich eben nicht mit Diskriminierung zu kämpfen haben, dass sie wirklich alle ja die gleiche Freude, das gleiche Maß an Beteiligung auch in Einflussnahme auf die Szene haben. Das ist natürlich was, was man diskutieren kann und auch sollte und wo sicherlich noch eine Entwicklung stattfindet und auch in Zukunft sozusagen das Thema noch nicht auserzählt ist, sondern sich da noch viel tun wird, denke ich. Aber da hat sich auch in den vergangenen Jahren, möchte ich mal behaupten, schon wahnsinnig viel verändert, eben auch dadurch, dass die gesellschaftliche oder der gesellschaftliche Diskurs stattgefunden hat, dass der auch nicht immer mit probaten Mitteln ausgetragen wird und dass es da auch unschöne Vorkommnisse und Beispiele gibt, würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen zu diskutieren. Aber er findet statt und die Veränderungen sind da und spürbar und werden auch noch weitergehen. Und tatsächlich, wenn ich ein Unternehmen wäre oder ein Vertrieb wäre, Distributionsfirma, die Computerspiele vertreibt, der Markt ist ja im Prinzip schon fast gesättigt. Also fast jeder jugendliche Mann, junge Erwachsene spielt Computerspiele in seinem Segment. Da ist die Frage, ob sie eher der Konsole zugetan sind und welcher Konsole beziehungsweise PC. Aber der Wachstumsmarkt für die Industrie sind ja tatsächlich Frauen, junge Mädchen und Mädchen. Wenn ich mich als Industrie weiterentwickeln möchte, dann würde ich natürlich auch schon allein aus dem Grund ganz stark auf dieses Käufer-Segment setzen. Und ich finde, dass so mit den Sims, das war so eine Entwicklung, so Mitte, Ende der 90er kamen die Sims auf dem Markt, die erste Iteration, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, die Sims war so eins der Spiele, wo ganz viele Frauen plötzlich gesagt haben, ach, guck mal, da kann man ja Häuser bauen, das ist ja total nett und ich kann da was einrichten. Und das war sicherlich, ob das Absicht war vom Hersteller, sei mal dahingestellt. Burnright hat das mal im Interview gesagt, dass natürlich er sich darüber freut, dass es auch zu einem anderen Segment von Spielern führt. Doch, klar. Siehst du? Also ich finde das nur absolut logisch und würde das rein aus kapitalistischer Sicht wäre es ja doof, wenn Mädchen keine Konversspiele spielen würden. Und Eurobeobachtung ist, glaube ich, auch das, was sich in den Statistiken, die ja jährlich auch abgefragt werden, zeigt, der Anteil von Mädchen und jungen Frauen wächst zunehmend in der Szene und dann auch, glaube ich, über die Genres hinweg. Also es ist eben nicht mehr so, dass Mädchen nur die Spiele spielen. Genau. Sondern da gibt es durchaus auch inzwischen Frauen, die, und wie gesagt, wenn man da mal YouTube diese Game, wie heißt das, Let's Play Videos sich anschaut, die spielen auch Strategiespiele oder Aufbausimulationen, was auch immer. Ich glaube, das wird sich vermischen. Noch eine Generation weiter wird dieses Mann-Frau-Thema auch da kein Thema sein. Sexismus in der Games-Landschaft, glaube ich, ist ein Thema, wie überhaupt auch in der Gesellschaft. Und natürlich ist die Spielszene traditionsgemäß so jung, wie sie ist, noch eher männlich geprägt. Das wird sich auch abschleifen. Da muss sie noch einiges tun. Das hast du ja auch schon angedeutet, Alexa. Aber ich glaube, sie wird zunehmend weniger toxisch, als sie war. Die Frage ist natürlich, wie finden sich Menschen mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten überhaupt in den Games wieder? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Das ist eine Frage, die kannst du dir aber auch zum Beispiel für die Literatur stellen und die wird auch zunehmend gestellt. Also ich kann es jetzt zum Beispiel sagen, weil ich Paar-Mitglied bin, Fantastik-Autoren-Netzwerk und auf den Tagungen, die die haben, auf den Treffen, da wird natürlich die Frage diskutiert, finden sich Menschen verschiedener geschlechtlicher Identitäten wie in welchen Romanen wieder und haben Autoren eine Verantwortung dafür, nicht nur für heterosexuelle Männer Romane zu schreiben oder heterosexuelle Frauen oder wie auch immer, sondern haben sie auch im Blick zu haben, dass es eben Menschen mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten gibt und dann eben auch mal den Blick über den Tellerrand ihre eigenen Geschlechtsidentität zu wagen. Das sind natürlich ganz, ganz spannende Dinge mit denen man sich beschäftigen kann und sollte. Ja, aber das wird, denke ich, auch in zunehmendem Maße getan. Ja, lasst uns doch mal einen Punkt weitergehen. Das ist auch ein Punkt, der mich auch in die Gamescom erinnert. Hier wird gesagt, Videospiele werden verwendet, Soldaten auszubilden und ich hatte ein schönes Erlebnis auf der Gamescom. Ich habe da jemanden getroffen, den wir aus unserem eigentlichen Job kennen und der dachte, ich bin dort pressetechnisch unterwegs und hat gar nicht gemerkt, dass ich der Aussteller war mit Robin zusammen und der erzählte mir dann, dass das für ihn ja schlimm wäre, auf der Gamescom zu arbeiten, weil hier würde ja der dritte Weltkrieg geprobt werden und hier würden die Leute ja zu Drohnenpiloten ausgebildet werden und das sei alles böse. Er ist froh, wenn er diesen bösen Ort wieder verlassen kann und ganz ehrlich, das war jemand, den ich für ganz normal gehalten habe, für ganz normal eingeschätzt hätte und ich war ein bisschen geschockt, weil das ist so ein, das waren so Aussagen, die hätte ich jetzt tatsächlich in der heutigen Zeit so nicht erwartet. Es war die perfekte, das perfekte Intro für Hoaxilla, würde ich sagen. Also ja, wobei, ich verstehe, dass bei ihr, ich meine, ihr seid ja alle beide so tief in diesem Gaming drin, ihr habt so eine große Liebe für Computerspiele, dass euch das schockt, aber wenn ich so überlege, ich sitze im Kino und gucke mir die Werbung von einem Kinofilm an und dann nimm mal einen aktuellen Weltkriegsshooter, keine Ahnung, wie die alle heißen, Call of Duty, zum Beispiel sowas, da läuft dann die Werbung für dieses Spiel nahezu fotorealistisch und eine Minute später kommt ein Bundeswehrwerbeclip, der fast dieselbe Symbolik, dieselbe Bildsprache benutzt und sagt, komm zu uns, hier hast du geile Jobs, geile Technologie, was ja sogar stimmt, ich meine, Rüstung ist ein Treiber für Forschung, ob wir das mögen oder nicht, so ist es ja nun mal leider, der grundsätzliche Gedanke, dass das irgendwie miteinander vernetzt ist, den kann ich sogar nachvollziehen, wenn man nicht im Thema ist, so und dann kommt natürlich die Einschränkung, es ist natürlich völliger Bullshit und alle Bemühungen, zum einen Soldaten mit Computerspielen oder Simulationen zu trainieren, sind mehr oder weniger eingestellt worden, als man begonnen hat, mit Vektoren zu arbeiten und 3D-Sachen darstellen konnte, fand man das prima und hat gedacht, prima, damit können wir Panzerfahrer zum Beispiel trainieren oder andere Jobs trainieren innerhalb des Militärs, das hat nur so semi-gut funktioniert, umgedreht, muss man natürlich sagen, Flugsimulatoren, zivil wie auch militärisch, das ist halt schon auch ein aufgebauter Flugsimulator, wie wir ihn zu Hause unter Umständen auch gerne fliegen, also die Grenzen sind da fließend, aber der Vorwurf, den du da natürlich gehört hast auf der Gamescom ist, Menschen sollen Computerspiele spielen, damit sie desensibilisiert sind, sie sollen den Waffengebrauch lernen, sie sollen taktische Manöver kennenlernen, damit, wenn es so weit ist, wir die rekrutieren können, das ist mein Ansatz. Es ging ja glaube ich nicht so sehr in diesem Vorurteil darum, dass Simulatoren als Trainingsmethode genutzt werden, sondern ich glaube, was da so ein bisschen mitschwingt, auch in der Geschichte, die du geschildert hast von der Gamescom, dass Menschen, die vielleicht nur Spaß an Videospielen haben, dann eben durch den Einstieg in diese Szene sozusagen weitergeleitet werden ans Militär und dass dann eventuell Dinge, die oder Charaktereigenschaften, die durch das Video ein bisschen angeregt werden, von dort quasi ausgebaut werden und der Mensch dann auch so ein bisschen verändert wird und dann irgendwie der perfekte Soldat wird. Also vielleicht etwas, was er sonst nie gemacht hätte, dass er dann halt irgendwie auf einmal als jemand sich wiederfindet, der Drohnen steuert und irgendwie gar nicht weiß, wie das passiert ist, weil den irgendwie so diese Einstiegsdroge Videospiel dann zum Militär gebracht hat und von dort aus eben. Also das sind halt auch wieder so ein bisschen so die Ängste, die wir haben können Videospiele Menschen derart verändern, dass sie dann eben Dinge tun, die sie in normalen oder unter normalen Umständen niemals auch nur angedacht hätten und da wird es dann schon wieder so ein bisschen Fringe-mäßig und da verlassen wir dann schon wieder so ein bisschen den Boden der Realität, denn wahrscheinlich ist die Kausalität dann wieder genau umgedreht, also Menschen, die eh sich, also die Veranlagung haben für sowas, kein Problem damit haben, Drohnen zu fliegen, die eventuell auch mit Waffen ausgestattet sind, die werden dann vielleicht aktiv diese Karriere oder diesen Karriereweg einschlagen, wobei, also was das Fliegen von Drohnen mit denjenigen macht, die sowas tun, also da gibt es ja tatsächlich auch Menschen, die das mal gemacht haben und die dann irgendwann genau diesen Dienst quittieren mussten und wirklich arge psychische Probleme haben, also wenn man da sich mal Interviews durchliest oder anschaut mit Menschen, die da Erfahrung gemacht haben, das ist schon brutal, aber ja. Es ist ein dummes Vorurteil. Ja, und das ist halt eine Angst, auch wieder so ein angstbesetzendes Motiv, was da eine Rolle spielt, so dieses irgendwie, ich kann es nicht genau einschätzen, könnte ja vielleicht so sein, macht mir Sorgen, weil ich mich nicht so genau auskenne damit, das ist halt schwierig. Ja, den nächsten Punkt können wir recht schnell machen, also da wird hier beiseite geschrieben, dass Videospiele als Ausdrucksform keine Bedeutung haben, behaupten einige oder viele und da ist ja erstmal der Punkt, wenn man mal guckt, welchen Stellenwert heute Videospiele haben, welcher Umsatz damit gemacht hat, gemacht wird oder auch die Entwicklungskosten bei Produkten, da sind ja in vielen Bereichen schon die Kosten oder auch die Erträge von Film und der Filmwirtschaft übertroffen worden inzwischen. Das ist definitiv der Fall, ob das die Ausdrucksform besser macht, sei mal noch dahingestellt, aber ich kenne einige Computerspiele, die eine bessere Geschichte haben als Hollywood-Filme, die ich mir dann reingequält habe und da habe ich dann gedacht, da hätte ich besser lieber noch ein gutes Computerspiel gespielt. Ich glaube, wie bei allen Medien sind Computerspiele ein künstlerisches Medium auf einem sehr, sehr hohen Niveau inzwischen und von Musik über auch die Stimmen, ich meine, guckt euch mal die Synchronstimmen bei den Originalversionen, den amerikanischen und englischen Versionen an, da geht sich ja auch die Hollywood-Schauspielerige inzwischen die Klinke in die Hand in den Synchronstudios, um die Stimmen für die Spiele zu generieren. Das ist eine ganz eigene Industrie geworden, stimme ich dir völlig zu und da gibt es gute Geschichten und schlechte Geschichten, so wie es gute und schlechte Bücher gibt und gute und schlechte Filme. Das hätte ich jetzt nämlich noch angeschlossen, also gerade wenn man jetzt die Frage umformuliert Videospiele haben als künstlerische Ausdrucksform keine Bedeutung, ist natürlich vollkommener Blödsinn, aber es gibt eben auch schlechte Filme, schlechte Bücher, schlechte Kunstwerke, gibt es eben auch schlechte Videospiele, aber eben auch Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst hieß es Wunst. Das ist ein Spruch übrigens, mit dem ich aufgewachsen bin, ich habe keine Ahnung warum, aber jetzt konnte ich ihn endlich mal bringen, nach Jahren im Podcasting. Mit einem Spruch, mit dem auch viele aufgewachsen sind, der führt uns vielleicht sogar zum nächsten Punkt, da wurde immer gesagt, Mensch, sitzt nicht so lange vom Computer, geh lieber raus und mit anderen spielen, vom Computer, da wird bist du doch total sozial isoliert. Ja, sitzt nicht so lange vorm Fernseher, sonst kommst du nicht raus und bist total isoliert. Bist du keine Freundin, genau. Wobei ich natürlich sagen muss, dass das in den End-80er, Anfang 90ern war es eher isolierend, dass man halt den Kumpel drüber... Moment, Moment, da muss ich einmal gleich einhaken. Da gibt es eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten Jahren. Früher habe ich mit mehreren Leuten vom Zweistig gesessen, da hatten wir ein Splitscreen oder haben Multiplayer-Spiele an einem Gerät gespielt. Heute sitzt man teilweise alleine vorm Rechner und spielt übers Internet. Wann war man isolierter? Also das finde ich jetzt zu poscher. Du nimmst immer einen Punkt weg, den ich machen wollte. Also wenn ich alleine... Ich stimme dir völlig zu, wenn ich alleine gespielt habe, habe ich alleine gesessen. Ansonsten kamen Leute mit einem Competition Pro vorbei und man hat zusammengezockt oder Disketten kopiert. Das ist das andere. War aber auch sehr sozial. Und ich stimme dir völlig zu, diesen Multiplayer-Charakter, also wer das noch halbwegs macht, das muss man tatsächlich sagen, als Hersteller, ist Nintendo. Die haben ja immer noch so die Idee davon, dass Spielen so ein Event auch im Wohnzimmer ist mit mehreren Leuten. Also die Switch ist ja auch ein bisschen in die Richtung ausgelegt, aber ich stimme dir völlig zu. Multiplayer bedeutet heute eigentlich eher, ich sitze alleine vor einem Gerät und irgendwo anders in einem anderen Raum, entweder nebenan oder ein paar hundert Kilometer entfernt, sitzt jemand anders alleine vor seinem Gerät. Auch das ist nicht wirklich Isolation, weil man natürlich das Gefühl hat. Allerdings, glaube ich, macht es wie in allen Dingen im Leben der Mix ist so ein bisschen. Das heißt, man kann natürlich auch mal alleine zocken. Wenn man dann gar nicht mehr das Haus verlässt, dann ist das problematisch. Und umgedreht kann man aber auch sagen, Menschen, die generell sozialphobisch sind, auch das gibt es ja, und wir kennen das in der Psychologie, Agoraphobiker, die einfach Riesenprobleme haben, ihr Haus zu verlassen, sozial dann wirklich auch vereinsam. Für die ist Internet, soziale Medien und unter Umständen dann auch Computerspiele mit Sprachübertragung, wo man dann zusammen auch im Sprachchat ist, vielleicht noch eher etwas, wo sie zumindest einen gewissen sozialen Kontakt haben, wobei ich sagen muss, das wäre dann so ein Punkt, wo man am Ende dann doch nochmal schauen müsste, die Menschen aus dieser Isolation rauszuholen, weil das natürlich kein Ersatz für das echte Leben außerhalb ist. Aber ich finde durchaus, dass Interaktion im Internet auch eine echte Interaktion ist. Es sind Menschen, die miteinander interagieren. Und insofern ist das so ein bisschen Zwiegespalten, aber so wie es hier steht, ist es natürlich Quatsch. Woran ich jetzt gerade noch denken musste, da haben wir, glaube ich, gestern, vorgestern drüber gesprochen, dass es mittels 3D-Technologie jetzt die Möglichkeit gibt, eine Konfrontationstherapie für Sozialphobiker zu machen. Das heißt also, die kriegen eine 3D-Brille aufgesetzt und werden dann in eine Situation geworfen, eine Simulation einer Situation, die ihnen normalerweise Angst machen würde. Also, weiß ich nicht, stehen an der Kasse im Supermarkt, bedrängt von ganz vielen Leuten, die alle genervt sind oder sich aufhalten auf einer Party und können dann eben über diese Simulation solche Situationen einüben und damit umzugehen lernen, was ja auch wieder so eine Art spielerische Herangehensweise ist, wenn man so möchte, was ich ganz interessant finde. Ja, weil die Zeiten, wo Leute, die sich rechnen oder anbeklemmt haben und auf Landpartys gegangen sind, die sind ja nun tatsächlich vorbei. Das waren ja auch, selbst das wurde ja früher kritisiert, aber da war man doch mit ganz vielen Leuten zusammen. Ja. Aber man war nicht mit den Normalen, man war ja mit den Kranken zusammen in einem Raum. Das hat die Leute ja gestört. Man hat die ja nicht verstanden. Mit denen, die den Krieg trugen, genau. Genau. Wobei es ja immer noch die Demo-Partys und die Demoszene gibt, wo sich die Leute ja doch noch treffen. Aber das ist dann tatsächlich, glaube ich, eher so eine so eine etwas antiquierte Generation, wie wir es inzwischen sind, die dann daran noch Spaß haben, auf irgendwelche Demo-Partys zu gehen. Wobei auch da gibt es immer noch Nachwuchs. Ja. Da habe ich immer nur das Gefühl, das größere Problem sind die Handys. Aber das kann man mal dahingestellt. Ja. Wobei es gibt dieses wunderbare Bild, also auch die Kritik, alle gucken nur noch auf ihr Handy in der U-Bahn. Da gibt es ja dieses Foto an der U-Bahn, wo alle eine Zeitung in der Hand haben und in die Zeitung gucken. Also ob ich jetzt meine Zeitung ausgeklappt in der U-Bahn lese oder auf meinem Handy digital lese. Gut, wobei es da Sachen gibt, wo ich mich immer noch aufregel, ich verramiere, aber wenn Leute ihr Handy zum Telefonieren schräg vor den Mund halten statt ans Ohr oder sich Sprachnachrichten hör- und herschicken statt Texte, das hat für mich ganz absurde Züge. Das ist heute normal, muss ich für normal halten anscheinend. Aber ich selber bin jedes Mal verwirrt, wenn Leute das machen. Ich habe kürzlich eine junge Dame in der U-Bahn gesehen, die die Kopfhörer vertauscht hatte und dann sind die ihr immer aus dem Ohr gefallen und sie hat ewig rumgefuhen und ich habe es aber nicht über mich gebracht, sie anzusprechen, weil ich nicht wusste, wie die reagiert. Also es gibt ja dieses Mansplaining und ein älterer Mann, der eine junge Frau antritt, aber die tat mir so leid und ich wollte ihr eigentlich nur sagen, pass mal auf, du musst die einmal tauschen, dann passen die auch in die Ohren rein. Das war nochmal die neue Ebene von ich halte mir mein Handy wie so eine Tafel Schokolade vor dem Mund, weil ich glaube, dass ich nicht in dieses Mikrofon, was an meinem Hals hängt, spreche, sondern unten ins Mikro reinsprechen muss, was ja völliger Bullshit ist, wenn ich da ein Kopfhörer eingestöpselt habe. Aber ich habe es nicht über mich gebracht, sie anzusprechen, weil ich dann gedacht habe, wer weiß, wie so die Reaktion in der U-Bahn ist nach vorübergepackt in Hamburg. Aber sie tat mir sehr leid und sie hat das Problem auch nicht für sich gelöst. Ihr ist nicht aufgefallen, dass die eher immer aus den Ohren rausfallen, weil sie sie falsch rum eingesetzt hat. Aber gut, das dazu. Vielleicht wollen wir zum Schluss nochmal einen Punkt ansprechen, den ihr schon mal in eurem Podcast über Computerhoaxes erwähnt hattet. Da hatten wir noch eine kleine Erweiterung, da ist es ein bisschen weitergegangen. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass ihr mal über Polybius gesprochen habt. Ja. Oh ja. Definitiv. Könnt ihr das mal kurz zusammenfassen, was es da ging und dann können wir nochmal eine Ergänzung liefern vielleicht. Ach, das ist also wunderbar. Also ich mag die ganze moderne Sage von Polybius. Ich mag ja auch den Slenderman. Beides ist vielleicht ein bisschen ähnlich einzustufen. Also es geht im Prinzip um ein Arcade-Game aus den 80er Jahren, was also in Portland für einige Aufregung gesorgt hat. Menschen, die das gespielt haben in einer Spielhalle, die haben gruselige Symptome gehabt, also von epileptischen Anfällen bis hin zu Bewusstseinsveränderungen und alles Mögliche. Es hat einen Selbstmord gegeben im Zusammenhang mit diesem Polybius-Spiel und merkwürdigerweise tauchen dann auch noch so richtige Man in Black auf, die diese Spielekonsolen wieder einsammeln und dann sich auch Informationen suchen über die Spieler. Also es steckt in dieser modernen Sage von Polybius im Prinzip alles drin, was wir so aus anderen Verschwörungsmythen oder modernen Sagen auch kennen. Also die Man in Black, die natürlich von der Regierung stammen und Daten sammeln über die Spieler, dass also dieses Spiel einfach nur dazu dient, Menschen zu beeinflussen. Also gerade, das spielt ja in den 80er Jahren diese moderne Sage, es spielen natürlich auch solche Motive mit hinein, wie das tatsächliche CIA-Programm MKUltra, also wo tatsächlich versucht wurde, dass ja Menschen dahingehend zu verändern, dass man sie eben besser kontrollieren kann, mit Hilfe von LSD eben zu Dingen zu bringen, die sie sonst vielleicht nicht tun würden. Und in den 70er Jahren sind viele Akten, was dieses MKUltra-Programm angeht, veröffentlicht worden. Es gab das Church Committee, was also tatsächlich öffentlich Untersuchungen angestellt hat. Und es ist eben rausgekommen, dass die CIA da Experimente durchgeführt hat, auch an unwissenden Menschen und einfach Dinge getan hat, die ethisch absolut unvertretbar waren und tatsächlich ja sowas wie Allmachtsfantasien entwickelt hat, so nach dem Motto, ja wir können uns alles leisten, wir können mit den Menschen irgendwie alles anstellen, mit den Bürgern irgendwie, was uns nur gefällt, wenn wir damit vielleicht unsere Zwecke durchsetzen können. Also MKUltra hat nie irgendwelche konkreten Ergebnisse geliefert, aber hat sich halt in der Popkultur so durchgesetzt und in unserem Bewusstsein so niedergeschlagen, dass wir inzwischen, wenn es um die amerikanische Regierung, das amerikanische Militär oder die Geheimdienste geht, sozusagen den Leuten alles zutrauen. Und auch das schlägt sich eben bei Polybius nieder, dieses Spiel einer Firma namens Sinneslöschen hat es nie gegeben, wenn man, also wir Deutschen, wir wissen, dass das Wort Sinneslöschen, also Sense Deprivation im Englischen dann irgendwie auf Deutsch überhaupt keinen Sinn macht, diese Zusammensetzung. Es gibt ganz viele Skeptiker, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Brian Dunning von Skeptoid zum Beispiel, die haben das schön aufgearbeitet, was da dran ist. Das Ganze wurde wahrscheinlich inspiriert, also man kann es nachweisen im Netz so ab 2003, diese moderne Sage. Das Ganze ist inspiriert natürlich von den Arcade Games insgesamt und von auch vielen Überlegungen, über manche haben wir ja schon gesprochen, was so die Gefährlichkeit von solchen Spielen angeht. Also die Angst davor, dass solche Spiele Jugendliche negativ beeinflussen, spielte als Motiv eine Rolle. Dann hat es zu der Zeit, zu der das angeblich spielen soll, diese ganze Geschichte tatsächlich ein paar Vorfälle gegeben, wo Jugendliche zu lange und auch auf sehr unvernünftige Art und Weise Spiele gespielt haben. Also ein Jugendlicher wollte den Weltrekord brechen, hat dann 28 Stunden lang ins Spiel gezockt und nur Cola und Orangensaft getrunken und dem ging es scheiße hinterher. Und der hat tatsächlich massive gesundheitliche Probleme gekriegt. Und das sind so alles Geschichten, die natürlich auch durch die Medien, durch die Zeitungen geisterten und die sich dann in dieser Geschichte auch niederschlagen. Also ich finde es einfach spannend, weil diese Geschichte so ein Spiegel unserer Gesellschaft ist und ein Spiegel des Umgangs da kann man wahnsinnig viel dran ablesen. Wer das Buch Ready Player One gelesen hat, auch da hat ja Polybius dann seinen Einstieg gehabt. Es ist zunehmend dann auch in die Popkultur natürlich übergegangen als Motiv. Der Angry Video Game Nerd hat da auch eine Sendung drüber gemacht, die finde ich großartig. Der hat natürlich auch diese ganze Thema einen knackigen Namen. Polybius ist so richtig schön, das ist ein bisschen 80er, schmutzig, so dunklen Terminator Raum mit Maschinengewehr niedergehalten, Polybius. Und ich habe damals, als ihr das im Podcast besprochen habt, auch selber ein bisschen recherchiert und fand das ganz spannend, weil das passte ja auch immer in unseren Bereich und habe dann irgendwo gelesen, dass ein Entwickler daran mitgearbeitet hat und diesen Namen hatte ich mir damals, er hatte ich gesehen, aber eigentlich gar nicht weiter verinnern. Da stand immer drin, dass ein Ed Rodberg daran mitentwickelt hat. Und dann dachte ich, irgendwo kenne ich den Namen, wieso kenne ich diesen Namen und guckte in meine Liste. Oh, mit dem hast du nächste Woche ein Interview. Und das war wirklich reiner Zufall. Ich denke, dann kann man natürlich auch den Mann mal fragen, wie er denn so Polybius geschrieben hat, weil das stand da ja überall. Und dann habe ich ihn tatsächlich, in unserer Folge 74 vom Reto-Kompott war das, habe ich ihn gefragt, ob er das was sagen kann, weil sein Name da ja in Verbindung gesetzt wird mit dem Spiel und was er dazu sagen kann. Und er hat jetzt nicht irritiert geantwortet darauf, weil er hat das wahrscheinlich schon öfter gehört. Und er weiß nicht, wie sein Name da reingekommen ist. Er wurde da mehrfach nach gefragt und er findet das ganze, das Konzept und die Geschichte in diesem Spiel, wie sagt er so schön bemerkenswert und verwirrend. Und er bezieht sich auch nochmal auf diese Simpsons-Episode, was er eben sagtet. Aber er weiß nur das, was er gelesen hat. Er weiß nicht, warum sein Name da auftaucht. Aber er sagt, es gibt ja auch viele Spiele von größeren Firmen, die nie veröffentlicht worden sind. Und er weiß auch nicht, ob es das Spiel wirklich gab. Er kann nicht Ja oder Nein sagen. Er hat es jedenfalls nicht entwickelt, wie da behauptet wird. Und das fand ich total spannend, dass ich wirklich zufällig mit dem Mann gesprochen habe, der da immer mit in Verbindung gebracht wird. Ja, genial. Aber er ärgert sich dann nicht unbedingt drüber, dass er damit in Zusammenhang gebracht wird. Er hat es so schön geheimnisvoll gesagt, gab es das Spiel wirklich? Kategorisch kann ich weder Ja noch Nein sagen. Ja, sehr schön. Er spielt damit. Ist ja auch eine ganz nette Werbung. Man kann auch jetzt wieder Mythos daraus machen und sagen, natürlich hat er es programmiert, aber darfst du über nicht reden, oder? Ja, klar. Wobei, heute weiß man ja, wenn man auf Steam geht, dass man das Spiel für aktuell für den Stand heute 31.8er, wo wir das Interview aufnehmen, für 14,99 bei Steam kaufen kann und spielen kann. Ich sehe hier gerade eine Preview, mir geht es auch schon ganz schlecht. Ich fühle mich schon ganz komisch. Da hat eine andere bekannte Person der Szene ja auch diesen Namen sich dann genommen, nämlich der Jeff Minter und hat daraus ein VR-Playstation-Spiel gemacht. Das meine ich ja, das gibt es auch bei Steam inzwischen. Und der hat natürlich auch einfach aufgesprungen auf diesen Zug natürlich und jetzt gibt es Polybius, worüber reden wir eigentlich, das Spiel gibt es doch. Ja, genau. Das ist ein schönes Spiel und wenn man das länger in VR spielt, fühlt man sich auch komisch. Ich habe es selber gespielt. das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eines der schnellsten Vektor-VR-Spiele, die ich je gesehen habe. Da verlierst du irgendwann, wenn du nicht komplett auf dem Boden bleibst, die komplette Orientierung gefühlt. Und wenn es ein Polybius gegeben hätte, das wäre es gewesen. Also eigentlich hat er das nur adaptiert von dem, was es gar nicht gab. Also ein besseres Polybius als dieses kann es eigentlich nicht geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute das so oft spielen, ganz merkwürdige Nebenwirkungen haben. Problem ist dabei natürlich nur zu der Zeit, als Polybius tatsächlich existiert haben soll, wäre so eine Grafik nicht möglich gewesen. weil die Technologie damals auch nicht so weit war. Zumindest nicht in VR, Gottes Willen. Trotzdem ist das witzig, dass dann wieder dieser Name plötzlich im Mittelpunkt stand. Na klar. Eine ganz neue Generation das jetzt entdeckt und unter Umständen dann auch die Seite der Firma Sinnes löschen. Ich finde das ja auch witzig, dass dann ein deutscher, ein paar hunepiepelter deutscher Name sein muss, weil die Deutschen, die sind ja sowieso immer so ein bisschen dubios. Wobei mich wundert, dass sie das Ö quasi OE schreiben, weil die stehen doch so auf die Umlause. Ja, genau. Nur wer jetzt halt dieses neue Polybius kennt, der ist vielleicht jetzt auch irritiert, wenn er im Netz dann sagt, wieso, was reden die denn da? Das gibt es doch. Ja. Das ist auch ein bisschen wie beim Slenderman, der ja, also man kann das im Augenblick noch ganz gut nachvollziehen, 2009 in einem Forum als Fotowettbewerb entstanden ist und sich dann verselbstständigt hat als Figur. Aber wer weiß, was so in zehn Jahren ist oder so, je länger sowas durch die Gegend geistert, desto schwieriger wird es natürlich, das bis zum Ursprung zurückzuverfolgen. Insofern ist es immer ganz interessant zu gucken, was im Laufe der Jahre aus solchen Geschichten dann gemacht wird, weil natürlich jeder, der das, das ist ja die Essenz des Erzählens, ob es nun mündlich auf dem Marktplatz Auge in Auge stattfindet oder über die sozialen Medien oder das Internet, dass jeder so ein bisschen so seine eigene Erzählschicht noch zusätzlich damit hineinbringt und das Ganze auch so ein bisschen zu seiner eigenen Erzählung macht und dann eben neue Dimensionen anfügt. Insofern sind auch solche modernen Sagen und Hoaxes im Netz veränderbar und veränderlich und diese Entwicklung sich anzugucken, ist sehr interessant. Ja, ich denke, das ist ein schöner Rundumschlag gewesen mit einer Ergänzung auch zu eurer Folge nochmal. Ja, sehr gut, ja. Und wir werden jetzt bei uns in der 100. Folge nochmal ganz viele kleine Sachen uns rauspicken, was so für Merkwürdigkeiten in Spielen oder auch im Hardware-Bereich mit Mythen passiert ist, was da so komische Dinge gibt. Aber ich denke, das war eine sehr schöne Einleitung in diesen ganzen Komplex. Kann man da irgendwie ein Gesamtfazit rausziehen? Glaubt gar nichts, was es an Mythen am Computer gibt oder schaut genauer hin? Was ist da so ein Fazit? Und ich würde ja sagen, wie am Ende jeder unserer Episode immer schön skeptisch bleiben und dann einfach genau hinschauen, wer einem eine Geschichte erzählt, welche Motivationen vielleicht jemand hat, einem eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben, glaube ich, hier in unserem Gespräch ganz viele Motivationen deutlich gemacht und immer schön skeptisch bleiben ist, glaube ich, das gute Fazit, auch wenn es um Computerspielgeschichten geht. Genau. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, auch wenn etwas nicht wahr ist, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem wahnsinnig interessant und spannend sein kann. Insofern lasst euch den Spaß nicht verderben und ja, guckt, ja, weiß ich nicht, spielt weiter Videospiele, habt eure Freude daran und lasst euch nicht von Vorurteilen ins Boxhorn jagen. Ich finde das ein wunderschöner Schlusswort für diesen Abschnitt. Herrlich. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, wir hören mal wieder was von euch. Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Sehr gerne und wir gucken mal, was wir noch alles ausgraben werden. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute für eure nächsten 100 Episoden. Das kriegen wir hin. Danke euch beiden. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, jetzt ist ich hier zusammen mit Fab und wir wollen mal gucken, was es so bei Spielen für Mythen, für Legenden oder auch vielleicht für Wahrheiten gibt und haben uns da mal in die Untiefen des Internets gewagt und wollen jetzt mal so ein bisschen Sachen durchgehen. Wir haben das Ganze einfach bildisch sortiert, damit wir da auch Stück für Stück vorwärts kommen. Was würdest du denken, Fab, wenn du in einem Spiel deinen Namen hörst, wenn du gerufen wirst aus einem Spiel raus? Hm, dann würde ich denken, wenn ich meinen Namen da vorher nicht irgendwo eingegeben habe, dann ist das ein bisschen creepy, oder? Ja, aber zum Glück heißt du ja nicht Michael, weil dann hättest du jetzt ein Problem. Genau, erklär doch mal, worum geht's? Ja, das Spiel Black and White. Würdest du Michael heißen und vor diesem Spiel sitzen und um 20 Uhr dieses Spiel spielen, dann hörst du deinen Namen. Und ich stelle mir gerade die Situation vor, du sitzt vor deinem Computer und das Spiel ruft dich. Und das sind sogar, wenn ich richtig sehe, es sind sogar mehrere Namen, unter anderem halt Michael, die dann einfach die Namen der Entwickler, diese heimlich einfach dann irgendwie so eingeschleust haben. Genau. Und warum auch immer. Und da gibt's natürlich, da haben ja zigfach vorkommen, sind Genugspieler bestimmt da ganz erstaunt gewesen. Also mir ist das nie passiert. Ich hab Black and White auch ganz schön gesuchtet, aber das hab ich nicht bemerkt. Und ich glaube, hättet da ein Computer nach FAB gerufen, wärst du nicht erstaunt gewesen, du wärst vom Stuhl gefallen. Würde ich zumindest vermuten, oder? Auf jeden. Aber das Spiel ist ja schon creepy genug. Also es ist tatsächlich sozusagen ein Hoax von den Entwicklern. Aber wie gesagt, einer, der doch zu Erschrecken führen kann. Spiele können tödlich enden. Berserk 1981, ein recht bekannter Spielhallentitel, ist einigen Leuten zu viel geworden. Ja, es gibt wohl mindestens drei Tode, die auf dieses Spiel zurückzuführen sind, auf den Arcade-Automaten. Und zwar ein gewisser Jeff Daly irgendwie hat eine Herzattacke gekriegt beim Spielen oder als er irgendwie auf einer Scoreboard-Liste seinen Namen zweimal gesehen hat irgendwie und ist er dann irgendwie an einer Herzattacke gestorben. Ob das irgendwas mit dem Spiel direkt zu tun hat, weiß man nicht. Herzattacken können ja einfach auch so vorkommen. Aber natürlich bilden sich dann gleich so eine Mythen. Ein gewisser Peter Burkowski war ein weiteres Opfer und der ist ganz an die Spitze der Highscore gelangt und dann hat er auch einen Herzinfarkt gekriegt. Also was lernen wir daraus? Berserk niemals zu gut spielen. Ja, ja, genau. Und dann gab es noch einen Tod, der ist ein bisschen obskurer. Da haben sich wohl zwei Leute gestritten, um eine Münze zum Einwerfen und dann hat der eine den anderen abgestochen, um dann halt das Spiel Berserk zu spielen. Hätte auch vor jedem Pack bei Automaten passieren können, oder? Ja, auch. Witzig ist, dass ich den Automaten überhaupt nicht kenne, aber ich kenne eine japanische Anime-Serie namens Berserk, die auch sehr gruselig ist. Ja, dann gibt es ein Spiel, wo man eventuell von einem Axtmörder erledigt werden kann. Ja, kennst du denn das Spiel Days mit einem großen Z am Ende? Ehrlich gesagt, nein. Das ist so ein Open-World-Zombie-Spiel, wo man halt auf der Suche ist nach allen möglichen Sachen, halt loutet und versucht zu überleben und die Zombies einen attackieren. Und da gibt es schon lange die Vermutung, dass es da irgendwo einen Axtmörder gibt, der in einem bestimmten Dorf sich die Spieler vornimmt und die dann gruselig abmurkst und es kündigt sich, kurz bevor er kommt, kündigt sich das durch eine komische Melodie an. Und es soll wohl auch ganz viele Videos geben, wo Leute das dann tatsächlich dann halt auch aufgenommen haben und das stimmt wohl. Das ist wohl ein Mythos, der wahr ist. Wobei die Computerbild-Relation schreibt, selbst gesehen hat unsere Relation und ihnen nicht. Also sie schreiben Wahrheitsgehalt unklar. Ja, na, Bild-Redaktion, als ob die ein Spiel länger als fünf Minuten anspielen, würde ich mal wagen zu bezweifeln. Sonst gibt es bei denen noch so viele Mysterien und da sind sie sich jetzt nicht sicher. Naja. Ja, dann gibt es manchmal Mythen, aus denen wird eine Wahrheit. Es gab lange das Gerücht, dass es bei Diablo ein Kuh-Level gab, in dem man ja eine Gruppe Kühe in einer bestimmten Reihenfolge anklickt und dann zu einem versteckten Bereich gelangt. Das war aber ein Mythos, oder? Ja, das war ein Mythos, das keine Ahnung wieder entstanden ist, aber den gab es nicht, diesen Level. Aber die Entwickler von dem Spiel fanden es so interessant und so lustig, dass sie das dann bei Diablo 2 dann tatsächlich geheimen Kuh-Level eingebaut haben. Die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Auch bei Teil 3 gab es ein geheimen Kuh-Level. Das heißt, die haben aus einem Mythos dann eine dauerhafte Wahrheit gemacht. Ja, na klar. Das nennt man echte Legendenbildung, wenn die Entwickler dann sowas auch übernehmen tatsächlich. Das ist eine witzige Idee, ja. Richtig. Ja, du kennst das Spiel Donkey Kong, Fab. Aber na klar. Und hast du dich auch schon mal gefragt, warum der Esel heißt Donkey Kong? Eben gerade habe ich mich gefragt, wieso ein Affe Donkey Kong heißt. Denn wenn man des Englischen mächtig ist, müsste es ja eigentlich Monkey Kong heißen. Ja. Sind die zu blöd gewesen? Haben die da einen Schreibfehler drin oder was ist da passiert? Ja, das ist der Mythos. Die meisten Leute, die du fragst, werden sagen, ja, es ist wohl so, dass die sich irgendwie verschrieben haben und dass es eigentlich Monkey heißen sollte und dann da Donkey bei rausgekommen ist. Aber nein, der Chefentwickler Shigeru Miyamoto hat gesagt, nein, es heißt tatsächlich Donkey und es steht dafür, dass der Affe so stur ist wie ein Esel. Kann ja sogar sein, denn eigentlich ist ja auch schon Kong so ein Hinweis auf einen Affen, aber es kann ja auch eseliger Affe. Ja, ein eseliger Affe, ja, ist eigentlich sogar wahrscheinlicher als ein Verschreiber. Ganz ehrlich, mir ist das noch nie aufgefallen, dass das natürlich das falsche Wort im ersten Moment ist. Ich habe darüber niemals nachgedacht. Nee, ne? Das ist so ein ikonischer Name, da denkt man gar nicht mehr über die Bedeutung nach. Und ich hätte wahrscheinlich auch in der Sekunde behauptet, Donkey heißt Affe. Ja, ne? In der Sekunde, wo man natürlich weiß, dass es nicht so ist. Ja, so verfestigen sich so Sachen. Der Esel, Affe. Geil. Ja, wenn man an das Spiel Duck Hunt zurückdenkt, einer der ersten Lightgun-Shooter damals, da war doch dieser nervige Hund und da haben doch die Fans gesagt, diesen Hund muss man auch erschießen können und dann gab es das Gerücht, man könne ihn abknallen. Kann man bei Duck Hunt neben den Enten auch den Hund abknallen? Nein, kann man eindeutig nicht. Der Mythos hält sich irgendwie hartnäckig, weil, warum auch immer, weil die Leute halt den Hund unbedingt umbringen wollen, aber eindeutig geht das nicht in diesem Spiel. Bis es einer bewiesen hat. Ähm, ja. Ja, irgendeiner schafft es vielleicht doch, wer weiß. Vielleicht braucht man nur die richtige Lightgun und den richtigen Monitor dafür. Ähm, merkwürdige Endgegner gab es nicht nur bei R-Type oder anderen Spielen. Ich habe irgendwie gelesen, dass der finale Endgegner bei Earthbound ein Fötus ist. Ja, ein abgetriebener Fötus. Der sieht tatsächlich sehr seltsam aus, wie ein, das andere sind ja so knubbelige kleine Kinder mit großen Köpfen und, ähm, ja, und dieser Endgegner sieht halt aus wie, ja, man könnte wirklich annehmen wie ein kleiner Fötus. Und wie ist der Entwickler gekommen? Ist es ein Fötus, ja oder nein? Ja, es ist tatsächlich wahr. Der Entwickler hat zumindest behauptet, dass er sich von einem völlig unbekannten japanischen Horrorfilm von 1957 hat inspirieren lassen. Der übersetzt heißt The Military Policeman and the Dismembered Beauty. Kein Mensch hat je von diesem Film gehört, aber er hat ihn wohl gekannt und da gibt es wohl sowas in der Art. Also, man findet nicht viele Informationen über den Film, aber der Chefentwickler behauptet, ja, das soll tatsächlich ein abgetriebener Fötus sein. Wie schräg muss man sein im Kopf, um sowas als Endgegner einzubauen? Und dann in ein Spiel einzubauen und zu verkaufen. Ja, und dann so ein Spiel auch noch. Beim Buchstaben E kommt was, was wir eigentlich inzwischen alle wissen, aber wir müssen es der Vollständigkeit halber natürlich erwähnen. E.T., für viele das schlechteste Spiel der Geschichte, was natürlich Quatsch ist, denn es gibt viele schlechtere Spiele, das hatten wir auch schon mal oft genug im Podcast gesagt. Na klar, hatten wir nicht den Entwickler sogar im Interview schon? Nee, leider noch nicht, aber da arbeiten wir dran. Ich habe zumindest das auch schon mal die Story von ihm selbst auch gehört. Er war einfach unter einem unfassbaren Zeitdruck und er hätte diese Arbeit nie annehmen dürfen. Er hatte, glaube ich, vier, fünf Wochen Zeit und hat was zusammengeschustert, was halt irgendwie totale Enttäuschung war. Ich habe vor zwei Jahren das erste Mal dieses Spiel gespielt und ich muss sagen, der Schrott, den es sonst alles auf dem VCS noch gibt, da ist das harmlos gegen und gehört zum absoluten Mittelmaß, wenn überhaupt. Aber egal, da gibt es ja nun die anderen Gerüchte, oder gab es Gerüchte, dass fünf Millionen Spielmodule in der Wüste vergraben wurden, weil es ein riesen Flop war. Da gab es ja diese Sache, dass mehr Module hergestellt worden sein sollen als Konsolen und ich weiß nicht was alles und dass es billiger gewesen wäre, die Sachen in der Wüste von Arizona zu vergraben, als sie zu lagern. Und das ging ja jahrelang rum, dieses Gerücht. Es wurde aber auch niemals bestritten in dem Sinne, aber es wurde auch nie bestätigt. Und dann kamen ja einige Leute auf eine glorreiche Idee. Ja, und zwar haben Leute dann irgendwie tatsächlich einen Film dazu gedreht, so eine Dokumentation. Wie heißt der nochmal? Atari Game Over. Genau, Atari Game Over und haben sich auf die Suche gemacht und haben tatsächlich diesen ganzen Riesenhaufen E.T.-Spiele in der Wüste gefunden. Wobei man das ein bisschen korrigieren muss, es waren nicht nur E.T.-Spiele, es waren diverse Module, auch ganz andere Namen. Und da waren auch Controller und Konsolen und ich weiß nicht, was alles vergraben. umwelttechnisch eine Frechheit war. Die haben einfach alles, was sie nicht mehr lagern wollten, in der Wüste vergraben. Viele E.T.-Spiele waren dabei. Sieht man halt auch daran, dass bei Ebay ganz viele sandige Verpackungen plötzlich auftauchen. Ja, ein Mythos, der sich bewahrheitet hat. Ja, tatsächlich. Den konnte am Anfang auch, glaube ich, fast niemand für wahrheitlich. Ich habe das erstmal auch nicht geglaubt. Nee, ich dachte, das ist Quatsch. Manchmal ist es halt dann doch wahr. Ja, bei Fallout 3 gibt es auch was Witziges oder was Unheimliches. Es gibt da den Radiosender Galaxy News Radio und manchmal hört man da keine Musik, sondern es werden Zahlen vorgelesen. Und das ist ein Morse-Code. Und angeblich wurde der Code von einigen Spielern geknackt und die haben dann Nachrichten erhalten. Zum Beispiel so wichtige Dinge wie habe heute das Auto gewaschen, vielleicht gibt es chinesischem Abendessen. Oder die Königin ist heute gestorben. Oder ich glaube es nicht, sie haben es getan, es dauert nicht mehr lange. Dieser Lärm. Ich kann den Lärm nicht mehr ertragen, ich habe eine Pistole auf dem Dach. Das ist erschreckend. Was soll denn sowas? Ja, also das ist scheinbar alles komplett Legende. Zumindest behaupten die Leute von Bethesda, dass es einfach nur ein Hoax ist. Also eine Urban Legend. Also das ist einfach gar nicht stimmt. Es sind einfach nur irgendwelche Nummern, die da vorgelesen werden. Und mehr ist das auch nicht. Aber warum baut man dann sowas ein? Ja, um die Leute ein bisschen zu verwirren, durcheinander zu bringen. Jedes Gerücht ist ein gutes Gerücht vielleicht. Ja, dann gibt es Leute, die sich Sachen so sehr wünschen, dass sie wahr werden müssten. Und in Final Fantasy VII stirbt ja Aeris. Und ja, das haben viele verkraftet. Und dann gab es natürlich das Gerücht, man kann sie wiederbeleben. Ja, das ist aber nicht wahr. Also der Mythos besteht weiterhin, weil ihr Tod war einfach so grausig. Durch Erstochen vom Schwert des Bösewichts stirbt sie einen grausamen Tod. Und die Leute haben sich so sehr zurückgewünscht. Aber geht leider nicht. Aber bei GTA kann man Bigfoot finden, oder? Denn es gibt ja Hinweise im Spiel. Fußabdrücke, Danksagung im Handbuch an jemanden, der mit Spitznamen Bigfoot heißt. Und Spieler haben monatelang nach Bigfoot in GTA San Andreas gesucht. Als sie den nicht gefunden haben, haben ihn einige mittels Mod auch ins Spiel eingefügt, habe ich gelesen. Aber auch da wieder, das Ganze hat ein realistisches Ende. Genau, bei GTA V wurde das dann offiziell dann eingebaut. Und man kann tatsächlich auch selber den Bigfoot spielen, sogar, wenn es stimmt. Aber es sind ja immer so eine komische Mission, die man dann erfüllen muss. Und so weit habe ich mich in das Spiel ja nie reingesuchtet, dass ich da diese ganzen Sachen gemacht habe. Da gibt es ja noch andere Geschichten mit irgendwie goldene Revolver finden, wenn dieses Rätsel und jenes und solches löst und dahin gehst und dort wie Schnitzel jagt. Das ist mir alles immer zu komplex. Das Spiel ist ja so schon ein Endlosspiel. Man soll sich sogar in Bigfoot verwandeln können. Ja, warum nicht? Wenn es Spaß macht. James-Bond-Spiele sind was Schönes. Und das Golden Eye auf dem N64 war ja eines der Highlights. Und ist das nicht cool, dass es da ein Sheet gibt, das man mit allen Bonn-Spielen spielen können soll? Tja, wenn es mal wahr wäre, ist es aber leider nicht. Also da gab es wohl 23 Cheats in dem Spiel und dann hat sich die Legende gebildet, wenn man alle 23 Cheats freischaltet, dass man dann einen 24. Cheat-Code kriegt und der bewirkt dann, dass man mit allen James-Bond-Darstellern spielen kann, die es in den Filmen jeweils gab. Und das ist aber leider nicht wahr. Das ist wohl nur ein leerer Slot, irgendwie ein Platzhalter und da haben die gar nichts weiter reingemacht. Das ist also Wunschdenken. GTA-San Andreas soll gefährlich sein, Fab. Darauf Leatherface herum. Oh, ja. Wie kommen denn die Leute darauf? Ja, die haben direkte Hinweise gefunden, direkt aus dem Horrorfilm Blutgericht in Texas. Denn zum Beispiel haben sie eine Kettensäge gefunden, einen Rollstuhl und auch angesägte Bäume. Aber? Ja, Leatherface selber findet da keiner. Das gibt es wohl nicht. Aber man kann ja mal drüber philosophieren. Bewusst in die Irre geführt vielleicht. Einfach nur ein bisschen Alarm machen hier. Ja, wir sind bei H, bei Halo 2. Da gibt es den grünen Warthog, also ein Fahrzeug aus Halo und den soll es einer goldenen Version geben. Das ist der Mythos. Und wie bekommt man dieses goldene Fahrzeug? Ja, dazu muss man sich mit einem Raketenwerfer in die Höhe katapultieren oder auf bestimmte Symbole schießen. Aber das ist alles Unfug. Den goldenen Warthog gibt es nicht. Naja, nicht ganz. Wenn man ein bisschen gewartet hat und sich das HD-Remake von Halo 2 für die Xbox One geholt hat, dann gab es plötzlich das goldene Auto. Also auch da wieder, wenn lange genug darüber geredet wird, dann wird es endlich wahr. Zumindest in Computerspielen. Ja, super. Dann gibt es ja auch manchmal sehr merkwürdige Spiele. Kill Switch, das hat 1989 von der Karwina Corporation aus Russland produziert. Gibt es nur 5000 Exemplare. Was war das denn? Ein Survival Horror Game, bei dem der Spieler entweder eine junge Frau namens Porto spielt oder einen Dämon namens Ghast. Und der Dämon ist auch noch unsichtbar. Also man selber kann ihn auch nicht sehen, was das entsprechend eigentlich unmöglich macht, ihn zu steuern. Und im Spiel erzählt zwei kryptische, voneinander anscheinend völlig unabhängige Geschichten und deinstalliert sich nach dem Durchspielen selbst, sodass jeder Spieler nur eine Chance hat. Was ist das denn? Das Spannende ist, die letzte Kopie dieses Spiels wurde angeblich im Jahr 2005 von einem Japaner, Yamamoto Ryuichi, versteigert. Und er hat früher sein Gameplay aufgezeichnet oder wollte es machen und er veröffentlichen. Doch das Video, was er ins Internet gestellt hat, zeigt ihn nur weinend und apathisch vor dem Computer sitzend. Wollen wir das jetzt auch mal spielen? Oh ja, auf jeden Fall. Wo kriegt man denn das? Weiß ich nicht, denn es gibt eigentlich gar keine Hinweise, dass dieses Spiel jemals existiert hat. So geil, sogar halbwegs seriöse Medien haben sich mit dem Spiel beschäftigt. Aber das gibt es tatsächlich gar nicht. Und der Witz ist, wenn man überlegt, wo das herkommt, diese Gerüchte. Es gibt eine brachliegende Webseite von Invisible Games und die wurde von einer Fantasy-Autorin betrieben, die eine Reihe fiktiver Games dieser Carvina Corporation dort präsentiert hat. Also Literatur. Da hat sich wohl was verselbstständigt. Ja, geil. Das ist ein sehr berühmter Mythos eigentlich. Und der berühmteste Mythos kommt als nächstes. Den kenne ich sogar selber, denn ich habe als Jugendlicher bei Maniac Menschen natürlich die Kettensäge gefunden und habe sie auch mitgenommen. Nur man braucht dafür Benzin, sonst nutzt es ja nichts. Und ich habe mich totgesucht. Es gab in der Schule Gerüchte, das Benzin muss irgendwo sein, wie man das Benzin findet. Aber am Ende, wo hat man das Benzin gefunden? Oder beziehungsweise wo tauchte es denn das erste Mal auf? Ja, eigentlich erst im Nachfolger. Zack McCracken und die Alien Mindbenders. Ja, aber das bringt einem natürlich dann im ersten Spiel auch nichts. Das ist ein fieser Gag von Ron Gilbert. Der wunderbar fortgeführt wurde. Ob er den damals schon geplant hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war erst mal nur so eine Idee, um die Leute in die Irre zu führen. Und dann hat er gesehen, oh, alle sind auf der Suche nach Benzin. Na, dann machen wir es im zweiten Teil. Warum nicht? Also zwei Red Herrings in einem Spiel, die zusammen eine Lösung gefunden hätten. Klasse. Ja, mysteriöse Dinge bei Minecraft. Da haben wir auch noch was. Ja, Herobrine oder wie auch immer. Ein Charakter, der angeblich dem Minecraft Steve, den man ja selber spielt, zum Verwechseln ähnlich sah. Und der konnte jeden mit einem einzigen Hieb ins Jenseits befördern. Und der würde angeblich zufällig im Spiel auftauchen und euch im kurzen Prozess sofort ins würflige Nirvana schicken. Gut beschrieben, ja. Und wie sieht es aus mit Herobrine? Also auch mit Sicherheit eine Legende, aber das Ganze wird immer wieder, ja, nennen wir es mal, angeheizt. Denn teilweise gab es da ja auch Anspielungen, dass Herobrine irgendwo auftaucht. Also auch in offiziellen Dingen wurde der Name erwähnt. Und unter anderem gibt es auch eine Patchnote, wo drin stand, jetzt sei Herobrine entfernt worden. Ja, wie gesagt, man hat im Quellcode auch nachgeguckt irgendwie und es gibt keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass es wirklich so ist. Außer eben in irgendeiner gemoddeten Version. In Mods kannst du ja bei Minecraft auch fast alles machen. Ja, heutzutage kennen viele R-Mark als mächtigen Gegner von Mortal Kombat. Und da gibt es ja auch die Gerüchte, dass es R-Mark im ersten Mortal Kombat Spiel gibt. Tja, ich würde mal sagen, das stimmt aber nicht. Denn R-Mark ist kein Charakter im ersten Spiel, sondern es ist bloß ein Fehler, wie soll man sagen, Fehlercode vom Automaten, der eigentlich ausgeschrieben Error-Mag-Cross ist. Und deswegen kann man manchmal R-Marks auf dem Bildschirm lesen. Alle dachten dann, das wäre ein geheimer Charakter. Da muss dieser Gegner auch in dem Spiel sein. Schöner Zufall. Wie süß. Ja, aber man kann doch sicherlich beim Mortal Kombat gegen den Geheimboss Reptile kämpfen, oder? Na, das geht aber tatsächlich, ja. Und zwar, wie war das, in der vierten Runde muss man den Gegner zweimal hintereinander ohne Gegenschlag besiegen und anschließend noch einen Fatality-Move. Und dann hast du tatsächlich Reptile als Bossgegner. Da gibt es mit Sicherheit auch genug Videos zu. Ja, ja, also der ist noch ein bisschen größer und so und der macht einen auch eklig platt, genau. Ja, dann gibt es ein sehr gruseliges Gerücht bei Pokémon, rote oder blaue Edition, das sogenannte Lavender Town-Syndrom. Was ist das denn bitte? Lavender oder im Deutschen Lavandia irgendwie. Achso, ja, da ist man dann, wie war das nochmal, in diese Stadt Lavandia gekommen oder Lavender im Original und da gab es eine seltsame Hintergrundmusik und in der japanischen Version sind die Töne so komisch, so schräg, dass Kinder von zwischen sieben und zwölf Jahren das eigentlich nur hören können, angeblich, so ganz hohe Töne scheinbar, die Erwachsene dann nicht mehr hören und diese Töne führen aber leider bei Kindern dann zu Kopfschmerzen manchmal oder seltsamen Verhalten, wo angeblich bis hin zum Selbstmord. Ist natürlich nie bewiesen worden, aber es gab Gerüchte, dass 200 Leute, oder 200 Kinder wegen dieser Musik Selbstmord begangen haben. Alles natürlich ein Hoax, aber das Irritierende ist, dann gab es die westliche Version dieses Spiels. Was hat Nintendo gemacht, Fabb? Sie haben die Musik geändert, denn die haben wahrscheinlich die Hosen gestrichen voll gehabt, dass sie deswegen bis auf den Mond verklagt werden, wenn da irgendeine Verbindung irgendwie bewiesen werden würde. Also sind sie auf Nummer sicher gegangen. Trotzdem irgendwie eine gruselige Geschichte. Ja, das ist eher eine tragische Geschichte, würde ich fast sagen, wenn die das sozusagen machen und irgendwie sich gar nichts dabei denken vielleicht großartig und dann kommt da sowas bei raus. Und wenn es nur das Gerücht ist, ist ja schlimm genug. Ja, ich würde mir vorstellen, als Entwickler, da wirst du ja nie sicher sein, bin ich jetzt schuld daran, dass Kinder gestorben sind? Krass. Oder es ist doch nur ein Hoax. Eben, ja. Belastet. Gut, egal. Bei Pokémon kann man ja auch sehr seltene Pokémons finden und Mew ist wohl einer von denen und da muss man anscheinend ja komische Dinge machen, um ihn zu finden. Äh, ja, sehr komische Sachen. Ja, was war das? Der war irgendwie versteckt unter einem Truck oder so und man musste, hast du die Seite besser noch durchgelesen als ich? Was musste man denn noch tun, um den zu finden? Da haben Leute wirklich wohl versucht, stundenlang diesen Truck wegzubewegen, um diesen Pokémon zu fangen und in Wirklichkeit haben sie alle nur ihre Zeit verschwendet. Ja, na klar. Aber ey, selbst schuld, wenn man stundenlang versucht, irgendwas zu bewegen, was eindeutig sich nicht bewegen lässt. also klar, obwohl ich habe auch schon in den Spielen manchmal Sachen versucht, die sich im Nachhinein natürlich als unmöglich erwiesen haben, einfach weil ich der Meinung war, so und so müsste das doch gehen. Ja, du bist entschuldig, du kommst aus Berlin. Ja. Ja, wir sind bei P und das hatten wir schon mal im Podcast auch mit P, sehr schön. Police Quest gab es für den C460, denn es gab ja ein Artikel in der ASM mit einem Testbericht. Also muss es dieses Spiel ja auch gegeben haben und natürlich muss es auch programmiert worden sein, oder? Darüber hattest du schon mal was erzählt, ne? Kann das sein? Genau. Das stimmt nämlich nicht. Ne, und das gibt nicht mal ein Screenshot oder irgendwas. Da hat sich irgendein Redakteur einfach einen Text aus den Fingern gesaugt und da eine gute Zwerstlich-Umsetzung geschrieben, die er definitiv nicht gesehen haben kann. Also, komplett irre. Vielleicht hat er einen Anruf gekriegt oder er hat sich einfach gedacht, so und so müsste das wahrscheinlich sein. Ich schreibe schon mal vor, habe später mehr Zeit. Wir bringen das Spiel nächste Woche raus, schreibt doch schon mal was. Genau. So ist es in der Art. Ja, wir hatten vorhin in deinem ersten Teil schon über Polybius gesprochen. Gehen wir also jetzt nicht nochmal darauf ein. Erwähnen es nur nochmal, weil wir jetzt ja hier alphabetisch durchgehen. Das war ja der Automat, der Leute in den Wahnsinn getrieben hat. Das konnten wir ja klären. Und wer, wie gesagt, heute Polybius spielen will, kann es ja dank Jeff Minter auch tun. Ja. Ja, dann gab es ja den Pong-Automaten, einen der ersten Spielautomaten, in denen, ja, der in Kneipen aufgestellt wurde. Die Geschichte kennt jeder, wa? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Und man weiß auch nicht ganz genau, ob sie stimmt, aber sie scheint zu stimmen. Die Automaten waren alle sehr schnell kaputt und die Techniker haben dann den, nennen wir es jetzt mal in Anführungszeichen Defekt, auch immer recht schnell gefunden, oder? Auf jeden. Die haben aufgemacht und haben festgestellt, der Münzbehälter war einfach knackevoll und man konnte keine weiteren Münzen mehr richtig reinstecken oder so und deswegen ging der Automat nicht mehr. Das war ein überraschender, mega Erfolg, dieses Spiel. Also diese. Zu viel Erfolg und schon funktioniert die Maschine nicht mehr. Hat niemand mit gerechnet, dass sowas passieren kann. Und ich hatte eben noch mal gelesen, dass in einigen von den Räumlichkeiten, wo die aufgestellt waren, am ersten Abend schon der Automat kaputt gegangen ist. Ja. Stell dir mal vor, du bist der Chef von der Firma und dann rufen die an und sagen, guck mal hier, Automaten alle kaputt wegen zu viel Geld. Ich sehe richtig Dollarzeichen in den Augen von denen. Wahrscheinlich, aber ich denke mal, dass die Leute, die da gearbeitet haben, gar nicht gerafft haben, wie viele Leute das angezogen hat und dass da wirklich so viel Geld mitgemacht wurde. Danach haben sie es dann wahrscheinlich begriffen und einmal am Tag mehr geleert. Genau. Oder die nächste Generation der Automaten hatte dann bestimmt auch größere Münzfächer. Gleich mit Apfelanlager nach hinten, genau. Ja, und dann gab es auch damals das Gerücht, oder bist du nicht Gerücht, das war eine Tatsache, zumindest in Japan, waren teilweise die Münzen für die Automaten. Das sind ja als Beispiel in Amerika die Quartermünzen gewesen, dass solche Münzen plötzlich seltener oder knapp wurden, weil die alle in den Automaten drin lagen. Klar, kann passieren. Absolut. Ja, wenn Saddam Hussein Playstation 2 spielen will, dann verkabelt er 4.000 Stück. Was habe ich denn da gelesen? Naja, angeblich hat Saddam Hussein irgendwie 4.000 Playstation 2-Konsolen gekauft, also importiert, und nicht um mit seiner Großfamilie von 4.000 Leuten das zu spielen, sondern er soll wohl angeblich alle Systeme gekoppelt haben, um damit ein Raketenleitsystem zu betreiben. Aber das stimmt wohl nicht. Das ist zu unwahrscheinlich. Erstens, das ist viel zu komplex, 4.000 so eine Konsolen irgendwie miteinander zu vernetzen und die Software hätte da schon Jahre im Voraus beginnen müssen, die zu schreiben und er hat auch gar keine Leute dafür. Also das ist ja kein Quatsch. die Inside-Informationen auch nicht vorher gegeben haben. Also kompletter Blödsinn. Ja. Was haben wir als nächstes? Ja, wieder mal eine Figur. Gibt sie nicht? Den Werwolf in Red Dead Redemption. Tja, schön wär's, ne? Es gibt nur einen verschwommenen Screenshot, wo irgendwie im dunklen Wald jemand zu sehen ist, der wie ein Werwolf aussehen könnte, aber den gibt's nicht. Das heißt, der Screenshot ist ein Fake. Ja, entweder ein Fake oder irgendwas aus dem Spiel sieht halt zufällig ein bisschen so aus. Das ist nur ein Schatten. Ja, weil das Horrorspiel Sad Satan, das im Jahr 2015 im Darknet auftaucht, das gab's anscheinend ja tatsächlich. Das gibt's auch immer noch. Aber was soll dieses Spiel? Ja, keine Ahnung. Man ist nur in so einem schwarz und weißen Labyrinth und muss da halt durchgehen und dann gibt's immer ganz viele Unschärfe und Filmkörnungsfilter und dann bedrückende Musik und Stimmung und dann geht's richtig ab. Da wird Satanismus, Kindismusbrauch und Morde werden irgendwie thematisiert im Spiel. Also Näheres weiß ich leider auch darüber nicht. Ich hab ja keinen Zugriff zum Darknet, ohne Witz. Und deswegen, ja, aber man weiß halt auch nicht, von wem das Spiel ist. Komische Geschichte. Man weiß auch nicht, was das Spiel soll, aber geben tut es auf jeden Fall. Na klar, ich mein, kann man sich doch vorstellen, irgendjemand will halt irgendeine Message unter das Volk bringen und dann, warum nicht in der Form? Ist ihm egal, ob er damit Geld verdient oder weiß jemand, von wem es ist. Hauptsache, dieses Spiel ist in der Welt. Kann man mir das schon vorstellen. Und wenn Spieler böse sind, sich nicht benehmen können, dann kommen sie ins Kornfeld, zumindest bei Second Life. Was ist denn das schon wieder für eine Geschichte? Das allererstaunlichste finde ich ja überhaupt, dass es Second Life noch gibt, aber davon mal abgesehen, ist halt tatsächlich, wenn man sich da ungebührlich benimmt, wird man halt in ein Kornfeld versetzt und da gibt es zwei Fernseher irgendwie und da gibt es halt ganz viel Korn, also Mais und irgendwie ein Tracker und mehr ist da nicht und da kannst du dann halt nichts machen, außer Glotze gucken. Du bist halt immer wieder rausgeholt? Ich meine, du warst das ja schon da drin, oder? Nee, ich war da noch nicht drin. Ich habe Second Life mal, als es rauskam, in der Zeit auch mir mal kurze Zeit angeguckt und fand es ganz interessant, aber da ging es halt mehr um, man kann Häuser bauen und irgendwie dieses komische Geld da drin, dass man es gegen echtes Geld umtauschen kann, also man kann theoretisch Geld damit verdienen, sind so auch ein paar Leute sehr reich geworden mit Second Life, ganz wenige, aber ich finde es sehr erstaunlich, dass es immer noch gibt. Und einige sitzen bis heute im Kornfeld. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, die da wieder rauskommen. Ja, bei einer Sonic-CD kann man teuflische Botschaften hören, indem man einfach diese CD 1593 einlegt, eine Tastenkombination macht, damit ein Soundtest startet. Runter, 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 links, rechts, A soll die Kombination sein. Und dann kann man die Einstellung machen, Song FM 46, PCM 12, DA 25 und dann passiert etwas. Es kommt ein bizarreres Gesicht, eine schaurige Musik und ein japanischer Text. der sagt, übersetzt, Spaß ist unendlich, Sega Enterprise, gezeichnet, der Teufel. Und dann denkt man sich, huch, hallo, Kinderspiel, was ist da gerade los mit euch? Was habt ihr genommen? Keine Ahnung, was das soll, aber es gibt's. Ja, und Sega selbst hat das da eingebaut. Also das ist weder ein Hoax noch ein Fake. Das kann jeder, der eine Sonic-CD fürs Mega-CD hat, einfach mal selber ausprobieren. Genau, und ich würde mich mal fragen, was die dazu sagen. Die muss dann mal irgendjemand dazu befragt haben, was die Haltung der Firma dazu ist. Wahrscheinlich ein interner Werbegag, den niemals jemand sehen sollte. Wahrscheinlich sowas. Aber dafür kann man ja bei Street Fighter 2 mit Shang Long spielen, denn auf dem Automaten von Street Fighter 2, in der arcade-Version von Street Fighter 2, stand ja die Nachricht, you must defeat Shang Long to stand a chance. Das hat auch eine Zeitung dann bestätigt, weil natürlich ist dann ja klar, dass das geht. Ja, die berühmte EGM, Electronic Games Magazine, ganz berühmt in den USA, die haben davon geredet, aber stimmt wohl nicht, finde ich auch ein bisschen weit hergeholt. Das ist nämlich von der Anime-Serie Dragon Ball, die mega bekannt ist und 100 Millionen Folgen hat. Da ist es der große, böse Drache, der sozusagen, wenn man ihm die sieben Kugeln, die Dragon Balls bringt, dann erfüllt er einem jeden Wunsch. Also einen einzigen Wunsch. Aber mit ihm spielen kann man nicht. Wohl kaum. Würde auch wenig Sinn machen, weil der unbesiegbare Shang Long, sagt ja der Name schon, ist ein bisschen schwer, wenn er unbesiegbar ist. Dann könnte er eventuell das Spiel gewinnen. Genau. Wer wollte nicht schon immer Super Mario 64 mit Luigi spielen? Du doch auch sicher, oder? Nee, eigentlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele das wollten. Alle goldenen Münzen einsammeln und schon geht es, oder? Ja, angeblich, aber stimmt nicht. Ich weiß das auch, weil mein Sohn tatsächlich schon mal alle Münzen eingesammelt hat, der Verrückte. Und er war danach nicht Luigi? Nein, aber danach hat sich es wieder mal bestätigt, in der Nintendo DS-Neuauflage des Spiels, da kann man es dann machen. Aber was man doch sicher machen kann, Sonic hat doch mitgemacht bei Super Smash Bros. Melee, oder sollte dort mitmachen, oder doch nicht, oder wie war das? Ja, das ist auch was, was sich viele gewünscht haben und später gab es ja auch Zusammenarbeiten zwischen Sonic und Mario, aber da noch nicht. Das war ein April-Scherz wieder aus der berühmten EGM-Zeitung und ja, geht halt nicht. Pech gehabt. Aber was doch geht, ist bei Super Mario Bros. über die Flacke rüber zu springen. Es geht aber nur an einer einzigen Stelle im Spiel und zwar in Welt 3.3. Da kann man es machen irgendwie durch irgendeinen Programmierfehler, aber es hat keine Auswirkungen. Passiert nichts weiter. Und sonst geht es wirklich nicht? Sonst geht es nicht. Also viele haben es probiert, ich habe es auch, glaube ich, mal probiert, aber man kommt nicht drüber eigentlich. War zu auch, weil wir das Wissen haben. Noch ein Leben dazu? Gibt es da noch mehr als ein Leben? Das ist doch schon der Höchstpress. Das stimmt. Diese gierigen Spieler. Ja, dann gibt es nochmal Geschichten. Wie steht hier so schön? Die sind besser als von Stephen King. Majora's Mask. Wenn man sich das dann mal gebraucht kauft, da ist ein Spielstand drauf, der Ben heißt und man hat dieses Spiel von einem seltsamen alten Mann gekauft. Ich finde den Vergleich hier in dem Text auf Giga gut. So ähnlich wie der Besitzer des Haustierladens in Gremlins. Der war ja auch ein bisschen nervig. und ich nehme dann so ein Modul mit nach Hause und starte dann diesen Spielstand von Ben und merke dabei, dass mich das Spiel dann Ben nennt und immer von selbst neue Safe-Files generiert und mir dann erzählend, wie der Vorbesitzer ertrunken ist. Ja, aber wohl eher ein Märchen, oder? Wir wollen es doch zumindest hoffen. Es hat jedenfalls nie jemand wirklich bewiesen. Also es könnte wahr sein. Oder auch nicht. Wenn Shigeru Miyamoto von einem geheimnisvollen Gegenstand in Zelda spricht und sagt, dass es den Triforce gibt, das göttliche Artefakt, was passiert dann? Ja, dann machen sich alle auf die Suche danach. Also sogar ich habe von der Geschichte schon gehört, obwohl ich ja die Zelda-Spiele nie gespielt habe. Großartig. Ja, es gibt keinen Beweis dafür, dass es dieses Ding wirklich im Spiel gibt. Und alle Screenshots und Videos, die es so gibt, haben sich wohl angeblich als Fakes und Verarsche erwiesen. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts davon gesehen. Ich glaube es auch eher nicht. Also der Shigeru, dieser Miyamoto, der hat öfter mal so komische Sachen von sich gegeben. Man durfte bei dem echt nicht alles glauben, was er gesagt hat. Was man natürlich glauben kann, wenn ein Spiel wie Tomb Raider erscheint, dann gibt es doch mit Sicherheit ein Nacktsheet. Und das Gerücht kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern damals. Und ich habe auch alles mögliche versucht. Das haben auch Leute damals auf dem Schulhof oder an der Uni, ich weiß nicht, von welchem Teil wir da gerade reden, aber immer gesagt, klar gibt es das. Ich habe das schon ausprobiert. Man kann den Nacktsheet starten. Und wir haben uns damals alle auf Deutsch gesagt, totgegugelt zumindest, als es das Netz schon gab. Ja, gab es den Nacktsheet, ja oder nein? Leider nicht, obwohl ich auch gern diese drei Kanten in Fleischfarben gesehen hätte. Aber nein. Aber ich habe das doch gespielt und sie war doch nicht angezogen. Wie geht das denn? Ja, es gab da irgendwie ein Mod oder so, wo man das irgendwie, das von irgendjemand kam und wo man das dann halt nackt sehen kann. Klar, wurden ja viele Spiele gemoddet. Auch bei Sims habe ich gehofft, dass man was nackt sehen kann oder dass man immer, wenn die auf dem Klo sitzen, dass das nicht weggeblurrt wird. Gab es ja auch als Patch. Genau. Alles ist möglich. Aber was sehr schön ist und da muss ich auch wieder lachen, all das ging das wohl ziemlich auf den Sack, dass Leute alle einen Nacktsheet für ihre Lara gesucht haben. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben für den zweiten Teil einen solchen Sheet bestätigt und dann haben natürlich alle Lara nackt sehen wollen. Und? Ja, und was passiert? Wenn du den Sheet eingibst, dann explodiert die Spielfigur. Der moralische Finger. Absolut. Wusste ich aber erst auch nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Ja. Ja, was auch existieren soll, ist bei World of Warcraft oder sind bei World of Warcraft die unheimlichen Kinder von Goldhain. Die treiben sich in irgendwelchen Wäldern rum und bilden mit ihren Körpern Pentagramme. Ja, das gibt es wirklich. Aber ich meine, bei World of Warcraft ist das gar nicht mal so ungewöhnlich. Das ist auch so eine komische, weil da gibt es ja viel Eigenleben in dem Spiel. Die NPCs, die machen ja eine ganze Menge komische Sachen da. Aber das ist schon ein merkwürdiges Ritual, oder? Natürlich. Das ist so satanistisch und dann auch noch Kinder. Also hallo? Das ist ja nicht gerade so. Aber durchaus vorstellbar und soll ja wohl auch stimmen. Ja, und wenn du dann entspannt schläfst und deine Xbox neben dir nicht abgeschaltet hast und du hörst dann komisches Piepen und Stimmen und Geflüster, hast du dann einen Albtraum oder fängt die Xbox tatsächlich irgendwann an, wenn man zu lange im Hauptmenü stehen bleibt, zu flüstern? Ey, keine Ahnung. Erzähl mal, gibt es das wirklich? Ja. Es fängt an zu flüstern. Microsoft hat bekannt gegeben, das sind freie Sounds der Apollo-Mission, die dann per Zufall abgespielt werden. Aber natürlich, wenn ich mir vorstelle, ich sitze da jetzt oder liege gerade im Halbschlaf und höre dann solche Funksprüche aus meiner Konsole, ich glaube, ich würde mir auch ernsthaft gedanken. Seltsame Idee. Was treibt die Leute an? Sowas wie, oh, das ist ganz toll, ganz einzigartig, die Leute werden es lieben, wenn sie einschlafen. Was soll der Quatsch? Verstehst du es nicht? Wahrscheinlich ist das so wie eine Figur in einem Spiel, die dann, wenn du zehn Minuten lang was nicht machst, dich böse anguckt, mir die Füße trippelt. Das gab es da auch bei einigen Spielen. Ja, genau. Okay, verstehe. Vielleicht habe ich einfach zu wenig Humor. Wobei, wie gesagt, wenn du da beim Halbschlaf bist, ich würde mich wahrscheinlich auch erschrecken. Und damit schließen wir schon wieder den Kreis. Das ist dann ja so ungefähr so, als wenn Black & White meinen Namen ruft. Ja, es gibt schon sehr, sehr markwürdige Dinge in Spielen. Viel Humbug, viel Quatsch, viel Fakes. Aber erstaunlicherweise... Viel Wunschdenken auch natürlich. Ja, aber aus vielen Wunschdenken sind ja Sachen geworden. Die wurden dann in der nächsten Folge aufgenommen. Das hatten wir jetzt wirklich drei, vier Mal. Na klar. Das finde ich auch einen schlauen Schachzug von den Entwicklern, weil das verstärkt ja den Mythos sozusagen nochmal. Mehr Gerede als alles Werbung. Alles Werbung fürs Spiel. Genau. Und ich denke, ich werde jetzt deswegen nochmal eine Runde Polybius spielen. Weiterher renne ich mit meiner Kettensegel durch, ja, durch... Super Mario 64. Durch Super Mario 64 und finde dann dort noch mehr Winz. Ein Werwolf unter einem Truck und plötzlich taucht Chen Long auf und erfüllt ihren Wünschen. Genau. Und Lara Croft schaut nackt zu und winkt mir entgegen. Genau, das wär's. Ja. Ja. Vielen Dank für diesen kleinen Streifzug und wir gucken mal, was wir noch an weiteren Mythen finden. Ja, das war echt super interessant. Und dann gibt's natürlich auch ganz viele Mythen, die sich auf Soft und Hardware beziehen. Und die schaue ich jetzt mal zusammen mit Robin durch, denn viele davon kennen wir wahrscheinlich aus den letzten Jahren, Jahrzehnten auch. Ja, Robin, fangen wir mal mit einem Standard an. Nur vollständig entladene Akkus soll man neu laden, weil sonst gehen die ja irgendwann kaputt. Das weiß doch jeder, oder? Ja, das Problem ist, solche Sachen sind natürlich deswegen ein Mythos, weil das hält sich schon ein paar Jahre. Und früher war das auch in Ordnung, denn die Technologie, die sich in den Akkus befinden, also die Steuertechnologie, Speichertechnologie, hat sich über die Jahre halt verändert. Und früher haben wir sogenannte Nickel-Cadmium-Akkus, also N-I-C-D heißen die, wenn ihr das draufstehen habt, oder Nickel-Metallhydrid, N-I-M-H benutzt. Und dort gab es den sogenannten Memory-Effekt. Das haben wir auch bei der Gamescom immer erzählt, dass wir den Memory-Effekt haben. Wir verliehen jeden Tag zehn Prozent unserer Leistung. Und es ist so, dass bei Akkus dieser Bauart das in Ordnung ist. Dadurch kann man diesen Memory-Effekt umgehen, aber bei modernen Akkus, also Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akkus, nützt das gar nichts. Dadurch macht ihr sie eher sogar kaputt. Ich habe auch das schöne Beispiel mit dem Handy. Ich habe früher, also früher vor ein, zwei Jahren Handys nur einmal am Tag geladen, beziehungsweise nicht an der Steckdose nachts gelassen am Ladekabel. Und jetzt mache ich es und es hat keinerlei Auswirkung. Nach zwei Jahren sind sie sowieso kaputt. Davon mal ganz abgesehen. Mal abgesehen davon, dass wenn die Garantie sowieso ausgeht, abgeht, ist dann sowieso Schluss mit den Geräten. Die haben dann einen geplanten Effekt nach zwei Jahren und dann ist das sowieso egal. Richtig. Also ihr könnt eure Akkus im Endeffekt heutzutage zumindest laden, wie ihr wollt. Außer es sind wirklich sehr, sehr alte Akkus, aber die sollte man vielleicht dann auch mal austauschen. Moderne Notebooks haben manchmal so Steuerelektroniken, die dann halt nur eine gewisse Menge an Leistungen zulassen zu bestimmten Punkten. Die machen das dann auch noch mal klüger, weil man soll auch nicht immer auf volle Kanne hochladen. Da gibt es auch manchmal Probleme mit den Akkus. Die bleiben dann immer so bei 80 Prozent oder sowas. eine Erhaltungsladung auch. Das ist genau so ein Punkt, wo sie die Geräte von selbst machen. Ja, aber dafür kann ich ja, wenn ich im Internet surfe, immer anonym surfe mit irgendwelchen Programmen und dann weiß auch keiner mehr, was ich tue und ich kann dann machen, was ich will. Ist das mindestens richtig? Ja, sagen wir mal so, man kann das ein bisschen, also es gibt kein klares Ja und kein klares Nein. Irgendjemand wird immer wissen, wo man, wer man ist und wo man war. Es gibt dann einfach Firmen, die versuchen einem dann das, naja, sie sagen dann halt dieser Zwischenweg, den man macht, der geht dann über einen Server, der dann nicht überprüft werden könnte, aber natürlich ist alles nachverfolgbar. Also es gibt de facto keine Möglichkeit, anonym zu surfen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Grundsätzlich richtig und vor allem dein Provider weiß auch die Uhrzeit, wann du grob was gemacht hast, zumindest auf welchen ersten Server du gegangen bist. Genau. Und wenn du zum Beispiel jetzt in einem Browser diese tollen privaten Seiten, also privat surfst, das ändert sich nur auf deinem Rechner. Da werden keine Cookies gespeichert, keine History gespeichert, aber dein Provider weiß auch genau, auf welcher Seite du warst. Also so oder so, ihr benutzt immer einen sogenannten DNS-Server, also ihr tippt immer irgendeinen Namen ein, auch im privaten Bereich und auch der wird natürlich irgendwo umgewandelt in eine IP-Adresse. Das heißt, so oder so, irgendjemand weiß immer, was ihr gemacht habt. Zumindest weiß derjenige, welchen Dienst ihr verwendet habt, um was zu verschleiern, im besten Fall noch. Genau. Ja, wir sind ja nun leider PC-User und wir haben Probleme mit Viren, Probleme mit diesen ganzen bösen Dingen. Wie gut, dass Apple-Computer dagegen immun sind. Ja, vielleicht mein Lieblingsmythos. Ich bin ja sowieso jemand, der diese Firma und die Produkte doch immer etwas skeptisch sieht, weil die Kundschaft halt vieles von diesen Mythen nach Jahrzehnten immer noch Infos hat und immer wieder wird mir erzählt, dass doch der Apple immun sein gegen die Bedrohung aus dem Internet und auch das ist natürlich nicht stimmig. Es gibt eine einfache Erklärung dafür, Patrick, und das ist eigentlich die Verbreitung der Geräte. Es gibt weniger Apple-User als PC-User. Genau. Würde es 80% Apple-User geben, hätten wir dort wahrscheinlich auch 80% der Viren, denn was sollen Viren erreichen? Was sollen Viren machen? Die sollen irgendwelche Schadprogramme übertragen, irgendwas übermitteln, irgendwas zerstören und das lohnt sich nur bei der Masse und wenn die Masse etwas nicht macht, etwas nicht benutzt, dann bringen die Viren dort auch nichts oder die Schadprogramme und solange Apple, ich sage jetzt mal, das ist jetzt fies formuliert, aber ein Nischendasein fristet, auf die Masse ist es ja im Endeffekt so, solange werden dort auch weniger Schadprogramme existieren. Klar sind vielleicht Apple-Geräte bei einigen Dingen besser abgesichert als Windows-Geräte oder wie auch immer, aber das Grundproblem ist halt, dass viele gar Interesse haben, bei Geräten, die nicht zu stark verbreitet sind, sowas zu machen. Und man muss sagen, dass sich das in den letzten Jahren doch verändert hat, da auch immer mal zeitlang phasenweise, gerade als dieser Boom auf die Notebooks und Tablets kam, Tablets ist ja nochmal wieder was anderes, aber im Prinzip der Boom auf die Notebooks, so frühe 2010er Jahre, da war es dann so, dass auch die Verbreitung der Apple-Geräte zugenommen hat und die lieben Trojaner-Programmierer, die Malware-Programmierer dann auch immer häufiger dachten, na gut, dann können wir auch mal was für ein Apple machen, weil da gibt es ja inzwischen auch schon ein paar Millionen benutzte Geräte, die auch aktiv im Netz surfen. Und damit seid ihr dann als Apple-User, der sagt, naja, mein Gerät ist ja komplett immun, eher das klassische Opfer, weil habt ihr keinen Virenscanner oder keine Schutzsoftware, dann habt ihr natürlich, seid ihr einfach in einer größeren Wahrscheinlichkeit, ein Opfer zu werden. Und gerade, Patrick, ich weiß nicht, ob du es in den letzten Jahren gelesen hast, die sogenannte Ransomware, also die Software, die von einem Geld nachher fordert, um die Daten wieder freizuschalten, da gibt es häufig bei Apple die größeren Probleme. Das ist ja logisch, weil die Apple-User sind ja statistisch, sag ich jetzt mal, wohlhabender, weil die Hardware ja auch teurer ist. Das sind meistens ja Leute, die wirklich auch viel Geld investieren und vielleicht auch viel Geld haben, daraus folgernd. Und natürlich lohnt es sich bei solchen Leuten vielleicht mehr, so etwas einzusetzen. Also, glaubt sowas nicht, das ist einfach, das ist wirklich ein urbaner Mythos, um den Verkauf von Apple anzukurbeln und Leute sich in Sicherheit wiegen zu lassen, die eigentlich gar nicht existiert. Und ich muss sagen, auf einem Amiga-Wallen ist halt sehr wenig Viren. Richtig, aber da gab es auch noch nicht so richtig Internet, mein Freund. Und keine Interessenten, die das heute noch machen müssen, genau. Ja, wir haben eben schon über das Surfen gesprochen. Da werden ja diese bösen Cookies abgelegen. Die sind immer böse, man muss sie immer löschen, weil Cookies sind eine ganz verteufelte Geschichte. Ja, auch eine Geschichte, die zum Glück inzwischen abgenommen hat. Die Leute haben es nicht mehr ganz so, nehmen es nicht mehr ganz so als Bedrohung war, da haben inzwischen auch schon viele ihre Berichte drüber gemacht. Denn ein Cookie ist nichts anderes als eine lokale Datei, die abgelegt wird, wenn ihr zum Beispiel auf einer Homepage eine bestimmte Startseite mögt. Was weiß ich, ihr geht auf eine Zeitung und ihr habt normalerweise den Wunsch, dass wenn ihr auf die Zeitung geht, dann gleich ein Sportteil reinspringt. Das macht ein Cookie. Oder ihr habt auf einer Seite euer Kundenkonto vermerkt, zumindest oberflächlich, also dass er ungefähr weiß, wer ihr seid. Das ist auch ein Cookie. Und natürlich gibt es auch schlimme Cookies, aber ein Cookie ist erstmal nur eine Hilfe für euch, nämlich, dass die Seite weiß, wer ihr seid, beziehungsweise falsch. Das ist falsch erklärt. Denn eigentlich muss man sagen, dass euer Computer weiß, dass ihr die Seite schon mal aufgerufen habt. Weil die sind nicht öffentlich, schon mal, um es klar zu sagen. Genau, die bleiben bei euch. Reingucken, die bleiben bei euch. Natürlich kann sowas missbraucht werden, Gottes Willen, das ist mit Sicherheit richtig. Und man kann auch damit viel geleitet werden auf Seiten. Aber erstmal geht es darum, auch teilweise tatsächlich den Surfgenuss zu verbessern oder auch euren Bedürfnissen anzupassen. Das heißt, konsequent zu sagen, alles in der Richtung ist falsch, ist auch nicht korrekt. Man muss natürlich aufpassen, was man im Internet angibt, was man preisgibt. Aber die Cookies sind nicht das Hauptproblem, würde ich mal sagen, sondern eher der Mensch, der davor sitzt. Genau. Wie immer bei vielen von diesen Mythen ist die Person hinter der Glasscheibe oder hinter der Plastikwand, je nachdem, ob ihr noch einen grünen Monitor habt, eigentlich meistens das Problem. Ja, dann ist auch immer wichtig, dass die Festplatte schnell läuft, dass der Rechner schnell läuft. Und ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo ich stundenlang vor einem Mosaikmuster gesessen habe und meine Festplatten defragmentiert habe. Immer wieder habe ich Blöcke verschoben, damit die Daten besser zusammensortiert sind und schneller starten, was im DOS-Bereich auch immer noch sehr gut funktioniert hat, auch bei älteren Windows-Versionen. Und heute wird teilweise gesagt, dass es nicht mehr sinnvoll ist. Das heißt, ich soll meine SSD jetzt nicht jeden Tag defragmentieren. Ja, was sollen wir sagen? Also wenn ihr der Industrie helfen wollt und dem Hardware-Händler bei euch in der Straße auch helfen wollt, dann defragmentiert fleißig eure SSDs. Und CF-Karten auch. Und genau, alle Art von Speicherkarten, alle die so klassischerweise SD-Karte, CF-Karte, das ist optimal, weil dann könnt ihr nach ein paar Monaten schon euch neue Speicherkarten oder neue Festplatten kaufen. Denn das Defragmentieren von SSDs ist tunlich zu vermeiden, weil diese Festplatten oder diese Art von Speichermedien gewisse Schreibzyklen haben. Das heißt, der einzelne Bit kann nur eine gewisse Menge mal sich schalten. Das heißt, ab einer bestimmten Zeit und gerade Häufigkeit, wenn dort defragmentiert wird, führt das dazu, dass die Stelle vielleicht schon beim ersten Mal defragmentieren 100 Mal benutzt wird. Und dann habt ihr nur noch 90, 80, 70 Prozent Lebensdauer auf dieser Stelle. Deswegen, ab Windows 7 passiert die Defragmentierung vollkommen automatisch, sowohl wenn ihr eine mechanische Festplatte habt, als auch eine SSD. Bei SSDs, wie gesagt, bitte diese Funktion komplett. Also solltet ihr auf einem Windows XP Rechner eine SSD benutzen, schaltet bitte die automatische Defragmentierung aus. Das macht sonst die Festplatte kaputt. Das habe ich nämlich manchmal auch schon im Alltagsbetrieb gemerkt, dass Kunden mir dann da irgendwas erzählen von wegen, wie sie da irgendwie die Festplatte defragmentieren. Mechanische Festplatten kann man theoretisch defragmentieren, wenn man möchte. Wie gesagt, ab Windows 7 ist es eigentlich geschwindigkeitstechnisch nutzlos. Das hat bei alten Betriebs so ziemlich Menge gebracht und auch bei DOS teilweise, wenn da irgendeine größere Datei oder eine Level-Datei auf 30 verschiedene Stellen verteilt war, das hat schon viele Sekunden eingespart. Also damals war es definitiv sinnvoll. Genau, aber damals haben wir halt auch Zugriffszeiten gehabt, die wahrscheinlich im Sekundenbereich waren. Heutzutage sind wir im Millisekundenbereich und dadurch ist das nicht mehr so schlimm wie früher. Und ganz wichtig, bei SSDs hatte ich eben noch vergessen, fällt mir gerade ein, da passiert sogar intern was. Also eine Festplatte wird halt durch Windows defragmentiert. Bei SSDs gibt es eine interne Garbage Control heißt das glaube ich und einen Trimmechanismus, der dafür sorgt, dass die Zelle nicht überlastet wird, also dass die einzelne Zelle nicht so viel tun muss. Ja, das Gute ist ja, wenn ich ein Backup mache auf Festplatten zum Beispiel oder auf andere Medien, die halten ja dann ewig. Digitale Daten sind doch das beste Medium zum Absichern. Das ist doch eine tolle, moderne Entwicklung, dass ich das nicht mehr irgendwie ja alles abschreiben muss. Genau, und wenn ihr ein Datensicherungsinstitut in eurer Straße habt, dann macht es bitte, speichert alles auf USB-Sticks oder auf CDs ab oder auf DVD-Rolling, gerade die billigen, Patrick, wenn du dich früher erinnerst an diese wie hießen die, Premium, oh Gott, wir hatten früher eine CD-Marke. Die war schon anfällig, als man sie aus der Packung geholt hat. Genau, da hat man schon gesehen, dass die Oberfläche, die sah, ich glaube Premium hießen die, die sahen schon am Anfang seltsam aus und das waren die nur nach ein, zwei Jahren sich oben, wie bei einem Pappteller, oben die datenführende Schicht Sie zerbröselten. Genau, oder sie wie eine Käseschicht auf einer heißen Pizza oben löste sie sich, wenn sie härter wurde, ab und man konnte sie einfach oben abziehen. Ja, also es gibt die sehr geschätzte Zeitung, also heise CT, hat einen Langzeit-Archiv-Test gemacht und hat festgestellt, dass Archiv-DVDs, also DVD-RWs oder DVD-Rs Plus oder Minus rund 18 Jahre halten. Das heißt, der DVD-Brenner, ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, 2002 oder sowas, ist, glaube ich, ein DVD-Brenner auf den Markt gekommen, 2001. Diese gebrannten Rohlinge dürften inzwischen schon mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit schon nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, je nach Lagerung fangen die wirklich auch irgendwann an sich zu zersetzen. Vor allem die ersten Rohlinge waren wahrscheinlich auch noch nicht technisch so gut, dass sie ewiger halten, ewiger ist auch ein falsches Wort, aber sie länger halten. Und ich habe schon wirklich Rohlinge bei mir aus Backup-Sätzen von früher mir mal angeguckt, die waren auch schon fleckig, sage ich mal vorsichtig. Und gleiches gilt auch übrigens für USB-Sticks. Ich habe auch vor kurzem im Laden einen USB-Stick von mir gefunden, den ich mal vor 228 MB USB-Stick, den ich mal vor Ewigkeiten gebraucht hatte, als ich damals im Außendienst gearbeitet habe. Das ist also auch schon 15 Jahre her. Da waren meine Bootbahnen, mein Acronis True Image, also mein Festplatten- Übertragungsprogramm drin. Und dieser Stick war wie neu. Ich habe ihn reingesteckt, er sagte, oh wunderbar, ein neuer USB-Stick, darf ich ihn formatieren? Und da habe ich mir schon gedacht, okay, also wenn wir jetzt schon bei USB-Sticks sind, wenn es da schon so beginnt, das wird noch eine lustige digitale Zukunft. Und selbst bei Festplatten, es bringt auch nichts, jetzt alles auf Festplatten abzusichern, die dann abzuziehen und in den Schrank zu packen oder im Tresor bei der Bank zu lagern für Jahre. Denn Festplatten, die auch nicht wieder angeschlossen werden, halten nicht besser als welche, die mal wieder angeschlossen werden. Es gibt ja sogar den Hinweis oder den Tipp, man soll alle zwei, drei Jahre seine Festplatten nochmal wieder überkopieren, weil auch da natürlich die Magnetisierung irgendwann im Endeffekt nachlässt oder sich verändert, wenn man sie gar nicht mehr anscheidet. Das hilft nicht, das wirkt dem nicht entgegen. Also wir sehen, digitales Speichern ist ein Thema für die Zukunft, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab früher mal Firmen, die haben damit geworben, dass ihre Lesegeräte beziehungsweise die Technik, auch glaube ich, das Bernoulli-Dreif hat da damals, wo wir da mal schon mal drüber gesprochen hatten, hatte damals damit geworben, dass die Daten für 80 Jahre, 100 Jahre sicher sind. Aber ganz ehrlich, funktioniert das Lesegerät heutzutage noch? Ich glaube, da gibt es schon Schwierigkeiten. Ja, hat das Gerät noch vor allem. Nein, also im Augenblick ist wirklich eine der sichersten Methoden eine Cloud-Speicherung, wenn natürlich die Firma existiert weiterhin, weil dort natürlich ein System ist, wo defekte Festplatten vom Anbieter dann immer sofort während des Betriebes ausgetauscht werden und auch mehrfach Backups laufen. Also diese Cloud-Geschichte ist eigentlich jetzt von den ganzen Problemen, die das aus Sicherheitssachen bereithält. Eigentlich eine recht langlebige Sache. Ja, und gibt es eine wirkliche Lösung? Nein, es gibt keine wirkliche Lösung. Immer wieder mehrere Backups laufen, mehrere Backups haben, möglichst vielleicht sogar nicht auf dem selben Medium, selben System. Vielleicht einen, es nützt ja auch nichts, wenn ich drei Backups in einem Raum habe und mir brennt die Wohnung ab. Das ist ja auch, das hat nichts mit digitalen Daten zu tun, aber es ist auch kein sinnvolles Backup. Das heißt, eine Sicherung zu Hause, eine irgendwo extern und eine in der Cloud, dann hat man eigentlich schon die nächsten Jahre, glaube ich, wenig Probleme. Genau. Die Cloud-Lösung ist mit Sicherheit zu empfehlen, aber auch da gibt es mit Sicherheit mal eine Firma, die einen Fehler macht und dann hat man plötzlich da auch keinen Daten mehr. Also viele Standbeine bei der Datensicherung sind der beste Weg, glaube ich. Absolut. Und vielleicht die allerwichtigen Sachen dann nochmal zusätzlich am USB-Stick packen, das hilft dann vielleicht schon. Ja, gibt es noch weitere Festplattenmythen? Da gab es bei T-Online einen schönen Artikel, Robin. Ja, denn es gibt Probleme einfach. Festplatten sind halt euer Datenspeicher, das wisst ihr ja. Und da gibt es die große Problematik, dass SSDs natürlich schnell sind und schön, aber wenn eine SSD kaputt geht, dann ist sie meistens ganz kaputt. Bei einer mechanischen Festplatte hat man immer noch das Glück gehabt, als Beispiel, da ist dann der Motor kaputt, dann kann man von einem Datenrettungsinstitut den Motor austauschen lassen. Bei SSDs ist das ein bisschen schwierig, denn es verteilen sich Daten auf die Chips und da gibt es einen Controller-Chip, der die Daten verteilt hat. Ja, und wenn einer von den beiden kaputt ist, dann war es das. Dann sind die Daten weg. Das heißt, eine SSD ist eigentlich eine schlechte, eine relativ unsichere Datenspeicherkonfiguration als eine mechanische Festplatte. Also auf keinen Fall ein Backup-Medium? Ja, eingeschränkt in einer RAID-Lösung, also das ist nochmal zweimal gemacht, dann schon besser, aber ja, es ist ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, ohne auch aktuell Entwicklung zu sehen, weil auch da wird gerade viel gemacht und gerade bei sogenannten M2-Festplatten, da ist es so, dass die Datensicherheit deutlich verbessert wird, das heißt Schutzschaltungen, Chips, die mehrfach kontrollieren, ob die Daten, die geschrieben und gelesen werden, auch stimmig sind, bei Fehlern ausgleichen, also das ist nicht so klar zu sagen, aber eine Sache dürft ihr definitiv nicht machen, habt ihr eine mechanische Festplatte und die geht nicht mehr, packt sie nicht ins Eisfach. Das ist so ein Klassiker, der immer gesagt wird, bitte packt es ins Eisfach. Ihr könnt dann im Prinzip auch alles mögliche machen. Ich hatte früher die Therapie mit kaputten Festplatten, einmal kurz anmachen, ausmachen und gegen die Tischkante schlagen, so habe ich damals schon Köpfe bewegen können, die nicht mehr wollten, aber halt immer unter der Prämisse ist es eher alles verloren, es ist mir zu teuer, da irgendwie 600, 700 Euro eine Datenrettung zu bezahlen. Dann kann man damit sauer reinmachen, kann man abschrauben, anschrauben, was man auch immer möchte, aber alles andere ist gefährlich und man muss immer sagen, die Lebensdauer einer Festplatte, einer mechanischen Festplatte, liegt bei rund fünf bis sieben Jahren. Man soll, gerade bei Notebooks, wenn ihr noch einen alten Notebook habt, der eine mechanische Festplatte hat und ihr wollt dringend dieses Gerät noch benutzen, tauscht es bitte gegen eine SSD aus und behaltet die Festplatte, die mechanische Festplatte als ein Tödelchen Backup. Also kauft euch ein externes Gehäuse, baut da die mechanische Festplatte rein, benutzt die SSD als normales Laufwerk und dann versucht ihr alle drei, vier, fünf Jahre, wenn ihr das Gerät noch intensiver benutzt, vielleicht diese SSD auch nochmal zu tauschen. Also auch SSDs funktionieren natürlich auch nicht ewig, aber sind durch diesen mechanischen Vorteil, dass die Geräte dann nochmal ein Notebook bewegt werden darf, weil eigentlich sollte ja eine Festplatte im Betrieb ungern bewegt werden, also auch Notebook-Festplatten haben immer das Problem, dass wenn die im Betrieb sind, dreht sich dann ein kleiner Körper mit 5900 Umdrehungen und ihr bewegt das Gerät dabei. Das ist nicht so richtig schön. Wie gesagt, Festplatten sind eure Achillesferse am Computer und da sollte man auf jeden Fall auch Markenware kaufen. Dann gibt es ja noch das nächste Gerücht. Kostenlose Software, Freeware, ist ja immer verseucht. Ja, und ich habe vor kurzem wieder bei einem von meinen Kunden gesehen, warum diese Freeware immer verseucht ist, denn es ist die Faulheit der Leute, die Freeware immer verseucht, denn die ziehen die Freeware nicht bei den Herstellern, sondern es wird immer bei Google der Name der Freeware eingetragen oder die Leute suchen von vornherein schon gleich nach, weiß ich, Art Freeware-Office-Programm. Und dann landen die Leute bei den Firmen, die dafür Geld bezahlen, dass sie gefunden werden wollen. Und Patrick, was ist dann da meistens mit dran? Ja, entweder das harmloseste, noch ein Loader, über den man es nur laden kann, der da ein bisschen Werbung anzeigt, im schlimmsten Fall teilweise Programme, die da mit installiert werden auf dem Rechner, Browser-Erweiterungen, die tolle Sachen mit deinem Browser machen oder andere Geschichten und manchmal auch Dinge, die man gar nicht merkt. Meistens wird man, zumindest bei Anbietern wie Bild-Zeitung oder was auch immer, Chip ist der Klassiker, da wird man aber gefragt, ob diese ganzen Programme mit installiert werden sollen. Wenn man alles auf Nein klickt, hat man hinterher die saubere Freeware. Sollte man aber nur einen Haken vergessen, hat man irgendwelchen Müll auf dem Rechner, den man vielleicht gar nicht haben wollte und wundert sich dann, wo die ganze Werbung wieder herkommt, im besten Fall, im schlimmsten Fall, wenn man von irgendwelchen dubiosen Seiten was lädt, werden Trojaner vielleicht mit installiert oder sogar Viren oder andere Geschichten. Das heißt, sowieso Virenscanner immer anlassen, darum geht es nicht nur bei Freeware, aber Freeware, das hast du ja angedeutet im ersten Satz, am besten immer beim Hersteller ziehen, weil A ist es dann die aktuellste Version und B auch mit Sicherheit so eine Version, wie sie der Hersteller herausbringen will. Wobei auch da muss man aufpassen, auch einige Hersteller haben Programme im Huckepack-Verfahren dazugepackt, weil sie ihre Freeware finanzieren wollen. Müssen. Also klar, die Welt besteht leider aus dem bösen Kapitalismus, Firmen müssen halt Geld verdienen und wenn alle Leute Freeware benutzen, kann die Firma natürlich auch nichts mehr verdienen. Das heißt, Firmen wie zum Beispiel P-Reform, die den C-Cleaner oder keine Ahnung, den Defragler von früher anbieten, diese Firmen haben natürlich das Problem, dass nicht alle Leute die Software kaufen und die packen sich dann halt irgendwie nochmal eine Werbung mit ran, dass zum Beispiel dann der, keine Ahnung, Google Chrome installiert wird oder irgendeine unseriöse Virenscanner-Software, die einem nicht wirklich hilft und das PC-System eher langsamer macht. Gibt es inzwischen auch bei Apple, habe ich gesehen, also das ist keine PC-Problematik, das ist einfach eine Computer-Problematik. Auch bei Apps gibt es das inzwischen, dass wenn du die Apps halt runterlädst, du manchmal, wenn du dich nicht verklickst, also wenn man nicht genau liest, was man macht, dann noch eine zusätzliche App mit installiert. Oder wenn eine Werbung einbläht wird, wenn man zu schnell klickt, hat man die nächste Spiele-Demo auf dem Handy, auch das passiert natürlich. Genau. Ja, aber ich habe jetzt ein gutes Bild, weil ich habe im ganzen Haushalt meine Stecker vergoldet. Das ist eine Sache, das klappt zu 100 Prozent, weil Gold ist das edelste Material und edelstes Material bringt das edelste Bild. Genau, und das war früher mal so, denn früher bei analogen Steckern ist die Abschirmung, die Qualität der Übertragung wichtig, aber wir sind 2019 und 2019 sind eigentlich fast alle Signale digital. Und was ist der Vorteil einer digitalen, beziehungsweise die digitale Übertragung gegenüber einer analogen? Eine digitale Übertragung ist verlustfrei. Entweder kommt es an oder nicht. Genau, entweder oder. Und dazwischen ist ein sehr kleiner Bereich, wo das mal passieren kann, dass es dann nicht ankommt. Das sieht man bei den Artefakten beim Fernsehen teilweise. Habt ihr ein zu langes, schlechtes HDMI-Kabel gekauft, was dann doch bei Ebay drei Euro gekostet hat, dann habt ihr manchmal Bildung von Fraktalen, das heißt, das sieht dann manchmal so aus, als ob das Internet zu langsam ist, aber es ist eigentlich ein Problem in der Übertragung. Manchmal habt ihr dann auch gar kein Bild, also einige modernen Geräte schalten dann ab, weil halt ein Fehler in dem Datenstrom vorliegt. Ich sage jetzt mal alles, was unter drei, vier Meter ist, könnt ihr tatsächlich das plündige Kabel von Ebay kaufen. Sieht zwar nicht so schön aus und das ist vielleicht taktisch nicht so schön, aber es sind digitale Kontakte, die miteinander verwoben sind. Es ist ein kleiner Alustrang, der vom einen Stecker in den anderen geht und solange das, solange ihr nicht gerade 4K, 5000 Hertz mit 200 Halbbildern dazwischen irgendwie habt, wo dann wirklich es anfängt mit, jetzt müsste dann doch ein bisschen besserer Schutz sein, ein normales Signal von einem Blu-Ray-Player oder einer Playstation auf einem Monitor kann drei, vier Meter ohne Probleme auch mit einem billigen Kabel gehen. Ja, und was ich, ich habe auch immer ein Problem, wenn ich vom Rechner sitze, weiß ich ja, irgendjemand liest mit, irgendjemand versucht, sich durch meine Internetleitung zu hacken und mein WLAN wird auch ständig angegriffen. Die Hacker sind überall. Ja, ich hatte mal so einen Kunden, der hat mir mal erzählt, dass G-Data ihm gesagt hatte, der Virenscanner sprang die Firewall an, Achtung, sie wurden abgetastet. Und für ihn war dieses, er wurde abgetastet, ein Zeichen, dass er gehackt wurde. Man muss immer dazu sagen, ein abgetastet heißt, jemand versucht, ein Spektrum an IP-Adressen einmal anzupingen. Und je nachdem, wie das Gerät antwortet, weiß er halt, dass es das Gerät gibt. Zumindest für 24 Stunden. Und dann könnte man theoretisch, wenn man wollte und viel zu viel Zeit hat und an allen Firewalls vorbei, der Anbieter anfangen, diesen Port zu hacken. Aber im Normalfall heißt abtasten gar nichts. Auch zum Beispiel Geräte tasten sich manchmal gegenseitig ab. Wenn ihr im Netzwerk seid, überprüft zum Beispiel ein moderner Fernseher, ob er irgendwo hin sein Signal oder von irgendwoher Signale kriegen kann, um es anzuzeigen. Also selbst das wäre technisch schon ein Ping. Und Patrick, wenn du sagst, ja, Hacker sind überall, ich weiß nicht, was ihr beruflich macht. Für wie wichtig haltet ihr euch? Genau. Da bist du ja mein als beste Beispiel, als ich dich irgendwann mal fragte, warum lässt du bloß Google deine Daten abspeichern, wo du dich auch herumtreibst. Und hast du dann gesagt, dann kann ich am Ende einfacher meine Benzinabrechnungen schreiben. Fand ich sehr gut. das interessiert sich kein Google bestimmt sehr, wo ich mich in Hamburg herumtreibe. Also die Computer wissen natürlich dann teilweise, was ihr gemacht habt, aber da sitzt kein Mensch und guckt von einer Milliarde Leute oder noch mehr Leuten ihre Profile an. Natürlich, wenn ich jetzt ein gefährdeter Mensch, eine gefährdete Person wäre, ein Whistleblower wäre, was auch immer, dann sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich tue. Aber ich glaube, die meisten von uns überschätzen sich, wenn sie glauben, dass sie täglich von Hackern überwacht werden. Genau. Auch wenn einige Interviewpartner bei dir bei uns im Podcast dann doch regelmäßig mal das Gefühl haben, dass sie verfolgt werden. Sie kommen teilweise zu einer anderen Zeit. Da war es ja auch noch ein bisschen anders. Und es sind ja manchmal wirklich Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder die wichtig sind für irgendwas in einem Bereich. Und da sind natürlich auch Angriffe möglich. Gottes Willen, wir schließen das ja nicht aus oder verharmlosen das. Aber der normale Mensch, der seinen normalen Job nachgeht, der wird nicht von diversen Hackern beobachtet und geprüft. Also das ist, glaube ich, utopisch. Ich hoffe es zumindest. Ob das jetzt jemand mitbekommen hat? Egal. Nächstes Thema. Seitdem es Computer gibt, seitdem es IT gibt, ist doch alles besser für die Umwelt. Weniger Papierverbrauch, alles digital, das ist doch richtig praktisch. Und alles grün, ne? Absolut. Alles grün. Denn es ist ja, die Geräte verbrauchen heutzutage immer weniger Strom und steht ja auf vielen Geräten drauf. Keine Ahnung, wir haben Kunststoffe ohne Belastung. Wir verbrauchen extra wenig Strom. Ja, wenn es nun nicht über eine Milliarde laufender Computer wäre, die im Betrieb immer täglich oder regelmäßig angeschaltet werden. Denn diese Computer verbrauchen laut einer Studie von der Umweltorganisation Global Action Plan etwa 2% der CO2-Emissionen werden durch diese Computer produziert. Also produzieren die Leute mit ihren Computern so viel CO2-Emissionen wie die gesamte Luftfahrtindustrie. Klar ist das das Problem der Menge, weil es einfach viele, viele, viele Computer sind. Und dann muss man einfach mal sagen, es gibt Länder, auch zum Beispiel China und auch weitere Schwellenländer, die haben das Problem, die produzieren ihren Strom aus Kohle oder Gas oder nicht-regenerativen Energien mit der Konsequenz, dass umso mehr Computer benutzt werden, natürlich auch umso mehr Kohlendioxid entsteht. Das ist das selbe bei den Elektroautos, deren Produktion auch teilweise nicht, dessen Produktion nicht so umfeldfreundlich ist, wie manchmal gedacht wird. Das Ergebnis ist es natürlich theoretisch, aber bis es zu einem Ergebnis kommt, passieren viele Arbeitsschritte. Und eine Sache muss man natürlich sagen, das steht jetzt nicht in unserem Text, aber das ist mit Sicherheit informativ. Die Menge an Müll, die durch EDV entsteht, ist so immens groß. Die Probleme, die in Afrika dadurch entstehen und in Asien entstehen, durch diese Berge von alten Computern, die dort, gerade in Afrika gibt es immer wieder diese Berichte, das ist so schlimm. Eigentlich ist es, glaube ich, mal abgesehen von dem Trend, dass die Computer die Arbeitsplätze vernichten, und das ist auch de facto auch so, ist das Problem, den Müll, den wir damit produzieren, das ist gigantisch. Ich möchte wissen, wie viele Millionen Röhrenmonitore in Afrika an irgendwelchen Orten noch verweilen. Ja, dann sollte man zu Ersatz greifen, zu Ersatzstoffen greifen. Robin, du hast ja früher sehr oft auch heute noch Wärmeleitpaste benutzt und manchmal hast du ja die Tube gesucht und sie war nicht da. Jetzt habe ich gelesen, Ketchup und Nutella machen es auch. Ja, natürlich. Sieht ja auch fast genauso aus, hat fast dieselbe Konsistenz, schmeckt vielleicht ein bisschen besser, aber ja, geht ja auch. Ja, theoretisch geht es auch. Also, der theoretische Nutzen ist der, eine Wärmeleitpaste wird zwischen dem Prozessor, oder zwischen einem Lüfter, beziehungsweise Kühler, und einem Chip, der Wärme erzeugt, dazwischen getan, damit die Unebenheiten des Prozessors so weit ausgeglichen werden, dass die volle Fläche gekühlt werden kann. Es gibt dabei aber ein Problem. Computer laufen nicht immer auf derselben Temperatur, werden auch mal ausgeschaltet und dann gibt es natürlich auch Schwankungen in der Umgebungstemperatur und das Problem ist, es gibt Sauerstoff. Macht ihr jetzt eine, eine Wärmeleitpastenersatz aus Nutella, ihr wisst selbst, lasst mal Nutella, einfach mal ein Glas in der Sonne stehen, oder mal einfach, es trennt sich irgendwann, das geliebte Palmöl von den anderen Bestandsstoffen und das wird dann auch unter diesem Kühler passieren. Das heißt, lange wird es nicht gut gehen, aber eine Zeit lang könnt ihr das nutzen und ich glaube, mit Ketchup müsste es noch schlimmer sein, weil der Kunststoff, äh, der andere Kunststoff, wenn der Zucker natürlich, der sehr stark vorhanden ist im Ketchup, genau, der karamellisiert oder er wird einfach knallerhart fest und dann ist es keine Wärmeleitpaste mehr, dann ist es Klebstoff und Klebstoff ist kein guter Wärmeleiter, also das macht, glaube ich, nur sehr bedingt Sinn. Ja, aber es kommt auf die Größe an, das sagt man doch immer und große Lüfter kühlen doch immer besser als leise Lüfter oder kleine Lüfter, richtig? Ja, das ist so wie mit Computer, mit RGB-Beleuchtung sind immer schneller als die ohne RGB-Beleuchtung. Ja, gibt es, es gibt sowohl als auch. Eigentlich interessant daran ist, wie schnell drehen sich diese Lüfter und nicht die Größe und dann wäre wieder die Frage, ist einem das egal, weil man sitzt in einem Rechenzentrum oder sitzt man zu Hause in einem 10-Km-Raum mit zwei Leuten und da ist irgendwo ein Computer, der hat einen Lüfter eingebaut. Also das ist so ungefähr eine nutzlose Frage zu sagen, der größere Lüfter kühlt auch besser und das war auch früher immer ein Problem, wenn die Kunden sich damals um einen Rechner kümmerten oder uns gefragt haben, ob wir einen bauen können und dann habe ich den halt einen klassischen, günstigen Stockkühler verkauft, habe gesagt, hier, der kostet nur 8 Euro. Ja, aber ich habe gerade gesehen, da gibt es einen riesigen von Noctua, der kostet so und so viel Euro, der kühlt ja auch viel besser. Ja, macht er, aber auch immer ist die Frage, wie viel Kühlung braucht ihr? Also mal abgesehen von dem, größer und kleiner haben nichts mit der Leistung zu tun, hat es auch keinen Sinn, wenn man eine bestimmte Abwärme wegproduzieren möchte, wegtun möchte, muss man halt auch nur ein bestimmtes Pensum wegtun und gerade moderne Computer produzieren ausgenommen jetzt mit den Top-Grafikkarten, Top-Prozessoren immer weniger Abwärme und da ist es eigentlich, eigentlich kann man auch die Stockkühler, also die mitgelieferten Kühler verwenden, das reicht vollkommen aus. Also ich weiß, ich habe früher, wenn ich Disketten zerstören wollte, Magneten draufgepackt und dann waren sie weg. Also war die Magnetisierung kaputt und der Mythos Magneten zerstören im Speichermedien ist zumindest ja deswegen schon mal nicht falsch, aber da hängt es wahrscheinlich von vielen ab, von der Stärke des Magneten und anderen Dingen oder was ist da das Problem? Naja, also wie magnetisch ist heutzutage noch eine Festplatte? Wie magnetisch ist heute ein Speichermedium wie eine, keine Ahnung, eine SD-Karte und da muss man schon wirklich immense Strom, immensen Strom an einen Elektromagneten legen, damit man dort eine Veränderung hinbekommt und ich kann mich erinnern, dass wir im Laden auch, ich habe irgendwann mal mir aus Jux so ein, das hat man vor fünf Jahren mal gemacht, weil die YouTube-Videos dann rauskamen, habe ich mir mal so ein Neodymium-Magnet, so einen super starken Magnet bei Ebay gekauft und den hatte ich in den Laden gelegt und der ist auf einer Festplatte hängen geblieben und ich habe mir den Jux gemacht, diesen Rechner mal zu starten, also mit dem abgezogenen, also der hing nicht mehr drauf und es ist lustig, diese Festplatte hat nochmal ganz normal funktioniert, also die Menge an Magnetismus, die ihr produzieren müsst, um von einer, von modernen Festplatte oder von einer SD-Karte, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja, da musst du wahrscheinlich schon riesige Gerätschaften haben, um den zu killen, nein, das ist nicht der Faktor, der etwas löschen kann. Bei Disketten sehe ich das ein bisschen anders, gerade bei den großen, bei den Fünferviertel-Soll-Disketten kann man glaube ich mit dem Magnetismus noch sehr viel erreichen. Ja, indem man sie einfach zerstört. Das klappt wirklich, das habe ich auch schon damals ausprobiert, das ging wirklich. Aber da war auch der Witz, wenn man, manchmal hat es sich auch wieder entmagnetisiert, wenn man es dann ein paar Tage lang wieder woanders hingelegt hat. Also das hat sich manchmal wieder umgekehrt tatsächlich. Ja. Patrick, und jetzt kommt unser Lieblingsthema, wir als Pressefotografen. Wir hatten immer, mehr ist besser und natürlich, je mehr Megapixel, desto besser ist die Qualität des Bildes. Ja, denn es kam irgendwann eine Zeit, wo die kleinsten Kompaktkameras, die Leute sich so für 150, 200 Euro gekauft haben. Da gab es eine Firma, die hat immer sehr gerne sehr viel Pixel gehabt. Die findet Patrick, wenn du dich an die Firma Jtech noch erinnerst, die sehr gerne bei deinem Haus- und Hofmagazin Pearl Kameras angeboten haben mit 26 Megapixeln im Jahr 2008, 2009. Da wurde dann gesagt, die größte Auflösung auf kleinstem Raum und so weiter, die Bilder waren auch riesengroß und es stellte sich raus, es war nur ein kleiner Trick, der gemacht wurde. Wahrscheinlich waren die interpoliert. Genau, es war einfach hochgerechnet. Das heißt, das bestehende schlechte Bild, was eine Auflösung hat von 6 Megapixel, wurde halt auf die doppelte beziehungsweise dann sogenannte vierfache Größe hochgezogen. Und die Bilder waren immens groß, hatten aber dieselbe schlechte Bildqualität einfach nur viermal größer. Aber das ist ja nur ein Teil auch der Wahrheit, weil auch wenn du jetzt immense Megapixel hast, die vernünftig berechnet werden, hängt das ja von vielen Dingen ab. Ob die Bildqualität dadurch besser wird, das ist ja damit immer noch nicht gesagt. Nee, denn entscheidend für die Bildqualität ist natürlich einmal die Optik, die davor ist und das Licht, was reinkommt, so auf den Chip, auf den Sensor bringt. Und, was noch wichtiger ist, der Sensor, A, wie groß ist der Sensor und B, wie fein nimmt der Sensor das auf? Das heißt, wie gut arbeitet der Sensor? Und da kann man sagen, über die Jahre, wir als Pressefotografen haben ja schon gemerkt, dass höhere Auflösung da nicht heißt, dass das Bild besser aussieht und vor allem schärfert. Es wird teilweise matschiger, definitiv. Das kann man ganz klar sagen. Also, manchmal gibt es Situationen, wo auch dann Fotografen die Pixel runterstellen, damit sie in dem Moment ein schärferes Bild sogar haben. Man hat nicht so viel zum Schneiden hinterher, zum Wegschneiden. Das ist ein Vorteil bei den Megapixeln, klar. Aber die Schärfe ist nicht unbedingt immer automatisch besser. Und wenn man mal überlegt, dass man mit ungefähr 8 Megapixel entspannt eine A4-Seite in Hochglanz drucken kann, ist die Frage, wozu braucht man dann 20, 30 oder mehr? Ja, weil man auch einen Computer mit... Weil man es kann. Ja, genau. Weil man auch einen Computer mit 8 Kernen braucht, mit mindestens 4,5 GHz, um, keine Ahnung, im Internet zu surfen. Das ist wichtig. Ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Multicore-Covid CPUs, damit ist der PC ja immer am schnellsten. Egal, was ich damit mache, dann ist der PC doch viel schneller, weil der kann ja seine Last verteilen. Genau, wenn das Programm das unterstützt. Das ist nämlich schon einer der größten Probleme. Multicore-CPUs sind nur dann sinnvoll, wenn die Anwendungsprogramme oder Spiele, die man benutzt, diese Multikerne überhaupt unterstützen. Und selbst, wenn das so sein sollte, unterstützen heißt, gibt es auch einen Nutzen dadurch. und dann ist die Frage, ist nicht vielleicht ein Prozessor, der nur vier Kerne hat, dafür sind die vier Kerne schnell und nehmen die Daten auch schnell an und geben sie auch schnell weiter, ist in den meisten Fällen dann sogar noch besser. Das heißt, ich habe das bei mir persönlich gemerkt, ich benutze einen 16-Kern-Prozessor. Den habe ich aber auch nur, weil ich gehofft hatte, dass mein Bildbearbeitungsprogramm, was wir benutzen, dadurch auch schneller läuft. Ich musste aber feststellen, dass unser relativ einfacher, frisch oder neu gebaute Rechner, den wir im Laden haben, bei uns im Studio, der einen relativ simplen 6, ne, eine 8 Kerne hat, der fast doppelt so schnell arbeitet wie mein 16-Kern-Prozessor, weil die Anwendung, den einzelnen Kern, ist es wichtiger, dass der einzelne Kern schneller ist und der Rechner dann schon mit 4,2 GHz anstatt bei mir mit 3,5 oder 3,8 und das einfach das Problem ist. Es ist immer eine Sache des Anwendungsprogramms und ich sage jetzt mal, jeder normale User, der ja dann mal spielt, dem reicht heutzutage ein 4 Kerner vollkommen aus. Es sei denn, es kommen Spiele wie zum Beispiel Battlefield 5, die haben, glaube ich, eine Mehrkern-Unterstützung, die auch sinnvoll ist, bis zu 8 Kerne. Darüber macht es aber auch schon wieder keinen Sinn. Einige Programme laufen sogar langsamer, wenn sie mehr als 8 Kerne finden. Das hängt absolut von der Nutzungsart ab, ja. Ja, und wenn ich jetzt zu viel am PC mache und damit ja immer mein PC überlaste und vielleicht auch mein Netzteil immer überlaste, dann brennt der Rechner irgendwann ab, oder? Ja, Netzteile ist immer ein traumhaftes Thema. Es gibt bestimmt, es gab immer wieder bei Ebay auch, ich sage das immer so gerne böse, weil Ebay auch immer ein Quell von Unwissenheit und ein Quell von schlechten Teilen aus China oder aus sonst woher sind, ist, da gab es ganz früher mal diesen Begriff China-Böller. Kannst du dich da noch nachher erinnern, Patrick? Nicht bei Netzteilnehmer, aber bei Böller, ja. Ich habe früher mal, oder wir haben früher im Hardware-Bereich habe ich gerne mal gesagt, du kannst dir gerne einen Computer bei Ebay kaufen. Über den China-Böller freue ich mich sehr, den würde ich mir gerne mal angucken. Da haben mich die Kunden immer mit großen Augen angeguckt, weil es immer so war, dass wenn du bei Ebay einen günstigen Computer gekauft hast, ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, dann war es immer so, dass die Eckdaten des Computers super toll waren, an Teilen wie zum Beispiel dem Gehäuse oder dem Netzteil wurde das Maximum gespart, was irgendwie nur ging. Hauptsache es standen irgendwelche wahnwitzigen Wattzahlen auf dem Gerät. Also ein 500 Watt Netzteil aus China, das nur 18 Euro kostete bei Ebay, war der Traum eines jeden Elektrotechnikers, der freute sich über so ein Gerät und zu gucken, wie viele schlechte Bauteile kann man in Reihe schalten, damit bei 500 Watt das Ding einem um die Ohren fliegt. Deswegen China Böller, auch die CT hat damals glaube ich Tests gemacht und hat es tatsächlich sogar geschafft, dass die Geräte teilweise explodierten. Aber in Brand gesetzt, das habe ich meiner Meinung nach noch nicht gehört. Also meistens platzen halt die Kondensatoren, das heißt, die hört dann einfach ein ganz lautes Geräusch und dann geht der Rechner aus, weil einfach dann keinerlei Strom mehr durch das Netzteil geht. Aber auch die Zeiten sind eigentlich vorbei und selbst wenn man heutzutage bei günstigen Hardwarefirmen Netzteile kauft, ist es meistens so, dass die Geräte zumindest diese 80 plus Norm schaffen müssen und dadurch eigentlich diese komplett ohne aktive Lüftersteuerung, also die immer auf voller Leistung laufen, schon gar nicht mehr angeboten werden. Und ganz wichtiger Faktor ist, dass die Wattzahl, das wäre nämlich noch ein Punkt, den hätte man auch mal sagen können, die Wattzahl, das ist auch immer lustig, das gibt es halt heutzutage immer noch, dass dann draufgeschrieben wird, das ist ein 600 Watt Netzteil und es liefert gerade mal so 4 Ampere an den 12 Volt Leitungen wie ein 400 Watt Markennetzteil, das passiert immer wieder. Aber dann kann man ja zumindest das nächste Klischee mal verwenden, passt super in einem Retro-Podcast, neu ist immer besser, neue Software, neue Hardware, alles neu, ist immer die beste Lösung, weg mit dem alten, oder? Ja, wenn man Geld ausgeben möchte und wenn man Apple-Jünger ist, ist das wahrscheinlich auch ein Faktor, den man machen muss, weil dann muss man ja auch immer einen gewissen State-of-the-Art-Level halten, das war jetzt schon wieder böse, aber das ist häufig so. Ja, Patrick, Neue ist immer besser. Ja gut, du bist auch jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert, aber zumindest funktionieren sie nicht immer besser und auch nicht jedes Update ist besser als das vorige. Aus Sicherheitsgründen muss man gewisse Updates machen, aus anderen Gründen muss man auch mal neue Sachen besorgen, Gottes Willen, aber es wird dadurch nicht einfacher oder besser. Du hast vor 20 Jahren geflucht, du fluchst heute. Ja, und ich bin auch gerne mal ein Early Adopter, also jemand, der sich moderne Technologie frisch kauft und da muss ich sagen, das ist halt über die Jahre nicht besser geworden. Das heißt, man ist trotzdem immer noch in gewissen Dingen eher ein Beta-Tester, muss man einfach sagen und auch gerade bei frischen Hardware-Serien, ob nur Netzteil oder Mainboard, sollte man nicht immer unbedingt das allererste mal kaufen, weil viele Hersteller in Revisionen dann merken, das sieht man dann immer gerne an denen, die schreiben dann von Haus aus inzwischen gerne mal Revision 101 hin, obwohl es eigentlich nur 1.0 ist, damit die Leute das Gefühl haben, dass da schon mal die Revision rübergegangen ist und etwas verbessert hat. Ja, persönliche Meinung, warte doch wenigstens mal ein, zwei Wochen, gerade mit Preisen, da wären wir nochmal beim anderen Punkt, ist es so, dass bei Hardware die ersten Tage, ersten Wochen meistens in der Region gehen, wo du denkst, das sollte doch nur 400 Euro kosten, wieso kostet denn jetzt die Karte 500? Ja, weil da Leute sitzen, die haben dann den ersten Container bekommen und verkaufen dann für 500 anstatt für 400. Ja, Computer sind immer schädlich und es gibt auch den Mythos, dass Notebooks impotent machen, zumindest wahrscheinlich, wenn man sie auf dem Schoß benutzt, oder wie ist das gemeint? Ja, Impotenz, also wenn überhaupt, ist es die Temperatur des Gerätes und das hemmt die Qualität der Spermien oder die Qualität der Spermien werden schlechter, machen aber nicht impotent. Es sind einfach zeitlich eingeschränkt für den Zeitraum und ganz ehrlich, wie lange hat man denn sein Notebook auf dem Schoß? Also wenn jemand drei Tage lang irgendeine Quest spielt bei World of Warcraft, irgendein Raid, dann kann das natürlich passieren, aber es ist einfach nur Wärme und auch Leute, die, ich sag ganz mal, Leute, die in einer heißen Region wohnen, irgendwo, keine Ahnung, in Afrika, auch die, wenn das Problem haben, dass es heiß ist und das führt im Endeffekt zum selben Problem. Also habt ihr so ein Gamer Notebook, da gibt es ganz tolle übrigens, die hast du bestimmt schon mal gesehen, Patrick, diese für Gamer Notebook, diese zum auf den Schoß packen, mit extra Lüfter eingebaut. Das ist eine Doppelbelüftung oder was ist das? Genau, dann wird sozusagen, man packt sich auf den Schoß etwas Gepolstertes, dann ist eine Platte und auf der Platte ist der Notebook und dann gibt es zusätzlich in den Teil per USB-Verbindung nochmal einen Lüfter, der die warme Luft unter dem Notebook wegführt. Dann lieber sowas. Absolut, kann man vielleicht ohne PC benutzen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ich im Betrieb den PC ausschalte, dann kann er ganz schnell kaputt gehen. Ja, ein klassisches Jein würde ich sagen. Es gibt Dinge, die sind nicht so schön. Das ist zum Beispiel, wenn man eine mechanische Festplatte hat, das heißt, ihr macht folgendes, wie hat mein Fahrlehrer mal früh gesagt, das ist so, als ob man mit 180 auf der Autobahn plötzlich die Handbremse zieht, weil ihr benutzt ein Gerät, es dreht sich mit 5900 Umdrehungen oder 5400 oder was auch immer und dann ist plötzlich der Strom alle. Das heißt, mit Glück gleitet oder fährt die Festplatte ganz einfach runter, aber sie kann normalerweise nicht das machen, was sie normalerweise tun würde, nämlich die Festplatte runterfahren und die Köpfe parken. Das geht dann schwer oder gar nicht. Es gibt aber ganz große Probleme mit dem Betriebssystem und das habe ich auch bei Kunden immer mal wieder gesagt, das ist nicht so schön, weil Windows teilweise Dinge offen lässt, die Windows schreiben möchte, müsste beim Runterfahren, auch als Beispiel, wenn da Konten offen sind, gerade wenn ihr mit Online arbeitet, muss dieses Konto finalisiert und ausgelockt werden, macht ihr den Strom aus, dann kann es sein, dass das noch offen ist, nicht richtig abgeschlossen, gerade in Firmennetzwerken muss das gemacht werden, das ist ein Problem und dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Temperatur, ihr macht den Strom einfach aus, es ist noch ein gewisses Potenzial an Hitze da unter dem Prozessor, unter irgendwelchen Chips und die kann nicht mehr durchs Sanfte herunterfahren, nämlich dass die, der Prozessor nicht mehr arbeitet und dann noch zehn Sekunden oder was auch immer noch die Wärme abgeführt wird, die an Rest da ist, deswegen gibt es auch zum Beispiel, da gab es eine Zeit lang mal Netzteile, die auch noch nachliefen, also die Bauteile haben dann noch 20, 30 Sekunden nach Ausschalten des Computers immer noch nachgedreht oder alle Lüfter, die noch angeschlossen waren an dem Netzteil und wie gesagt, das Hauptproblem ist meiner Meinung nach eigentlich sind mechanische Festplatten und dass das Windows je nachdem, was gerade auch läuft am Rechner, wenn natürlich gerade ein Backup-Vorgang läuft und man macht die Rechner aus, ist natürlich die Datei, die kopiert wird, in der Kopie schon kaputt, das ist auch schon ein Problem, weil man weiß daher nicht, wie weit hat das Ding kopiert oder was auch immer, man muss halt gucken, was währenddessen passiert, aber so schlimm ist es natürlich auch wieder nicht, weil ein Rechner friert ja auch manchmal ein und dann habe ich ja gar keine andere Wahl, als ihn auszuschalten und danach ist er auch nicht immer defekt, das muss man auch ganz klar sagen und die Software ist besser geworden, also Windows zumindest hat inzwischen weniger Probleme mit dem radikalen Abschalten als vor einigen Jahren, das muss man auch ganz klar sagen, da hat man dann oft irgendeinen Bootsektor zerschossen oder irgendwelche temporären Speicherdateien zerschossen, heute reagiert Windows tatsächlich ein bisschen humaner darauf. Bei Apple weiß ich es nicht genau, ich kann es mir vorstellen, es basiert ja irgendwie auf Unix oder auf Linux so genannt, das wird auch, ähnliche Probleme haben, es sind moderne Betriebssysteme, die werden auch... Bei Apple muss man auch die USB-Sticks vorher auswerfen und dann abziehen. Das habe ich gerade letztens gehört, anders geht es nicht. Kommen wir mal da, ich glaube ich nochmal zu. Den PC täglich runterfahren ist doch sinnvoll. Das ist eine zwiespältige Frage, ich glaube, es gibt auch keine echte Lösung dafür, aber man kann heutzutage bei modernen Computern, da kann man sagen, da muss man sich eigentlich bedanken bei den Notebooks, weil die PC-Technologie war ja früher eine reine Desktop-Technologie und die Notebooks haben viel moderne Technik gebracht, die dazu führte, dass der PC dem Notebook sich immer mehr ähnelt, das heißt, angefangen von einem Stromsparmodus über einen Recovery State runterfahren, halb runterfahren, Stromsparmodus, bei dem fast alle Geräte aus sind. Man muss heutzutage Windows nicht runterfahren. Ihr könnt auch mal ein, zwei Tage das Gerät einfach im Stromsparmodus lassen oder wie heißt das, Energiesparen heißt das bei Windows 10, ich weiß nicht, auf anderen Geräten heißt das auch, also dass der Computer im Prinzip 95, 99 Prozent seiner Prozesse ausstellt, aber das Gerät immer noch theoretisch im Windows ist. Und darfst nicht vergessen, auch wenn wir jetzt irgendwelche Server laufen lassen oder sonst was, die sind rund um die Uhr an, muss man auch ganz klar sagen. Auch das ist kein großes Problem in der heutigen Zeit. Natürlich ist die Lebenserwartung ein bisschen geringer, aber die sind ja so hoch gerechnet, dass man wahrscheinlich sowieso das niemals erleben wird. Genau und gerade die Lebenszeit von einem Standardcomputer bis auf die Festplatten, das ist auch, naja gut, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, ich glaube an vieles von den Dingen nicht, nein. Aber wenn ich jetzt einen PC ausgeschaltet habe, dann muss ich ja mal ein Minütchen warten, bis ich ihn wieder anmache, weil sonst ist das doch nicht gut für das Gerät, Ja, ein klassischer Mythos von früher, er hat sich ein bisschen gewandelt, denn habt ihr eine SSD in dem Rechner, könnt ihr im Prinzip nach dem Runterfahren innerhalb von drei, vier Sekunden sofort wieder anmachen. Bei einer mechanischen Festplatte würde ich vielleicht nochmal zwei, drei Sekunden länger warten, denn die Festplatten haben natürlich eine drehende Festplatte, deswegen heißt sie hier Festplatte, eine Platte, die sich dreht, ein Plätter mit einem Drehmotor, aber im Gegensatz zu früher, wo das teilweise wegen der mechanischen Größe, Festplatten waren ja früher 5,5 Zoll, so groß wie ein DVD-Laufwerk und Teil davor noch noch größer, 8 Zoll glaube ich, die haben natürlich ein bisschen nachgedreht und das ist dann nicht so schön, wenn sie mitten im Betrieb noch im Prinzip runterlaufen und gleich wieder neu starten sollen, weil mit modernen Festplatten, gerade die kleinen, die sind ja so schnell runtergefahren, der Bremsprozess ist ja innerhalb von ein, zwei Sekunden gemacht. Ja, je mehr ich installiere auf dem PC, desto langsamer wird er. Ja, ein bisschen zwiespältig, aber das hat natürlich nichts mit dem installierten Programm zu tun. Das sagen auch Kunden häufig, ihr PC ist so langsam geworden, sie müssen wieder ein paar Programme deinstallieren. Da gibt es viele Faktoren. Das Hauptproblem heutzutage sind, dass Programme befallt. Wir fangen nochmal einen Schritt vorher an, dass der User immer mehr Fähigkeiten von Programmen haben möchte, intuitiv zu reagieren, als Beispiel ein E-Mail-Programm, das mir auch bei ausgeschalteten Programmen sagt, du hast jetzt eine E-Mail. Das führt wiederum dazu, dass immer ein aktives, kleiner Teil des Programms im Arbeitsspeicher bleibt und der Arbeitsspeicher braucht und Rechenleistung. Und wenn man dann von zehn kleine, clevere Programme hat, die alle gleichzeitig immer mal gucken, ist da mal wieder eine E-Mail da, wie viel Platz hat er auf der Festplatte, ist sein Chatpartner noch da, oh, hallo, ich bin Skype, ich bin 50 Megabyte groß, ich gucke mal hintenrum, ob es mich mal als Update gibt. Das ist das, was den PC langsamer macht. Und gerade Virenscanner. Denn Patrick, du kannst dich erinnern an die Zeit, als ein Virenscanner noch auf eine Diskette passte, oder? Absolut, McAfee, sage ich nur, das waren 1,2 MB Virenscanner und heute sind die Dinger ja dreistellige MB-Zahlen groß. Gut, es gibt auch mehr Viren, aber trotzdem sind die Programme auch einfach gewachsen, weil man auch heute nicht mehr darauf achten muss als Programmierer und man kann da ein bisschen schlampen mit der Speicherverwaltung und anderen Dingen. Aber man kann sein Computer trotzdem auch vollmüllen und da ja auch Windows, ich sage jetzt mal ganz einfach ausgesprochen, Katalog führt über alle Sachen, die du installierst und machst, ist natürlich auch Windows beim Hoch- und Runterfahren oder bei irgendwelchen Sachen, wenn du 1.000 Programme installiert hast, nicht so schnell, als wenn du 5 Programme installiert hast, weil da teilweise in den Registrierdaten Sachen geschrieben sind, die eingelesen werden oder halt auch beim Deinstallieren einfach fehlerhafte Sachen ja, nicht gelöscht werden. Also im Endeffekt ist es wirklich, wenn man jetzt nicht die Arbeit hätte, wäre es gar nicht so unsinnig, alle paar Monate oder Jahre mal mit einem frischen System wieder anzufangen, weil der ganze Müll schon, ja, Geschwindigkeit bremst, sage ich mal teilweise. Und wir hatten das teilweise so, dass natürlich über die Jahre, wenn man als Beispiel der Adobe Acrobat Reader, der hat gerne mal auch eine alte Version stehen lassen, das heißt, der hatte dann teilweise zwei Versionen von dem Programm drauf, der eine der, das war schon, war immer noch irgendwie halb aktiv, aber eigentlich dann doch nicht oder auch gerne mal sowas wie Java, hat dann auch gerne mal alten Datenmüll gelassen und hat man dann irgendwie so einen Klotz am Bein in dieser Größe, dann ist es einfach so, dass der Klotz mit der Zeit immer größer wird und das mal 40 Programme, die man installiert hat. Also ich kann immer nur sagen, es ist toll, seinen Rechner neu zu installieren, aber es ist halt immer eine immense Arbeit, gerade bei uns mit den ganzen Programmen, die wir da teilweise benutzen müssen, das wird nicht so richtig praktisch. Aber was praktisch ist, sind ja Screensaver, weil ich habe ja auch immer wieder Fische am Bildschirm, die ich mir angucke, die irgendwann hier rumschwimmen, damit mir bloß nicht der PC-Monitor einbrennt. Das ist nämlich eine ganz große Gefahr. Ja, ich überlege gerade sehr, wann das eine Gefahr, bis wann es eine Gefahr war. Die Röhrenbildschirme, aber auch da, die letzten Röhrenbildschirme konnten auch eigentlich nicht mehr einbrennen, es sei denn, du hast klar schwarz auf weiß gemacht. Nein, ich sehe da persönlich keinen Sinn drin, etwas wie einen Screensaver zu benutzen. einen Sinn habe ich. Man kann einen Screensaver mit einem Passwort versehen, damit man dann kein Unbefugter zu deinem Windows zurückkehren kann. Das finde ich noch einigermaßen sinnvoll. Wenn ich jetzt in einem Büro arbeite, wo 100 Leute sitzen, dann finde ich es nicht dumm, wenn da eine Art Screensaver aufspringt, der dich ohne Passwort nicht zu Windows zurücklässt. Aber das hat nichts mit Einbrennen zu tun. Das ist einfach nur, um seinen Rechner zu schützen. Oder er ist so hübsch, der Screensaver, dass man sich einfach entspannen möchte. Und Screensaver ist der beste Versprecher des Jahres 2019. Nein, eine Sache gibt es noch, da macht ein Screensaver wieder Sinn. Und das ist bei den OLED-Bildschirmen, also den organischen LED-Bildschirmen, da ist es nämlich das Problem, viele Monitore oder Fernseher haben das schon eingebaut, auch die erste Generation, weil bei den organischen LEDs sich das wirklich einbrennt. Die modernen OLED-Fernseher haben aber einen eigenen Screensaver, der nach einer bestimmten Zeit anspringt, der das Bild immer variiert. Und diese Einbrenneffekte wegmacht. Und es kommen ja demnächst auch die ersten OLED-Fernseher für den, oder OLED-Monitore für den Computer. Da ist das dann auch, dass man sagt, ja, die versuchen halt, die Problematik mit dem Einbrennen, gerade was zum Beispiel ein Hintergrundbild angeht, oder ein Desktop-Bild, wo immer oben links der Arbeitsplatz ist. Das ist für OLED nicht so etwas Freundliches. Da springen dann tatsächlich wieder die Bildschirmschoner, aber halt dann auch die internen an. die versuchen dann zum Beispiel einfach die einzelnen Bildpunkte dann mal so ein bisschen zu verschieben, dass das dann für das Auge von Weitem nicht so zu sehen ist. Aber eigentlich ist es schon zu sehen. Ja, wenn ich jetzt gebrauchte USB-Sticks und SSDs verkaufen will, wegschmeißen will oder sonst was, das sollte man nicht tun, denn man kann sie gar nicht löschen. Zumindest nicht so, dass nichts mehr drauf ist oder nichts mehr wiederherstellbar ist. Ein großes Problem, denn man kann in den meisten Fällen, so wie die Menschen die USB-Sticks löschen, kann man die Daten immer komplett wiederherstellen. Aber auch nach mehrfachem Überschreiben sind ja auch Reste da, nur die kann man dann natürlich nicht mehr einfach wiederherstellen. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt da auf Deutsch gesagt lebenswichtige Daten drauf hat oder was auch immer, dann ist es vielleicht doch besser mit dem Hammer den Stick zu zerstören. Nein, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt so und so oft etwas überschreibe, kann ein normaler Mensch zumindest ja nicht mehr schnell rankommen. Nee, genau. Es gibt auch zum Beispiel von der Bundeszentrale für digitale Sicherheit, wie heißen die, Bundeszentrale für, da gibt es eine, glaube ich sogar, einen USB-Stick zum Erstellen oder ein bootbares Medium, dass man nach gewissen Sicherheitskriterien, das sind dann militärische Standards teilweise so und so häufig wird das überschrieben, mit Nullen überschrieben. Das führt dann dazu, dass ein normaler Mensch mit normaler Technik da nicht rankommt. Aber ich sage jetzt mal so, jemand, der es will, also eine Firma, die es will, wird wahrscheinlich dann die Daten noch irgendwo auslesen können. Fingere Fragmente. Genau. Und ganz schlimm sind Leute, die halt Speichersticks verkaufen, weil sie denken, ich habe die in der Kamera formatiert, Patrick. Ich habe vor kurzem mal das Problem gehabt, dass ich private Fotos, also private Fotos mit der Kamera gemacht, habe danach einen Pressetermin und ich habe gedacht, jetzt habe ich es gerade formatiert. Du findest Sachen, die sind Jahre alt. Habe ich auch letztens gemacht. Ich habe eine 16 GB CF-Karte und da waren 1000 D von Fotos noch drauf in den letzten Jahren. Und das muss man sich vorstellen, auch Bilder, wo man weiß, dass das vier Jahre her ist, dass ich den Speicherstick gerade frisch hatte, weil man natürlich in Bereiche geht, wo dann, das ist ja nicht mit hinteren oder vorderen Bereichen zu vergleichen, aber die Information für diese Bilder, auch die kleine Mini-Ansicht, die ist häufig auch bei mehrfachen Löschen noch irgendwo zu sehen und das ist echt, das ist gefährlich. Was wirklich ständig kaputt ging für die Dateien Namen, die sind wirklich ganz oft weg gewesen schon. Das heißt, diese Zuordustabelle, die ist halt durch. Die FAT, genau, die FAT, das File A Location Table, ich versuche das den Leuten immer zu erklären, das ist wie eine Riesenbücherei, in der es einen Schreibtisch gibt und da vorne gibt es ein Verzeichnis und dann dahinter steht die Information und das ist halt immer noch da. Falsch, das ist gelöscht und aber die Datei, der Eintrag, der ist noch da. Ja, aber dafür gibt es ja dann den Windows-Papierkorb. Wenn ich dort lösche, sind die Daten doch weg. Ja, selbes Problem, anderes Bild. Nein, alles, was in dem Papierkorb gelöscht wird, ist wiederherstellbar. Es sei denn, man überschreibt danach die Festplatte mehrfach wieder mit Nullen oder Einsen. Vor allem die freien Bereiche, die in Anführungszeichen freien Bereiche. Weil das ist das Problem, moderne SSDs waren wir ja vorhin mit dem Thema, die haben dieses, haben zwei Funktionen, die Daten, also die einzelnen Bits nicht mehrfach zu belasten. Was dazu führt, habe ich einen Ort, wo Bilddateien sind und ich möchte danach neue, ich lösche diese Dateien, werde die auch nur in der FAT gelöscht. Das heißt, die Bildinformationen, die dahinter sind, sind so lange immer noch an der Stelle, bis die Festplatte nicht genug Platz hat und die alten, verwaisten Datenbereiche wieder zu überschreiben. mit der Konsequenz, dass das eigentlich ziemlich lange da bleibt. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, das wegzubekommen oder besser wegzubekommen. Einige Virenscanner bieten sogenannte Schredder an, dass man dann den Papierkorb mehrfach löscht. Das macht manchmal Sinn, wenn man irgendwie Dateien wirklich weghaben möchte, aber auch diese sind nicht komplett unlöschbar wieder weg. Das ist leider so. Das war früher der einen noch Vorteil beim Defragmentieren. Da wurde zumindest der Bereich mal wieder durcheinander gebracht. Genau, das Defragmentieren hat dafür immer Sinn gemacht. Was keinen Sinn macht, ist Billigtinte zu verwenden, weil sie ist zwar billiger, aber A ist sie immer schlechter und B erlischt sofort die Garantie beim Drucker, oder? Ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe diverse Male Billigtinte benutzt und mehr sind die Drucker dadurch kaputt gegangen. Also ich persönlich rate jedem Kunden davon ab, Billigtinte zu nehmen. Aber wenn man einen Drucker hat, der 100 Euro kostet und der Satz Tintenpatronen kostet 140 vom Originalhersteller und man kriegt denselben Satz für 20 oder 15 Euro, warum sollen wir es nicht probieren? Weil im Endeffekt ist der Drucker dann eh schon zu teuer geworden oder da kann man irgendwann auch tatsächlich einen neuen Drucker wiederholen. Das Thema Müllberge in Afrika. Genau, dann wären wir wieder bei den Müllbergen in Afrika. Also es ist technisch so, geht der Drucker durch Billigtinte kaputt und der Hersteller ist ein Fuchs und er stellt es fest und sagt, die chemische Analyse ergab, den Drucker war nicht die Originaltinte von uns, sondern von jemand anderem. Wir möchten deshalb ihnen keine Garantie geben. Dann habt ihr mit Rosinen gehandelt, weil das ist wirklich ein Fall. Da kann der Hersteller sagen, dass es so ist. In den meisten Fällen, in unserer schnelllebigen Zeit, wo man teilweise storniert und noch nicht mal die Ware einschicken muss, ist es auch vollkommen Latte. Also ihr müsst es selbst entscheiden. Ich persönlich bin bei meinem Drucker inzwischen so, dass ich nur noch Originaltinte kaufe. Ich habe auch schon diverse Male. Patrick, weiß nicht, ob du das auch mal hattest. Ich hatte mal ein Tintenset gekauft von einem Anbieter mit Superbewertungen und da kamen die Tinten an. Ich mache das Paket auf und innerhalb des Satzes waren unterschiedliche Labels drauf. Das heißt, der Hersteller hat auch nur irgendwo dazugekauft und ich habe gesehen, dass bei einer schon die Tinte auslief. Also ohne, dass ich den Unterdruckverschluss aufgemacht habe, lief die Tinte schon raus. Das ist für mich ein Zeichen. Da gibt es halt viele schwarze Schafe und gerade bei Ebay gibt es sehr viele schwarze Schafe, wobei es gibt bei Ebay natürlich auch Topfirmen, die da anbieten. Muss man immer abwägen. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet. Bei Apple-Geräten wird ja immer das USB-Laufwerk oder ein USB-Stick erst ausgeworfen softwaretechnisch und dann darf ich ihn abziehen. Und das erzählt mir auch jeder Apple-User. Da das bei Windows nicht so ist, ist das alles sehr, sehr schlimm, weil man bei fast jedem Rausziehen ja Daten verliert oder verlieren kann und dadurch sind ja die Apple-Geräte viel, viel sicherer. Und wenn du mal versucht hast, bei einem Apple-User einen USB-Stick rauszuziehen und vergisst auszuwerfen, dann kriegst du eine Panikattacke. Ja, wie kann man das freundlich sagen? Ich finde es am Prinzip gut, wenn man sich Gedanken macht über das Rausziehen des USB-Sticks. Wann man den rauszieht, ja. Wann man den rauszieht, weil wenn man Daten überträgt und den USB-Stick rauszieht, da kann man schon große Schäden produzieren. Zumindest am USB-Stick, am Computer eher nicht. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn als Computertechniker und das sind schon auch, wann habe ich das erste Mal einen Computer gehabt, habe ich ja immer mal gesagt, 88, ne 89, glaube ich, den Computer gehabt. Ich habe in meinem Lebtag, als es USB gab, ab 94, 95, habe ich jeden, ne, stimmt nicht, 96, habe ich immer USB-Sticks rausgezogen, ohne sie auszuwerfen und mir ist noch nie ein USB-Stick kaputt gegangen. Wenn du währenddessen Daten draufkopierst oder wenn es diese Cache-Funktion gab, dass ein Computer erst auf den Stick schreibt, wenn er eine Pause hat sozusagen, dann ist es natürlich geschickt zu gucken, ob eventuell noch Daten auf dem USB-Stick bewegt werden, weil die sind sonst definitiv kaputt, wenn ich ihn rausziehe. Das heißt, es ist immer gut, den nicht in Hektik rauszureißen, wenn man gerade kopiert hat. Aber grundsätzlich, ja, es ist sicherer, sowas zu tun mit Sicherheit, aber es ist nicht immer notwendig. Vielleicht ein bisschen ruhig bleiben dabei. Genau, und immer überlegen, was man tut. In Hektik macht man wahrscheinlich sehr vieles falsch. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es gut, wenn man sich Gedanken macht, ob man den Stick jetzt rausziehen darf, aber technisch rausziehen könnt ihr ihn ohne Probleme. Ihr solltet nicht zu schnell rein rausstecken, weil diese USB-Stecker beziehungsweise die Führungen sind nicht so für extrem große Belastungen gemacht. Also da habe ich eher das Problem, dass bei unseren Firmenkunden dem einen, da sind sehr viele USB-Stecker in den Gehäusen kaputt, weil die Leute die USB-Sticks schräg reinstecken oder zu viel Kraft, zu zaghaft und dann wird der Kontakt nicht richtig erkannt. Solche Sachen. Das ist eher das größere Problem. Das hat natürlich nichts mit dem USB-Stick zu tun, sondern mit der Handhabung. Ja, was ja bekannt ist, Viren gibt es ja immer mehr und seitdem es die ganzen Firmen gibt, die Programme anbieten, um Viren zu entfernen, ist es doch eigentlich logisch, dass die auch die Viren schreiben, damit ihre Software sich besser verkauft. Ja, das hätte man mit den beiden Waschkaus bei der Hoaxilla machen können. Das wäre ein Thema gewesen, denn das ist natürlich klassischer Verfolgungswahn, zu denken, dass alle Sicherheitsfirmen Viren schreiben, damit sie ihre Sicherheitslösung verkaufen können. Denn persönliche Meinung, das ist so wie Microsoft spät ihre Mitarbeiter oder ihre Kunden aus, das sind Sachen, die wird man einen Lebtag in einer so vernetzten Zeit nie wieder los. Die Problematik ist, hast du einmal einen Ruf weg, dass du ein Virus programmiert hast, den du dann selbst beheben kannst, wirst du sowohl von der Industrie als auch vom Internet einen Lebtag verhöhnt. Und ich glaube, keine Firma wird sich den Jux machen, zu sagen, wir schreiben jetzt mal was, was nur wir entfernen können. Erstmal ein paar Tage später wird es auch jeder andere entfernen können, weil da gibt es eine Beobachtung logischerweise. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wir reden natürlich jetzt von den seriösen Antivirenherstellern. Natürlich gibt es auch Trojaner und Programme, die dann sagen, ihr System ist verseucht, sie müssen jetzt hier klicken, um alles zu retten. Das sind keine Antiviren-Firmen, das sind Spammer, das sind Betrüger, das sind Gauner, die was anderes vorhaben. Also man sollte schon auf die bekannten Firmen setzen, oder zumindest auch die, die wirklich Viren entfernen. Wir haben eine Zeit lang mal, gerade so als die Problematik mit, ich sag jetzt mal, einem aggressiv werdenden Putin und der Ukraine aufkam, haben viele Leute halt gesagt, ja, Kaspersky, darf ich jetzt Kaspersky benutzen? Kaspersky sitzt, sein russisches Unternehmen, sitzt in Moskau. Und der Eugene oder Evgeny Kaspersky, der hat ja auch Kontakte zum Kreml. Ja, Entschuldigung, er benutzt teilweise auch Lösungen von McAfee, das gehört zu Microsoft, das ist ja Amerika, das wäre dann ja automatisch CIA oder ihr benutzt eine Lösung, keine Ahnung, F-Pot, das, naja, die Problematik ist, es wird immer jemanden geben, der theoretisch bei eurem Kram mitlesen könnte, aber wie wichtig haltet ihr euch eigentlich? Das hatten wir schon, das ist ja Verfolgungswahn. Aber der Punkt ist nochmal, auch ein Kaspersky, aber auch immer, die haben ein Geschäftsmodell, was darauf, davon lebt, dass die Software seriös ist und da hast du ja recht, in der heutigen Zeit, in dieser total vernetzten Zeit, würde irgendein, irgendein krummes Ding irgendwann rauskommen und diese Firma kann dann ihre Türen schließen und zwar wirklich für immer, weil im Endeffekt, das können die sich nicht erlauben. Und eine Sache darfst du nicht vergessen, diese großen Firmen sind alles, sind alles Aktienunternehmen und Aktienunternehmen, die so einen Ruf haben, die werden von allen, aus allen Deposits rausgeschmissen. Ja, also man sollte da einfach mal in die aktuellen Viren-Tests gucken, wenn das da große Zeitschriften machen oder große Online-Seiten diese Tests machen und dann sieht man ja eigentlich auch, dass da über eine Handvoll Scanner wirklich recht ordentlich arbeiten und sehr vernünftig arbeiten und am Ende muss man dann selbst entscheiden, was man selber verwendet, aber wichtig ist halt tatsächlich, dass man überhaupt einen Viren-Scanner benutzt und da gibt es auch kostenlose, die okay sind, aber natürlich sind auch einige Kostenpflichtige wie in anderen Bereichen besser und haben ein Rundumpaket. Da muss man gucken, was für den eigenen Bedarf wichtig ist und jetzt die Angst zu haben, dass diese Firmen mich jetzt auch noch ausspionieren, dann darf ich eigentlich gar nichts mehr machen, dann muss ich meinen Stecker vom Strom ziehen darf, nicht mehr ins Internet und eigentlich auch nicht mehr auf die Straße gehen, weil da sind Überwachungskameras. Also man muss da mal so ein bisschen das Maß wiederfinden, denke ich. Und bei Viren-Scannern ist ganz wichtig zu überlegen, wenn man solche Tests hat, du hast vorhin darauf hingewiesen, ich lese diese Tests ja auch immer sehr gerne, dann verstehe ich immer nicht, in diesen Tests werden dann gewisse Abteilungen gemacht, Benutzer-Interface, Benutzbarkeit und dann kommen die interessanten Bereiche wie zum Beispiel Virenerkennung und Virenentfernung. Ja, aber wenn das Interface hübsch aussieht und bunt blinkt, nehme ich den Scanner. Ja, und vor allen Dingen die Bewertung ist dann teilweise so, dass meiner Meinung nach müsste 80 Prozent oder 90 Prozent der Bewertungen davon abhängen, wie erkennt und wie entfernt ein Viren-Scanner meine Viren. Ich vertreibe meine, das müsste 100 Prozent sein und dann kann man negativ sagen, dieses Programm arbeitet zwar perfekt, aber bremst den Rest, bremst den Rechner oder ist hässlich oder ich finde die Funktion nicht so schnell, aber natürlich hast du recht, die einzige Funktion, die wichtig ist bei einem solchen Programm ist, dass er auch möglichst viele Viren, Trojaner und AdWare-Zeug erkennt. Genau, und da sehe ich große Probleme, gerade die Stiftung Warentest macht da manchmal Sachen, wo ich denke, naja, okay. Und auch die Computerbild bewertet da meiner Meinung nach gewisse Teile einfach zu schwerwiegend. Die Erkennung und die Entfernung ist das, was interessant ist. Und die Reaktionszeit wäre auch noch ein Faktum, wie schnell reagiert eine Firma auf eine aktuelle Bedrohung, weil das Allerwichtigste ist heutzutage, ihr surft im Internet, wenn etwas sich ausbreitet und ihr habt erst zwei oder drei Tage später dafür eine Lösung oder eine Erkennung, dann ist der Virenscanner Schrott. Richtig, und zumindest gibt es auch diese heuristischen Verfahren, dass zumindest auch einige Sachen, wenn komische Sachen an einem Rechner passieren, diese auch schon mal zumindest bemerkt werden, ob da eventuell ein Problem sein könnte. Auch das geht in beide Richtungen. Einige Scanners sind da sehr empfindlich, aber lieber einen Hinweis mehr als ein Hinweis zu wenig. Und nicht jeder Hinweis in Netz, Achtung, Sie haben ein Virus, muss ein Problem sein. Auch da muss man natürlich immer... Boah, da gibt es tolle Sachen. Da habe ich in den letzten Jahren auch schon... Mit Sprachausgabe gibt es das. Boah, ich habe da schon so tolle Sachen. Abgesehen natürlich von meinem Lieblingsfall mit dieser Java-Software, die einem sagt, dass die Bundespolizei ermittelt, Sie haben Kinderpornografie heruntergeladen, bitte überweisen Sie 60 Euro an das folgende Konto oder in Bitcoins. Und die Krönung dieses Produkts war ja immer noch bei Notebooks mit einem gewahrter Webcam, dass die Software dann auch noch dein Bild eingespielt hat, während du da auf diesen Bildschirm klopst. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, das habe ich schon mal beim Kunden gesehen. Böse, böse. Oder ich habe es ein paar Mal gehabt, dass irgendwelche Sprachausgabe kommen, Ihr Rechner ist verseucht, bitte klicken Sie hier und sowas. Das kennt man ja auch. Genau, hier der Registry, Cleaner, Registry, sonst was. Das beschleunigt Ihr Internet, weil Sie haben ja so und so viele, viele Inhalte. Und installiert nur 20 weitere Trojaner und Viren auf Ihr System. Ja, ja, genau. Herrlich. Also auch da können wir jetzt eigentlich wieder einen Bogenspann zum Anfang unserer Mythengeschichte oder zum Abschnitt 1, wo ja Alexander mal gesagt hat, immer schön skeptisch bleiben. Und das passt eigentlich auch bei all diesen Dingen. Einfach nicht immer alles glauben, was man sieht und liest. Vielleicht mal drüber nachdenken, mal das eigene Gehirn anschalten oder mal mit anderen Leuten drüber sprechen und ja, vielleicht nicht auf alles gleich klicken, was man sieht und auch nicht alles gleich glauben, was man sieht. Denn wir haben jetzt ganz viele Punkte herausgepickt und viele davon sind einfach Quatsch. Einige stimmten früher, stimmen heute nicht mehr. Einige stimmten nie und einige haben zumindest ja eine Teilwahrheit, aber vielleicht gar keine Konsequenz im eigenen Umgang mit Software und Hardware. Denn wie du schon gesagt hast, das Wichtigste ist, immer zu überlegen, ob das logisch ist, was da passiert. Und eine Software, die einem bei einem Computer, der wunderbar funktioniert, plötzlich sagt, Sie haben 5300 Bedrohungen auf Ihrem Rechner. Bitte klicken Sie hier, damit er das löscht. Ist einfach unrealistisch. Und immer darauf achten, von wo die Informationen kommen. Ob die aus irgendeiner Facebook-Gruppe kommen, ob die von irgendeiner Satire-Seite kommen, ob die von einer seriösen Seite kommen oder vielleicht einem seriösen Print-Magazin oder was auch immer. Immer darauf achten, was sind die Quellen von den Dingen. Weil viele Sachen werden ja einfach weitergetratscht, weitererzählt, weiterverbreitet im Internet und irgendwann glaubt sie dann auch wirklich gefühlt jeder. Richtig. Das ist eine wunderbare Welt, in der wir leben. Die Vernetzung führt zu, bei Leuten, die gleichglaubig sind, glaube ich, zu sehr vielen Problemen. Oder das gab es auch schon vor 200 Jahren. Richtig, da waren es nur andere Medien. Ich denke, wir haben jetzt einen schönen Rundumschlag zum Thema Mythen, Mysterien, Hoaxes, Fake News und alle diese Dinge gemacht. Und jetzt bleibt es an euch, daraus was zu lernen oder mitzunehmen oder eure eigenen Erfahrungen mit diesen Dingen zu machen. Und ich denke mal, selbst wenn diese ganzen Sachen immer wieder erzählt werden, immer wieder darauf hingewiesen wird, in zwei, drei Jahren oder wann auch immer, gibt es dann wieder dieselben Geschichten als neue Bedrohungen. Da gibt es den nächsten Kettenbrief oder ich weiß nicht was. Und die Sachen, die schon vor Jahren eigentlich widerlegt worden sind, tauchen richtig schön, kontinuierlich immer wieder irgendwo auf, weil irgendwelche Leute sie unkommentiert, also nein, unreflektiert weiterverbreiten. Ja, ich denke, das war ein schöner Rundumschlag und ich gucke mir jetzt mal ein bisschen wieder meinen Bildschirmschoner an. Robin, Robin, die fragmentiert eine SSD und ja, was machen wir sonst noch so? Ich kaufe mir eine schöne 52 Megapixel Kamera für 100 Euro bei Ebay. Dann sind deine Bilder endlich mal scharf. So soll es das sein. Endlich scharf, genau. Ja, ich denke, so viel zu unserem Thema Mythen und Mysterien zum Thema Computer.